Und dann habe ich ein Licht gesehen, sowas habe ich in meinem Leben noch niemals gesehen. Unglaublich, Leute. Das Licht war so grell, dass sobald ich da reinguckte, habe ich direkt so gemacht. Boah, kennt ihr das? Nicht mal in der Sonne, in der Sonne kannst du so ein bisschen reingucken, dann machst du so ein bisschen, kannst du so gucken. Aber dieses Licht, was ich dort gesehen habe, sowas habe ich in meinem Leben nicht gesehen. Nicht mal eine Millisekunde konnte ich da reingucken. Ich stehe direkt so, boah, und dann bin ich wach geworden. Da seht ihr mal wieder, da seht ihr mal wieder, was abgeht, wer der Herr Jesus Christus ist. Wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nimmermehr in Finsternes wandeln. Dieses Licht werde ich in meinem Leben nie vergessen. Ihr wisst ja, wenn ihr träumt, so vergisst ihr das sofort am Morgen. Aber diesen Traum werde ich bis heute nicht vergessen. Der Teufel wollte uns umbringen, mein Bruder und mich. Und dann auf einmal kam das Wasser bis hier oben und wir werden fast ertrunken. Und dann fiel mir auf einmal an, wer kann uns in dieser Situation retten? Jesus. Ich schrieb den Namen Jesus. Auf einmal die Wolken in einer Millisekunde alle weg, das Dach weggeflogen. Und dieses Licht, das war unglaublich. So ein Licht habe ich in meinem Leben noch niemals gesehen. Unglaublich, Leute, unglaublich. Für diejenigen, die das noch nicht mussten. Ich hatte das schon einige Male erwähnt gehabt, diesen Traum. Den werde ich bis heute nicht vergessen. Amir, wie der Film Samson. Ist das doch etwas Ähnliches oder was? Was wird denn in diesem Film beschrieben? Diamant. Ich habe schon als Kind immer von Satan geträumt vielleicht, weil er wusste, dass ich zum Herrn Jesus komme. Ja, das ist heftig. Sobald du dich bekehrst und dem Herrn Jesus Christus nachfolgst, Buße tust und umgekehrt bist von deinem alten Leben, dann wirst du solche Angriffe vom Widersacher bekommen. Das ist unglaublich. Hatte fast den Tagesziel zum ersten Mal erreicht. Hätte fast den Tagesziel zum ersten Mal. Achso, okay. Leute, ich sage es euch, ihr Lieben. So einen Traum, der war so real, dass ich dachte, ist das jetzt ernst oder ist das jetzt ein Traum? Ich konnte das nicht unterscheiden zwischen Traum und Realität. So extrem war der Traum. So extrem. Und dieses Licht, du konntest gar nicht da reingucken, Leute. Ich konnte nicht da reingucken. In einer Millisekunde. Meine Augen waren so erblindet fast. Leute, tippen. Tipico spielen. Und dann muss ich natürlich darüber denken, dass auch aus einer gewissen Frau auch ein Licht kam, das so grell schien, das bis nach Syrien gesehen hat. Kennt ihr auch diese Story? Kennt ihr die Story von einer Frau, die ein Kind gebärt hat? Und da ein Licht aus der Vulva rauskam, das bis nach Syrien geschehen hat? Was wollte er, was wollte Mohammed damit sagen? Dass er das Licht der Welt ist. Schaut euch das bitte an. Wer ist das wahre Licht der Welt? Seht ihr, wie der Mohammed immer wieder versucht, Jesus zu kopieren? Das Licht der Welt, das in diese Welt kam und das Seine ihn nicht erkannt hat. Seht ihr diese ganzen Parallelen, wie der Mohammed immer wieder Bezug darauf nimmt und selber diese Anbetung und Verehrung gerne haben möchte als ein Lichtwesen? Die Muslime zeichnen auch gar nicht Mohammed. Wenn sie ihn zeichnen, dann in purem Licht. Kennt ihr das, wenn die Mohammed so abbilden wollen? Dann hat er so ein Kleid an, aber so weißes Gesicht und weiße Hände. Also er hat keine Hände, nur so alles Licht. Und dann denkt man sich so, aha, ihr Muslime vergöttert also den Mohammed. Weil man darf nur von Gott kein Abbild machen, aber von Propheten ist das Quatsch. Propheten sind doch ganz normale sterbliche Menschen. Wenn man sie zeichnet, dann ist eigentlich nichts dabei. Aber wenn du von Gott Bilder machst, das geht natürlich nicht. Ihr solltet euch keine Abbilder machen vom Herrn, richtig? Satan weiß, dass Jesus Christus bald kommt. So sieht es aus. Er hat auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen läuft er wie ein brüllender Löwe. herum, um zu verschlingen, wen er kann. Deswegen macht die Tür zu vor dem Teufel. Dass ihr nicht von ihm verschlungen werdet. Weil er läuft wie ein brüllender Löwe umher, um zu verschlingen, wen er kann. Aber ihr wisst, wer der wahrhaftige Löwe Judas ist. Wer ist der wahrhaftige Löwe Judah? Der Löwe Judah. Jesus Christus. Amen. Der wundervolle Herr Jesus Christus. Der Satan will brüllen, aber das Brüllen von Satan ist nichts im Gegensatz zu Jesus Christus. Der den Satan in zwei Sekunden pulverisiert. In einer. Einer Millisekunde. Ah, mir passt gut auf dich auf. Ja, natürlich. Und dann siehst du auf einmal, wie mir das fast passiert ist mit dem Anschlag. Das war ja vor dem Anschlag, dass ich das geträumt habe. Und dann auf einmal passiert mir das und der Herr mich trotzdem bewahrt. Wahnsinn, ne? Bevor dieser Anschlag passiert ist, hatte ich diesen Traum. Dass ich hier noch so sitze und fahre, das ist unglaublich. Das kannst du keinem erzählen, ne? Das ist heftig. Gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeiten, der sich dadurch, wie mein Bruder gestern euch erzählt hat, ne? Der sich dadurch den Leuten auch gezeigt hat, wer der wahrhaftige Gott ist. Gelobt sei der Herr Jesus Christus. Deswegen müssen wir sofort seinen heiligen Namen loben. Auf der Suche nach deinem nächsten Auto. Gehe einfach auf autohero.com. Erdecke unsere Krippe ab. Psalm 91 Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg. Meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen entdecken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen. Wundervoll, wie balsam, ne? Vor den Pfeilen, die des Tages fliehen. Vor der Pest, die im Finstern schleicht. Vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Denn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten. So wird es doch dich nicht treffen. So wird es dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit allen Augen sehen und schauen, wie dem Gottlosen vergolden wird. Du wirst mit deinen Augen sehen, wie dem Gottlosen vergolden wird. Wir konnten mit unseren Augen sehen, wie dem Gottlosen vergolden wird. Wie präzise das passt. Es ist, ich kann nur staunen über den Herrn. Nur staunen und seinen heiligen Namen preisen. Den ganzen Tag. Und ihr mit mir. Preist den Herrn Jesus Christus. Preiset ihn. Lobet ihn. Alle, die ihr hier auf der Erde seid. Wie perfekt das passt. Damit alle sehen, dass dem Gottlosen vergolden wird. Ich kriege Gänse unter dem ganzen Körper. Wie herrlich der Herr Jesus ist. Der Gott aller Götter. Der Herr aller Herren. König aller Könige. Amen. Amen. Mit voller Liebe und Zuversicht. Sprechen wir seinen Namen aus. Damit die ganze Welt hört, wer Jesus Christus ist. Dass er auch in dieser heutigen modernen Welt aktueller ist denn je. Ich bekomme keine Benachrichtigung. Ich habe einen Shadow Bun. Siehst du? TikTok versucht mich aufzuhalten. Eigentlich müsste der ganze Dings hier voll sein. Der mit mehreren hundert Leuten, die eigentlich hier drin sein müssen. Aber ich habe einen Shadow Bun. TikTok versucht mich aufzuhalten. Das ist unglaublich. Egal. Wir vertrauen dem Herrn Jesus Christus. Habt Vertrauen auf den Herrn. Auch wenn ein paar Leute nur hier drin sind. Das ist gar kein Thema. Es geht ja immer darum, dass wir uns auch gegenseitig stärken. Oder nicht? Es muss ja nicht immer in Streitgesprächen ausgeht, die Livestreams. Oder? Es ist doch auch mal schön, dass wir das Wort Gottes hören. Ein bisschen über einige Sachen reden. Zwischendurch dann auch wieder die islamischen Schriften aufmachen. So von allem etwas. Versteht ihr? Ist doch wundervoll. So stärken wir uns doch. Und hören immer das Wort Gottes. Was natürlich wichtig und richtig ist. Der Geist, der in euch ist, braucht ihr auch Stärkung oder nicht? Oder wollt ihr ihn einfach verkümmern lassen oder wie? Ist das okay, sich mit 23 taufen zu lassen? Natürlich. Wenn du dich bewusst für den Herrn Jesus Christus entschieden hast, dann ab geht's. Ist der Herr Jesus Christus dein Herr und Gott? Glaubst du, dass er für deine Sünden stellvertretend bezahlt hat? Auf geht's. Lass dich taufen. Glaubst du an seinen heiligen Namen? Glaubst du, dass er Gott, der Allmächtige ist, der ins Fleisch gekommen ist? Glaubst du an den Vater, an den Sohn, an den Heiligen Geist? Den drei einen Gott. Auf geht's. Lass dich taufen. Denk nicht lange darüber nach. Ja, perfekt. Dann ist doch gut. Ja, wenn du daran glaubst, dass der Herr Jesus Christus stellvertretend für deine Sünden bezahlt hat und du Buße getan hast und du aufrichtige Reue vor ihm gezeigt hast, dann los geht's. Dann lass dich taufen. Auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aide, yalla, taufe. Aide, bre. Aide, bre. Hast du dich getauft? Ja, natürlich. Ich hab mich taufen lassen, damals in meiner Gemeinde, wo ich noch in der Gemeinde war. Aber hab ich euch erzählt, was diese Gemeinde da gemacht hat, wo wir gesagt haben, wir waren so enttäuscht, so enttäuscht. Unglaublich. Das werde ich niemals vergessen, was diese Gemeinde gemacht hat. Mein Bruder und ich haben von unserer eigenen Tasche haben wir Geld bezahlt, damit wir Flyer drucken konnten, damit Leute zum Vortrag von meinem Bruder kommen. Wir standen in der Kälte, standen wir in der Stadt, um den Leuten die Flyer zu verteilen. Weil stundenlang von unserem eigenen Geld Evangelisation machen, obwohl wir eine Gemeinde hatten in unserem Hinterm Rücken, die haben uns nicht einmal geholfen. Unglaublich. Aber die haben uns wenigstens den Raum zur Verfügung gestellt. Das war wenigstens ein gutes Ding. Aber dann sehen wir auf der anderen Seite, wie sie auf einmal 10.000 Euro für ein Grillfest ausgeben mit Kombination Evangelisation. Wisst ihr, wie viele Leute gekommen sind? Nicht ein einziger kam dahin, um das Wort Gottes zu hören. 10.000 Euro in den Sand gesetzt für diese Grillfest oder was und niemand ist gekommen. Und mein Bruder und ich von unserer eigenen Tasche haben wir es bezahlt, diese ganzen Flyer und standen da in der Kälte, haben gedruckt und da kamen fast 100 Leute zum Vortrag. Halleluja, gepriesen sei der Jesus Christus. Und mehrere Leute haben sich auch noch an dem Tag bekehrt, nach dem Vortrag. Unfassbar, ne? So heftig ist das. Ja, fassungslos, fassungslos. Anstatt die Gemeinde meinen Bruder unterstützt hätte mit allem Möglichen und mitgeholfen hätte mit den Flyern drucken und verteilt hätte, damit die Leute sehen, dass es den Satan hier auf dieser Erde gibt. Und wenn es Satan gibt, dann gibt es auch Gott. Und so lässt es die Leute dann sehen, das, was hier auf dieser Welt abgeht. Ihr habt ja alle mit dem Vortrag meines Bruders geguckt, Illuminati, das größte Geheimnis der Welt entschlüsselt. Weißt du, wie viele Leute sich an diesem Tag bekehrt haben? Jedes Mal, wenn die Leute kamen, der ganze Raum war voll und die Leute haben den Herrn Jesus Christus direkt vor Ort angenommen. Halleluja. 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 Okay. Okay. Ja, da waren wir wirklich fassungslos. Das war so heftig. Mein Bruder, könnt ihr euch da ein Liedchen von singen, wenn der hier drin wäre. 10.000 Euro in den Sand gesetzt, damit niemand kommt. Die Leute kamen dahin, um sich den Bauch vollzuschlagen und dann sind die wieder abgehauen. Kannst du niemandem erzählen. Rudolf, Armin, ich habe eine Frage. Ja, gerne. Wenn du möchtest, kannst du da reinkommen. Armin, dein Hund hat den Koran. Hat nicht geklappt. Ah, jetzt hat es geklappt. Ich habe euch beide reingeholt. Hi. Hi, Gott segne euch beiden hier. Wundervoll. Gott segne dich auch. Gott segne dich auch. Armin, ich habe eine kurze Frage. Weil du gerade so eine Gemeinde geredet hast. Hast du jetzt gar keine Gemeinde mehr? Nee, zurzeit habe ich keine Gemeinde, nein. Ich habe zurzeit keine Gemeinde, nein. Weil das ist ja, wie ich das weiß, als Christ auch wichtig, dass man eine Gemeinde hat, ne? Ja, ich weiß, ich weiß, aber in meiner Gegend irgendwie, ich finde keine gute Gemeinde. Aber ich werde auch demnächst mal schauen, ob ich irgendwo eventuell dann gleich ein paar Kilometer weiter fahre, um eine Gemeinde zu finden, ein bisschen Gemeinschaft zu arbeiten. Wir haben jetzt von Freitag bis Sonntag Gemeindetage gehabt, drei Stück. Da war ein Bruder aus Hamburg da. Der ist sehr, sehr interessant. Der ist von Gott sehr gesegnet. Der hat auch viel Ahnung. Das war richtig schön. Da haben wir die Könige durchgenommen, ab Freitags. Dann haben wir uns abends nochmal getroffen. Da auch nochmal voll geredet über die Bibel. Alles haben uns so Stellen rausgesucht, zum Beispiel Matthäus und sowas. Und dann Samstag haben wir dann auch nochmal gesprochen, Sonntag nochmal Offenbarung gemacht. Das war richtig schön. Jeden Tag Gemeinde, lange. Dann haben wir uns abends nochmal alle getroffen zusammen. War richtig schön. Ja, wundervoll. Deswegen weiß ich, wie schön das ist, Gemeinde zu haben. Ja, natürlich ist das schön. Ich habe die Gemeinde auch gemocht. Ich habe es auch genossen, dort immer mit den Geschwistern sonntags uns zu treffen, auch an Bibelkreisen teilzunehmen und alles. Aber was wir dann dort erfahren haben, hat uns natürlich ein bisschen sprachlos gemacht. Ich habe heute einen gewaltigen Vers gelesen, den wollte ich dir mal vorlesen. Ja, bitte. Auch für die Brüder hier drin. Der war richtig schön. Ich muss mal kurz die Bibel aufmachen. Und zwar ist das Matthäus. Ich muss kurz raussuchen. Matthäus. Das ist Matthäus 11, 27. Das kennst du bestimmt. Matthäus 11, 27. Ja. Lies uns vor. Ich suche das gerade raus. Einen Moment. Ich habe hier die Lutherbibel. Das ist nicht, das ist die Bibel, die wir mal in unserem Auto haben hier. Und da, bei meiner Bibel, ich habe da eine, wo das direkt von außen schon steht. Jetzt suche ich gerade hier Matthäus 11. Matthäus 11, 27. Und zwar steht hier. Alles ist mir von meinem Vater übergeben worden. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater. Und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn. Welcher der Sohn es offenbaren will. Kommt her zu mir alle, die ihr müde, die schon beladen seid. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft. Das war, dass er auch sagt, dass Gott sagt, dass Jesus der Sohn ist. Und Jesus sagt, dass Gott der Vater ist. Und dass man nur durch ihn zu Gott kommen kann. Das habe ich in den Vers erkannt. Und das ist mir groß geworden. Das wollte ich mal sagen, auch an den Geschwister hier. Der Jesus Christus sagt ja immer wieder, dass er der Weg ist. Dass er der Weg ist in den Himmelreich. Dass er der Weg ist zu Gott, dem Vater. Und ohne ihn gibt es auch keine Errettung, kein Himmel, kein gar nichts. Es gibt keinen anderen Weg als nur durch ihn. Ganz genau. Bravo. Amen. Amen. Ich habe auch eine kurze Frage. Ja, Kiki. Ist das Taufen mit dem Feuer verboten? Taufen mit dem Feuer, das, was die charismatische Gemeinde da macht, meinst du? Ja, aber ich habe irgendwo, glaube ich, gesehen, dass das nicht gut sein soll, wenn man sich mit dem Feuer taufen lässt. Du weißt ja, der Jesus Christus ist ja derjenige, der mit Feuer tauft. Und zwar in einem anderen Kontext. Das hat mein Bruder auch sehr oft erklärt. Eben, das habe ich auch in Matthäus gelesen. Der, der nachgekommen wird, wird viel mächtiger sein. Der wird durch mit dem Heiligen Geist um Feuer taufen. Ja. Ich habe hier auf T-Clock tummeln sich auch einige rum, die dann hier dann anfangen, ganz komisch da so voll nervös rumzuzittern. Also so rumzumachen. Also ganz komische Bewegung machen die auf einmal. Und dann sind die da auf einmal Vater, den Vater so am Anbeten. Und dann auf einmal fangen die mit Bajadalabalaba. Und dann geht es auf einmal los. Ich denke mir so, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das bitte? Das hat doch nichts mehr mit Heiligem Geist zu tun und in Zungen zu sprechen, in verschiedenen Sprachen, verständliche Sprachen. Das ist irgendein Gebrabbel, den die sich da ausdenken oder was. Das kann doch nicht von Gott sein, sowas. Ja. Ich habe gestern das Video gesehen von dir und Samra. Ja. Dieser Typ ist so ein Provokant, ne? Ja. Der hat so viele Umkreisungen gemacht wegen seinen Sufi-Tänzen. Er ist ein Sufi. Amir, lass mich ausreden. Amir, lass mich ausreden. Ja, der will immer ausreden, aber selber lässt er niemanden ausreden. Hast du gesehen, als er gegen meinen Bruder da am diskutieren war? Ja. Er selber redet die ganze Zeit. Wenn mein Bruder dann dran ist, fällt er ihm ins Wort und sagt, lass mich doch mal ausreden. Wie respektlos bist du? Wächle nicht vom Thema, wächle nicht vom Thema. Er ist so fertig, der Typ. Egal, Gott segne ihn und seine Familie. Ich war auch mal mit ihm live und dann wollte, dass ich... Welches Video das ist auf YouTube online? Dann schreibe einfach Amir vs. Samra oder Reza vs. Samra. Es geht, glaube ich, so 40 Minuten, aber lachig garantiert. Das Video ist auf YouTube. Ich schreibe einfach Amir vs. Samra oder Reza vs. Samra. Hier waren ja beide mit ihm live. Da sollte es kommen, das ist, glaube ich, so 40 Minuten geht das Video. Jetzt müssen wir uns zu räuchern, ey, das kann nicht mehr wahr sein hier. Unser Doktor Scheich Abu Amir. Was? Unser Doktor Scheich Abu Amir. Doktor Scheich Abu Amir, was für eine Kurzfigur ich geschaffen habe. Mit Doktor Scheich Abu Amir, ne? Unglaublich. Ich sag dir, Amir, wenn du den Shisha-Tabak rausbringst, soll ihm so richtig Geld. Was? Die Leute kaufen das. Die Leute würden dann Shisha-Tabak kaufen, das weiß ich. Ja, natürlich. Was denkst du? Wenn ich meinen Shisha-Tabak rausbringe, dann ist es Feierabend. Dann können die ganzen Araber-Banden ihre Shisha-Cafés und mein Shisha-Tabak zur Seite legen. Dann kommt Doktor Scheich Abu Amir in so sein Kleid mit Saudi-Ding und dann mit so zu mußchen. Und mit Allas Best Kennet. Da gibt es Tabakoflavor für alle, dann dröhnt richtig rein, dann kickt rein. Ja, so ist das alles. Na gut, ich muss weiterarbeiten. Ich meld mich wieder. Okay, alles klar. Ich wünsche dir alles Gute, mein Freund. Ja, dir auch. Macht's gut. Dankeschön. Ciao. Ciao. Amir, brauchst du deine Shisha-Tabak bitte mit ABK auf? Sonst nix gut. Sonst nix gut. Willst du noch eine Frage stellen, lieber? Nein, das war eigentlich... Okay, wenn du noch was willst, dann kannst du ja mal wieder hier hochkommen, ja? Natürlich. Gott segne dich. Okay, Gott segne dich und deine Familie. Danke dir, dass du da warst. Ist Schwester Marian hier drin, ne? Ich muss mit dennoch Suche 66 Vers 1 durchgehen. Marja, bist du hier drin, ne? Nee, die ist, glaube ich, nicht hier so. Ja, also, wenn auf einmal diese Leute anfangen, dann in Zungen zu sprechen, das hört sich für mich so komisch an, ne? Ey, das ist auch irgendwo so unheimlich, ne? Entschuldigung, aber das hört sich so heftig an, ey. Das ist so krass. Der Herr Jesus Christus hat ja die Apostel ausgesendet, dass sie in verständlichen Sprachen zu den Menschen sprechen. Und nicht in einem Gebrabbel, was überhaupt niemand versteht. Geheimsprache. Ja, es kann sein, dass es auch Löffelsprache ist. Kennt ihr das noch? Ich hichte Pflicht und mischte Licht. Dann kann ich auch Löffelsprache mit euch sprechen, ey. Das ist krank, ey. Einfach. Entschuldigung, aber das geht nicht in meine Birne rein, diese Leute, die dieses... Ich glaube, die haben einen ganz anderen Geist empfangen. Wow, Cowboy. Thank you. Baby gekrabbeln, ja, ja. Danke dir, Kiki. Danke, Alexo, danke dir. Wow. Indiana Jones, Aka, Dr. Schecher war mir. Wir haben das noch nicht zu Ende gehört, ihr Lieben. Psalm. Wir müssen den Herrn preisen. Wenn wir jetzt schon keine... Danke dir, danke dir, mein Lieber, danke schön. Wenn wir jetzt nicht gerade in einer Gemeinde sind, aber wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da würde ich mitten unter Ihnen sein. Das wisst ihr ja. Der Herr Jesus Christus ist ja mitten unter uns, ihr Lieben. Der Herr segnet uns, der Herr behütet und beschützt uns. Und er lässt auch sein Angesicht über uns leuchten, weil er uns liebt. Es gibt niemanden Vergleichbares, der uns mehr liebt als der Herr Jesus Christus. Seine Liebe ist so groß, das kannst du nicht mit irgendwelchen menschlichen Lieben vergleichen, die dich nur bedingt lieben. Denn er liebt dich bedingungslos. So ist das. Er möchte halt nur, dass du eine Entscheidung freiwillig für ihn triffst. Freiwillig. Nicht gezwungenermaßen, dass jemand ein Schwert an deinen Hals hängt und sagt, entweder du glaubst an Jesus, danke dir, entweder du glaubst an Jesus Christus oder du gehst gleich in die Ewigkeit. Das ist nicht Gott. Nein. So wie Mohammed das von diesem Engel empfangen hat und gesagt hat, why is to be safe? Umir tu an unqatila nait hatta yashadu an la ilaha illallah. Ja, ich wurde mit dem Schwert entsandt, gegen alle Menschen zu kämpfen, bis sie bezeugen, dass es keinen Gott gibt außer Allah und ich der Gesandte bin. Kommen Sie dieser Forderung nach. So ist Ihr Leben und Ihr Besitz von mir sicher. Heftig, ne? Mohammed hat einfach mit dem Schwert in die Leute reingeklatscht und die Leute zum Islam gezwungen, ne? Daher müssen wir uns sofort die Frage stellen, wer ist dieser Engel, der Mohammed diese Sachen diktiert hat? Gott der Bibel möchte, dass du aus Liebe heraus eine Entscheidung für ihn triffst. Der Gott des Islams beauftragt seinen Propheten und seine Anhänger, gewaltsam die Welt zu erobern. Merk dir den Unterschied zwischen ich lasse die Freiheit, weil ich dich liebe und ich diese Liebe von dir erwidert haben möchte und ich dich nicht zwinge und so ich zwinge dich, meinen Glauben anzunehmen. Wahnsinn, ne? Absolut teuflisch, merkt ihr das? Absolut teuflisch. Und letztes Mal bin ich erst mal mit euch durchgegangen, wo ich Schwester Mariam hier gebeten habe, die Suche 9, Vers 29, für uns die Auslegung dazu von Ibn Kathir und die ganzen Mufasserien dann vorzulesen. Da waren die meisten hier geschockt, also was heißt die meisten, alle waren hier geschockt. Alle waren geschockt, was die Muslime eigentlich von ihrem Gott befohlen wurden, was sie mit den Christen und Juden und alle Andersgläubigen anstellen sollen. Der Herr Jesus Christus sagt in Johannes 14, 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Unser Gott ist gut, heilig, gerecht. Amen. So ist das. Der Herr Jesus Christus ist gut, der ist heilig, gerecht. Er lässt uns die freie Wahl, ne? Freier Wille. Der Herr Jesus Christus offenbart sich immer den Menschen, ja. Aber der Mensch muss ja auch die Zeichen Gottes ja auch wahrnehmen. Und nicht einfach sagen, oh, nee, das reicht mir immer noch nicht. Also wie viele Beweise braucht man denn noch? Es gibt einige Menschen, da könnte der Herr Jesus Christus vor ihnen stehen und die würden nicht an ihn glauben. Das ist das Kranke. Bekommst du von Muslimen Mordung? Jeden Tag, tagtäglich, aber das geht so einem, das prallt an mir vorbei. Die wissen, dass sie mich nicht bedrohen können oder was. Amir, kannst du mich bitte taufen? Ist das möglich? Ja, ich würde am liebsten sehr viele taufen. Aber wenn ich einen Aufruf starte, habe ich ja gesagt, das ist alles ein bisschen problematisch. Ich bin ja keine Person, die einfach so einen Aufruf startet und dass eventuell, also dass wir glimpflich davon kämen. Es könnte sein, dass wir dann Gefahren ausgesetzt sind wegen mir halt, wegen meiner Person. Ihr wisst ja, dass ich so eine gefährdete Person bin. Und ich möchte euch, ich möchte nicht, dass ihr auch noch in Gefahr gebracht werdet. Captain K meldet sich, 50 km sichtweit. Ja, super. Danke, ihr Lieben, danke schön für die ganzen Likes. Ihr wundervoll. Meine Mutter hatte Nahtoderfahrungen. Es gab aber dort keine 72-Jungfrau. Es gab höchstens eine 72-jährige Jungfrau. Hallo, bin ich hier richtig? Hä, bin ich einer der Hunde der Elten? Hallo, ich sehe jemanden. Für dich würde ich so Waffe greifen, um dich zu schützen, Bruder. Nein, nein. Ich weiß, wie du das meinst, aber du weißt ja, der Jesus Christus hat ja gesagt, pack das Schwert ein. Denn wer zum Schwert greift, wird umkommen durch das Schwert. Ich weiß aber, wie du das meinst, weil wenn man sieht, dass ein Bruder dann in der Not angegangen wird und der gerade fast sein Leben am Verlieren ist, würde man natürlich versuchen, alles daran zu setzen, ihn da rauszuholen. Ich muss dir nur noch kurz was sagen, damit du mir deine Meinung dazu sagen kannst. Ja. Dort, wo ich arbeite, habe ich jemanden kennengelernt. Das war ein Stammkunde von uns. Ja. Und ich bin immer irgendwie weiter mit ihm ins Gespräch gekommen. Und dann hat er mir gesagt, ich habe gedacht, er war Christ. Und dann hat er mir gesagt, dass er ein Muslim ist. Oh. Wie? Okay. Und dann habe ich ihm gesagt, wieso er den Christentum verlassen hat. Dann hat er gesagt, er hatte einen alten Kumpel, der ihn dazu aufgefordert hat. Er hat ihm den Islam gut gepredigt, sage ich mal. Er hat ihm den Islam gepredigt. Ja. Einfach, dass es eine schöne Religion ist und, und, und. Also, äh, mit ihm Takriya betrieben. Mehr ist das geil. Er hat sich angelogen, dass der Islam eine schöne Religion wäre. Und dann hat er aus Dummheit heraus eine Entscheidung für den Islam getroffen, ohne sich selbst zu informieren. Richtig? Genau. Und dann habe ich ihm gesagt, er soll zum Christentum zurückkommen. Und dann habe ich ihn gefragt, ob er eigentlich beendet ist. Wisst ihr noch, als der El-Kurdi das zu mir gesagt hat, meinte er, du, warum verlässt du den Islam? Bist du eigentlich bekloppt? Der El-Kurdi, ey, werde ich nie vergessen. Erzähl weiter. Entschuldigung. Und dann hat er gesagt, einmal im Islam, immer im Islam. Und dann hat er die Al-Fatih aufgesagt. Und das hat mich dann geschockt, weil du bist ja nicht gefangen. Du hast ja deinen freien Wille. Und ich weiß nicht, wie ich ihn dazu bringen soll, wieder zum Christentum rüberzukommen. Ja, wenn er einmal drin war, weiß ich ja, dann kommt dann Hebräer 6 in Betracht. Wenn er teilhaftig des Heiligen Geistes wurde, abgefallen ist, dann gibt es keinen Raum mehr zu Husefäden. Das Schlimme ist, ja, er glaubt, er ist, er ist vom Glauben im Islam, aber er liest nicht mal den Koran. Also er glaubt nicht an die... Dann wird er selbst von seiner neuen Religion dann zur Rechenschaft gezogen. Ich verstehe, ich arbeite tagtäglich mit so Menschen und ich verstehe nicht. Ich will die unbedingt zurückholen. So wie du mich durch deine Videos, will ich das auch das Gleiche tun. Ja. Du bist durch die Videos zurückgekommen, wie meinst du das denn? Erzähl mal. Ich wusste, wie soll ich das erklären? Ich hatte, ich... Also du warst schon immer Christ, aber hast du auch nicht so viel zu tun gehabt mit Jesus oder was? Genau, von Geburt aus war ich Christ und ich habe einen Kumpel, er ist Aramäer und er hat mir immer vom Christentum erzählt und in der Schule war ich hauptsächlich nur mit Moslems und die haben dann halt immer den Christentum schlecht geredet und dann, ich konnte ja nicht mit argumentieren, gell? Weil ich... Siehst du, guck mal, wir haben hauptsächlich des Christentums schlecht geredet, aber wenn ich dann aus den islamischen Schriften zitiere, sagen die, warum bist du denn so respektlos, warum machst du so, das ist Hetze, aber wenn sie über die Bibel reden, das ist gar kein Problem, siehst du, alle Muslime sind so, aber wenn man über den Koran redet, dann wollen die dich mundtot machen, das ist... das Geist ist krank, Mann. Und jetzt kommt das Beste, dann hatte ich die Schnauze voll von denen, hab mir ein Heft gekauft und hab sieben Seiten geschrieben, recherchiert und Fehler gesucht im Islam. Und auch teils durch deine Videos auch Sunnah Abidaud das, wo Aisha gemästert wurde mit Gurken und Datteln. Und dann bin ich am nächsten Tag in die Schule mit diesem Heft und hab gesagt, so kommt jetzt alle wieder hierher und jetzt reden wir wieder über den Christentum. Sehr gut, siehst du, die meisten Christen wissen sich dann nicht in dem Moment zu helfen, weil die nicht auch wissen, wo sollen die denn überhaupt suchen, wo sind denn diese ganzen Sachen versteckt, diese ganzen Sachen, die die Muslime gerne auch unter den Teppich kehren würden, aber ich bringe das ja alles nach vorne und helfe ja meinen Geschwistern, verstehst du, damit sie gewandelt sind. Natürlich. Und dann erste Frage, ich so, ist das Glücksspiel rauchen und trinken verboten? Sagen die ja, ist verboten. Ich so, aber dann widerspricht sich deine Aussage mit der Aussage aus dem Koran, weil im Koran steht, dass man sich aus den, warte, wie ist das gestanden? Aus den Frühstücken und der Gattelpfeil, wenn sich rausstrahlt. Genau. So bereit. Und dann ein bisschen später… Dr. Sherabu Ahmed ist da, mach dir keine Sorgen. Der Mann für alle Fälle. Und im nächsten Dings, ein paar Suren später steht, Odi glaubt, berauschende Trankung, Glücksspiel, Opfersteine, bla bla bla, sind ein Gräuel vom Teufel. Ja genau, das Werk des Satans. Genau. Das hatten wir gestern, hat er das gesehen, als dieser Muslim hier drin war. Auf einmal hat er zugegeben, ja, Alkohol war erlaubt, aber vorher sagt er, nee, Alkohol war nicht erlaubt. So fängt er an. Und dann, als wir das durchgegangen sind, hat er zugeben, sagt er, ja, Alkohol wurde dann Stückchen für Stückchen aufgehoben. Er kannte das alles, aber er wusste, wenn er jetzt darauf antwortet, dass der Islam wie so eine dumme Religion dasteht, verstehst du? Ja, und dann habe ich ihnen das gesagt und dann sind die verzweifelt gewesen, weil die konnten mir keine Antwort geben. Die haben dann einfach gesagt, ja, aber früher war das noch gut, jetzt dann, wo dieser Absatz gekommen ist, ist das verboten. Ja, aber die Frage bleibt ja trotzdem offen. Wusste Allah nicht, dass er erstmal das Werk des Teufels erlaubt? Erlaubt einfach. Er sagt, ja, ihr könnt euch Rausch tranken und gute Speise zubereiten. Später denkt er, später kommt er dann auf den Gedanken, einfach ein Vers zu offenbaren, wo er sagt, Lospfeile, Glücksspiel, Opfersteine sind das Werk des Teufels, also meidet es. Ja, Allah, du hast doch das Werk des Teufels erlaubt. Du hast es sogar gesagt, dass es Allah wäre. Die haben dann halt einfach alles vom Thema abgestritten und haben gesagt, nein, 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 das stimmt nicht, das stimmt nicht, ich werde für dich beten. Ja, ja, weil die keine Ahnung mehr hatten. Auf einmal nur noch, ich werde für dich beten, weil die sich im Grund und Boden geschämt haben. Die haben einfach Pier Vogel Videos geguckt und dann haben die versucht, dich ein bisschen damit so zu beeindrucken und dann auf einmal wurden sie mit ihren eigenen Schriften mal konfrontiert und dann auf einmal, ja, ja, ich bete für dich. Wie heißt Pier Vogel? Dr. Scheich Schweinefurt? Dr. Scheich Schweinefurt, genau. Der ist die Oberhärte, der Typ. Aber seine Mutter ist noch Christin. Hast du das Video gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen, ehrlich? Seine Mutter ist Deutsche, ja, das weiß ich. Seine Mutter ist Christin und es war ein Reporter bei ihm zu Hause und haben ihn gefragt, ob er versucht, seine Mutter... Ach, du meinst der Pier Vogel, meinst du, oder was? Ja, ob er versucht, seine Mutter zum Islam zu bekehren? Ja, das mit seiner Oma habe ich ja gesehen, das hat er ganz Deutschland gesehen. Ja. Dann hat die Oma gesagt, nein, sie bleibt Christin, bis sie stirbt. Ja. Danke. Aber ist schon krass, gell? Also, sobald man sie wirklich mit den eigenen Schriften anspricht, dann leugnet sie alles ab? Ja, natürlich, das ist dann schwierig für den einen oder anderen Muslim. Wenn er dann auf einmal liest, dass Mohammed... Danke, Rudolf. Danke dir, mein Lieber. Eine Runde Karussell fahren. Danke dir, Rudolf. Wenn Muslime auf einmal sehen, dass Mohammed ein sechsjähriges Kind geheiratet hat, das mit Puppen spielte, mit neun Jahren die Ehe vollzogen hat, unzählige Menschen gequält hat und ihnen wechselseitig die Hände und Füße abgeschlagen hat, mit heißen Nägeln die Augen zugemacht hat, Frauen vergehen, du weißt schon, und die Frauen von seinem Adoptivsohn ausgespannt hat und diese ganz unzähligen Sachen. Natürlich wird der Muslim dann auf den Gedanken kommen und sagen, denn die Muslime erzählen mir immer, dass das der beste Mensch der Welt ist. Wenn ich dann aber, wenn wir dann selber dann aufschlagen, sehen wir auf einmal, dass das der sündhaftigste Mensch ist, der je gelebt hat. Richtig? Ja. Was dann auf einmal für ein Bild ans Tageslicht kommt, wenn man die Schriften durchgeht. Danke, ihr Lieber. Ich habe einen Kumpel bzw. der war damals mit mir auf der Schule und der hat gesagt, als er in der Moschee war und gebetet hat, und den Koran gelesen hat, hat er gelesen, dass der Koran noch nicht vollendet ist. Das hat er mir gesagt, zumindest. Also der Koran ist nicht vollständig, ne? Ja. Ja, ihr wisst ja, dass der Steinigungsvers und das Brustsaugen eines Erwachsenen nicht mehr im Koran zu finden sind, obwohl es im Koran zu der damaligen Zeit drin war und die Leute das rezitiert haben. Das müsst ihr euch mal geben. Es war zu der Zeit im Koran zu finden, die Muslime rezitierten es und praktizierten es, aber heute finden wir keine fünf Stillgänge mehr, gar nichts. Weil das scharf die Fersen oder die Suri gefressen hat. Weil das scharf die Fersen gefressen hat und die meisten Muslime schämen sich in Grund und Boden und versuchen, wie ich euch das erklärt habe, in der Überlieferungskette jemanden zu finden, der nicht vertrauenswürdig ist. Aber wenn wir so vorangehen, das ist ja Quatsch bei, wie heißt der, der Sheikh al-Albani, der hat ihn als Hassan eingestuft, gesund. Und bei Ibn Hasim ist der Sahih sogar korrekt. Du siehst also, dass Gelehrte ihn unterschiedlich einstufen. Und das sind aber gute, große Gelehrte, die ihn auch als authentisch befinden, Nadis, mit der Ziege. Und dann sehen wir auf einmal, wie dann Muslime verzweifelt in der Überlieferungskette jemanden suchen, der nicht vertrauenswürdig ist. Und dann auf einmal werden sie dann fündig und sagen, seht ihr, dieser Hadith ist schwach, also erfunden sozusagen. Aber das gleiche Prinzip könnten wir auch am Koran anwenden. Deswegen habe ich euch das ja erklärt. Der Koran hat ja auch eine Überlieferungskette. Und in der Überlieferungskette kommen zwei Namen vor, die als Betrüger, Lügner, Heuschler, Hadith-Erfinder Lügengeschichten über Mohammed erdichtet haben. Und die haben den Koran übermittelt. Ja, welcher Muslim würde denn sowas dann akzeptieren? Da müssten sie ja ehrlich genug sein und sagen, wir müssen den Koran ja auch ablehnen. Der ist ja auch daiv. Der Koran ist daiv. Bei vielen ist es ja so, dass sie in den Islam reingeboren werden. Und dann kannst du ja nicht einfach sagen, ey, ich trete aus dem Islam aus. Nee, dann wirst du erstmal Nackentherapie bekommen. Nein, also... Wie geht die sogenannte Nackentherapie? Ich glaube, würde ich meinem Vater sagen, dass ich aus dem Christentum austrete? Ich glaube, der würde auf der Stelle, der würde mich rauswerfen und zusammenschlagen. Ja, aber das ist doch nicht richtig, Mann. Das ist doch nicht richtig. Nein, also... Für uns... Ohne jetzt etwas zu verletzen, aber für uns macht der Islam wenig Sinn. Ich komme jetzt gleich wieder. Ich hole dich gleich wieder rein. Ja, bis gleich. Alles gut. Ich komme jetzt sofort wieder, Leute. Das ist doch ein Fisch. Der... Oあぁ... Vielen Dank. 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 Amen. 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 Liebe zur Welt ist Feindschaft zu Gott. So sieht es aus. Er wollte mir noch ein Stück Brot geben, bevor ich hier gehe. Er hat gesagt, es wäre das Leib von Jesus. Ich wusste nicht, ob ich das dann annehmen soll. Ich habe gesagt, nein, danke, kannst du selber behalten. Okay. Weil aus einer Kirche... Schau mal, ganz kurz. Ich hole dich gleich wieder rein. Ich hole mal jemanden hier rein. Na, rutschst du gleich wieder rein. Ja, Kiki, bis gleich. Bis gleich. Wie geht es dir? Ach gut, wir haben gestern miteinander gesprochen, ne? Ich weiß, dein Kollege, der da so ein bisschen sich geschämt hat, oder was? Ja, richtig. Aber die Sache ist, ich wollte ihn überzeugen, dass seine Sachen so stimmen, aber der glaubt einfach gar nichts. Der sagt, du würdest nur Quatsch erzählen. Und du weißt ja, was die alles so sagen, ne? Wie die anderen auch. Ja, also für diejenigen, die ein bisschen Gehirn noch in ihrem Schädeldecke haben, die wissen ganz genau, dass ich nicht lüge, dass ich keinen Quatsch erzähle, sondern dass alles so verzeichnet ist. Alles ist so verzeichnet. Und das kann keiner mehr mit seinem menschlichen Verstand noch vereinbaren, was Mohammed in seinem Leben getan hat, was der Koran da fabriziert. Ich habe ihm sogar diese Seite gezeigt, die du manchmal auch nennst, diese Sunna.com, ne? Sunna.com, ja. Ja, da habe ich ihm auch was gezeigt, da sagten alle das Fake-Seite. Da kam einmal ein Muslim hier rein, sagte zu mir, ach, du haben hier mit dein Sunna.com seid, das ist von Juden und Amerikanern in die Welt gerufen. Dann sage ich, okay, nehmen wir mal an, das ist von Juden und Amerikanern in die Welt gerufen worden. Wie kann es sein, dass sie dir sogar die Buchreferenz angeben, dass du zu deiner blöden Buchregal gehst und das Buch rausholst und aufschlägst? Wie kann das sein? Ja, die bringen ja sogar Beweise, die nennen ja alles, wo das steht, ne? Ja, das ist nur eine faule Ausrede. Merkst du, die schämen sich in Grund und Boden, ne? Ja, ich glaube, die wollen das einfach nur nicht wahrhaben, so, weißt du? So sieht es aus. Ja. Ja, natürlich, das ist doch schwer. Ja, du siehst, dass die Hadithe Mohammed als einen sehr, 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 sehr bösartigen Menschen porträtieren, richtig? Richtig. So, und keiner möchte, dass sein Vorbild auf einmal so bösartig porträtiert wird, ne? Was hast du denn davon? Er braucht ja gar nicht ihm zu folgen. Ne, das ist ja so. Ja, das ist das, die meisten haben eine Abneigung gegen die Hadithe. Oder sie glauben an die Hadithe, aber sie machen so, das passt mir, das passt mir nicht. Und das ist wie so Supermarkt, gefällt mir ein bisschen davon, nehme ich mal ein bisschen hier und von, so. Ja, die picken sich nur so aus, glaube ich, das meinst du damit, was der gewinnt ist. Die picken sich nur das Schöne raus, genau so sieht es aus. Die harte Seite von Mohammed lassen sie außer Acht. Ja. Boah, was ich ganz heftig finde, Amir, was du auch genannt hast, war wirklich, dass Mohammed diese Sklavinnen hatte, ne? Sklavinnen hatte, das ist ja noch das kleinere Übel. Das ist ja noch das kleinere Übel mit den Sklaven, aber du musst dir mal vorstellen, was der mit diesen Dörfern angerichtet hat. Mit Banu Kureyza, Banu Al-Nadir, Banu Mustalek und, 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 diese ganzen Dörfer, die der angegriffen hat, die mir überhaupt nichts getan haben. Das waren die jüdischen Stämme in Medina, das waren ja diese jüdischen Stämme in Medina, die überhaupt mit Mohammed nie irgendwie Quinch hatten. Mohammed hat diese Leute einfach eiskalt angegriffen. und das in der Nacht so hinterrücks. Verstehst du? Ja, das ist heftig, ey. Ja, ich weiß gar nicht, warum die Muslime sowas nie ansprechen, ja. Ja, das sind Themen, die man natürlich dann unter den Teppich kehrt. Am besten finde ich immer, wenn du über Chef Ebrei redest, dass er die Behälmersten Fragen beantwortet. Ich frage mich, warum beantwortet er immer diese Fragen mit darf man oder darf man nicht, anstatt da über solche Themen zu reden, wie du redest, weißt du? Ja, das ist, ja, die versuchen Aufmerksamkeit zu generieren, ne, auf Kosten ihrer Religion. Naja. Oder ich sag, ja, keiner will mit dir debattieren von denen. Naja. Du siehst ja, was für eine faule Ausrede, die er auf einmal gebracht hat, der Sheikh Ebrei. Sagt er so, naja, ein Bruder von uns, der kennt den, er war niemals Muslim, das ist so seine Ausrede, der war unendlich diskutiert. Wie behämmert kann ein Mensch noch sein, sowas auch noch ins Netz zu stellen? Die Leute haben sich gefragt, hä, ist das also deine Ausrede, ihn zu diskutieren, nur weil du dir sagst, dass er eventuell kein Ex-Muslim war oder was? Wie behindert ist das denn? Ach, du willst nicht mit ihm reden? Ach so, okay. Was soll Sheikh Ibrahim sagen? Jetzt mal ehrlich, Yunus, was soll Sheikh Ibrahim denn sagen? Soll er seine eigenen Gelehrten angreifen, die ich zitiere? Soll er Ibn Kathir angreifen? Ist er höher als Ibn Kathir? Ist er höher als Al-Kurtubi? Ist er höher als Al-Jalalai? Ist er höher als Al-Tabari? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall, siehst du? Und deswegen denkt er sich so, warum soll ich das machen? Der Islam bekommt das doch nur ab. Und die Muslime kriegen dann erheblichen Zweifel am Islam. Also versuchen wir das Ganze, den Teppich zu kehren und das nicht zu tun. Ja, deswegen geht er das mit dem Arjen richtig. Aber jetzt bin ich jetzt immer, wenn du mit Hamdi unterwegs bist. Mit Hamdi nur Kopfschmerzen, ehrlich. Sieh mal dieses Lass mich ausregen. Ich werde bald, bald werde ich sein Gesicht hier auf meine Brust drauf tun, mit Kopfschmerz pur, Hamdi. Mit Kopfschmerz pur? Ja, und dann werde ich den Hadith hier unten draufschreiben mit hier Bartfärben, dass er zur Hölle fährt, weil er seine Barthaare schwarz färbt. So heftig, ne? Unglaublich. Er ist noch der Einzige von diesen Predigern, der mit dir sich unterhält. Ja. Du hast ja auch schon öfters mal so Videos gezeigt von Christian Prinz, ne? Und du meintest ja, wenn man sich die anguckt und so, dann hat man richtig Ahnung. Ich hatte sogar mal vor, so ein Buch von dem ich zu kaufen. Das nennt sich, glaube ich, Anlass Täuschung, ne? Anlass Täuschung, ja. Ja, nur die anderen, da war ich bisher immer unsicher, sagen wir mal, ja, der verdreht alle Worte und so, ne? Und deswegen habe ich das bisher noch gar nicht... Der verdreht alle Worte, er gibt doch nur das wieder, was dort verzeichnet ist und zitiert die ganze Tafside dazu, damit die muslimischen Gelehrten ihn unterstützen und gegen diese Eurushisha-Muslime sind. Eurushisha-Muslime. Ja, das ist echt so. Ich finde das auch immer gut, wenn du sagst, du bist sowieso schon laut Zure 5 Vers 51 raus. Ah, gut, hast du dir gemerkt, sehr gut, Zure 5 Vers 51, ja. Ich sage das jetzt mittlerweile auch zu den Leuten, zu denen das passt. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe gemerkt, mit den Sachen, die da halt nicht zusammenklappen, komme ich echt nicht zurecht, ja. Also, nur die Sache ist so, es ist echt schwierig zu sagen, ich verlasse das so, weil man ist eingeboren in die Religion und die Familie auch und so, ne? Wie ist denn deine Familie drauf? Du selber warst ja Muslim, wie ist denn so deine Familie drauf? Ist ja auch so konservativ oder ehrlich? Meine Familie sieht einen sehr modernen Islam aus. Okay. Also, da wird keinem vorgeschrieben, Kopftuch zu tragen und was weiß ich. Ja, da hast du wenigstens Glück gehabt, da hast du wenigstens noch Glück gehabt, dass du dich in so einer ganz, ganz heftigen muslimischen Familie da aufgewachsen ist, die dann auf einmal ultra konservativ ist, ne? Ja, ja, richtig. Es gibt ja hardcore muslimische Familien, ne? Das auf jeden Fall. Und ja, nachdem ich das da alles gehört habe, ey, ich komme da nicht zurecht. Ich meine, man soll sich ja auch selber nichts vormachen, weißt du? Ja. So, ja. Ja, aber gut, dass du dir Gedanken gemacht hast, das finde ich echt stark von dir. Ja, ja, durch dich. Gott segne dich, danke dir. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ja, ich weiß halt nur nicht, wie ich vorgehen soll, weißt du? Hast du dir keine Gedanken gemacht um deine Ewigkeit, okay, jetzt hast du den Islam verlassen, aber Gott muss es doch dennoch geben. Hast du dich nicht gefragt, wer Jesus Christus ist, was es auf sich hat mit der Bibel und so, ne? Aber der einzige Sache, was mir ein bisschen schwerfällt, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass ein Mensch, also Jesus, für all unsere Sünden gestorben ist, weißt du? Das ist ein bisschen schwer für mich zu begreifen, weil ich meine, so alle Sünden, weißt du? Ja, wer ist denn, wer ist denn in der Lage, unsere Sünden zu tragen, wer? Inwiefern? Ja, wer außer Gott ist in der Lage, unsere Sünden zu tragen? Nur Gott alleine, richtig? Richtig. So, also hat auch Gott selber sich entschieden, ein perfekter Mensch zu werden, ohne Sünde. Damit er die gesamte Sünde der Menschheit auf sich nehmen kann. Denn die Bibel sagt, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt kamen, durch Adam, musste auch wieder durch einen perfekten Menschen die Sünde aus der Welt getragen werden. Und das ist Jesus. Er repräsentiert den zweiten Adam. Verstehst du? Das musst du mal durchgehen, was es auf sich hat mit der Menschwerdung des Herrn und seinem Status, die Sünden der Menschen auf sich zu nehmen. Ja, ich habe mir jetzt auch mal vor kurzem eine Bibel bestellt, wie du gesagt hast, soll ich mal durchlesen. Das ist super. Das habe ich bei Amazon geguckt. Wundervoll. Aber siehst du, dass du dir Gedanken machst und der Herr dich auch zieht. Das ist so schön. Ich werde für dich beten, Jonas. Du musst auf jeden Fall anfangen, die Evangelien zu lesen und Jesus Christus kennenzulernen. Ja, manchmal gehe ich sogar in die Kirche. Nur um mir das anzugucken. Aber ich weiß, du bist ja kein Fan von Kirchen. Ja gut, aber versuche ein wenig Gemeinschaft zu haben. Und bitte den Herrn, dass er dir Geschwister zur Seite stellt, die dir dann helfen in deinem Glaubensleben. Ansonsten kannst du immer wieder hier reinkommen, wenn du Fragen hast und mit uns Gemeinschaft haben. Der Herr sagt ja, wenn zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, dann will ich mitten unter ihnen sein. So, der Herr ist ja mitten unter uns. Ja, ich war sogar mit meiner Tante in dieser Kirche. Selbst sie war total emotional in dem Moment. Heftig. Da siehst du mal, was der Herr macht mir in eurem Leben. Das ist unglaublich Hammer. Aber Armin, sag mal, gehst du überhaupt nicht in Kirchen? Als ich mich frisch bekehrt hatte, ging ich in die evangelische Kirche gegenüber, schräg gegenüber von wo ich gewohnt habe. Ich kannte mich an null aus. Ich dachte so, das ist Christentum. Ich bin da reingegangen, da war dieser Pastor da. Da waren ungelogen sechs oder sieben Leute, ganz alte Menschen waren dort drinnen. Sechs oder sieben Leute in einer riesen Kirche, alle Plätze leer. Sechs Leute. Und ich als junger Typ, so ein breiter Typ, siehst du halt im Leben leer. Aber was ich gemerkt habe, Kirchen sind immer so hart leer im Gegensatz zu Moscheen. Bitte? Kirchen sind immer so hart leer im Gegensatz zu Moscheen. Wie in Deutschland, weil Deutsche sind nicht so gläubig wie andere Länder. Weißt du, was ich meine? Die meisten sind ja aus der Kirche ausgetreten, aber die Gemeinden sind voll. Die freikirchlichen Gemeinden sind voll. Weil die Leute ja Gemeinschaft haben wollen mit wahren Geschwistern und biblische Lehre verinnerlichen wollen. Und in der Kirche, in der Großkirchen, findest du das ja nicht mehr. Da wird ja auch gar nicht mehr Jesus richtig gepredigt. Verstehst du? Ja, richtig. Reue, Buße, Umkehr, Wiedergeburt, sowas kriegst du nicht in diesen Großkirchen zu hören. Die Leute gehen also ungerettet rein, hören diesen Pastor zu und gehen auch ungerettet wieder raus. Das ist so ein Ärger. Das macht mich traurig, verstehst du? Ich habe gehört, mittlerweile gibt es sogar in einigen Kirchen diese Transgender-Zeug da und sowas. Sehst du, das kommt auch noch dazu. Weil der Satan versucht, das Christentum auf Biegen und Brechen zu zerstören. Und wo fängt er am besten an? Die ganzen Kirchen zu infiltrieren. Von dort aus fängt er an. Mit den Pädophilie-Vorwürfen der Pastoren und Priester, da fängt das an. Und dann geben die dem Glauben die Schuld, dem Herrn Jesus. Verstehst du? So verrückt sind die Leute. Die sagen gerade, guck mal hier, eure Priester und Pastoren. Ich will nichts mit Jesus zu tun haben. So heftig sind die Leute. Anstatt die das Wort lesen und sagen, ey, Moment mal. Jesus Christus sagt, aber wenn jemand von euch ein Kind anfasst, es wäre besser, dass ein Mühlenstein um seinen Hals gelegt wird und er ins tiefste Meer versunken wird. Du siehst also, dass die Handlungen dieser Priester und Pastorin nicht zu dem passen, was Jesus gesagt hat. Ja, das ist echt nützlich, ey. Aber ich frage mich echt, wie man in der Kirche sowas machen kann, ja. Wenn man sowas schon mit so einem Transländerzeug verbindet und so ein gottes Haus. Und daran merkst du, dass der Satan mit allen Mitteln versucht, Jesus Christus und seine Kirche zu zerstören. Damit ist ja die Gemeinde gemeint. Er fängt dann da an, weil er kann die Bibel ja nicht mehr zerstören. Die Bibel ist ja für uns alle da. Wir können sie aufschlagen, lesen, es ist vorbei. Der Satan hat keine Macht darüber, weil Gott sein Wort bewahrt hat und seine schützende Hand darüber hält. Also muss der Satan anders vorgehen und die Kirchen infiltrieren mit seinen Dienern. Verstehst du? Die Diener des Teufels, die sich eingeschlichen haben. Das meint der Jesus Christus mit Wölfe im Schafspelz. Und die Leute sind unvorsichtig, verstehst du? Ja, logisch, auf jeden Fall. Aber wir sehen, es gibt ja ganz viele Gruppierungen im Christentum auch. Beispiel Katholiken, Orthodoxen und so. Die unterscheiden sich doch total, oder? Ja, in sehr vielen Hinsichten unterscheiden die sich. Aber alle glauben daran, dass der Jesus Christus Gott ist und sie glauben alle an den dreieinigen Gott. Das ist an allen Kirchen gang und gäbe, dass sie an den dreieinigen Gott glauben und dass Jesus Christus der ewige Sohn Gottes ist. Das glauben alle Kirchen. Die katholische Kirche sagt zum Beispiel im kleinen Katechismus, wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist, dann bist du kein Christ. Und da haben sie absolut recht. Also glaubst du, dass alle Gruppierungen da auf dem richtigen Weg sind? In der Sache, dass der Herr Jesus Christus Gott ist? Ja. Sowohl die Orthodoxen glauben, dass er Gott ist, als auch die Evangelikalen und die Katholiken. Ein paar einzelne Katholiken, die dann in der Kirche sitzen und von Tuten und Blasen, keine Ahnung, die meinte ich gar nicht. Ich meinte, was die Lehre der katholischen Kirche sagt. Verstehst du? Ja. Die Bibel sagt, das habe ich dir gerade gesagt, im kleinen Katechismus steht, dass wenn du nicht glaubst, dass Jesus Gott ist, du kein Christ sein kannst. Deswegen frage ich mich, wenn auf einmal so Katholiken zu mir kommen und mir sagen, Jesus ist nur der Sohn Gottes. Die haben ja gar nichts begriffen, wer der Herr Jesus Christus ist und sein Status als Sohn Gottes. Verstehst du? Das hatte ich ja damals, als ich noch als Monteur gearbeitet habe für so eine große Firma, da hatte ich so einen polnischen Kollegen, der war römisch-katholisch. Und dann, als ich so zum Glauben gekommen bin, habe ich dann immer mit ihm darüber geredet. Und ich habe erkannt, dass der Jesus Christus Gott ist. Und er war schon immer Katholik gewesen. Meinte er, nein, Jesus ist nicht Gott. Jesus ist nur der Sohn Gottes. Und dann habe ich ihm erstmal alles erklärt. Ich muss dir mal vorstellen, ich als ehemaliger Muslim, der in den Glauben reinkommt, muss ihm erklären, der Christ ist, dass Jesus Christus Gott ist. Also so mit Hoffnissen. Als Exorz muss er es erklären, äfft dich. Aber er hat es begriffen, er hat es begriffen, er hat es begriffen und dann hat er mir auch recht gegeben. Er hat gesagt, ja, du hast recht. Deine Verbindung war gerade weg. Ja, also er hat es begriffen und er hat mir auch recht gegeben. Ja, hat er dir recht gegeben auch einmal. Ja, ich muss dann Stück für Stück mit ihm durchgehen, ne? Ich habe sogar die Bibeln manchmal mit auf die Arme genommen, um dir das alles zu zeigen. Aber was ich auch immer ganz lustig finde, du hast auch manchmal über die Zeugen Jehovas geredet, ne? Du hast da gesagt, die sind nichts anderes als Muslime. Das sind, äh, Muslime sind Zeugen Jehovas im Christengewand. Also, die Zeugen Jehovas sind Muslime im Christengewand, so ist das. Die Muslime und Zeugen Jehovas sind dasselbe. Oh man, das ist echt, echt. Ja, aber das ist auf jeden Fall, ne? Ich muss mich auf jeden Fall noch viel beschäftigen mit den ganzen Sachen. Ich werde mir auf jeden Fall auch mal dieses Buch von Christian Prinz da bestellen. Ja, dann kannst du erst mal ein gutes Allgemeinwissen, was den Islam, was für Allgemein. Du hast eine tiefe Studie, was den Islam betrifft, ne? Ja. Du wirst also die Ursprünge des Islams kennenlernen, wer Mohammed war, wer seine Familie war, von welcher Familie er kommt. Dann wirst du herausfinden, dass dein Vater ein sogenannter Jigolo war, der mit mehreren Frauen irgendwie Verkehr hatte zu der damaligen Zeit. Und seine Mutter genauso, die hatten sowas wie so einen Treffpunkt, wo man... Hier, wie heißt das? Wie nennt man das heutzutage, wenn sich so Pärchen treffen und sich gegenseitig ihre Frauen und Männer so tauschen? Ach, die gehen in den Swinger-Clubs. Swinger-Clubs, genau. So heftig kannst du das vorstellen. Das war das. So heftig war das. Sie gingen einfach umher und tauschten und machten und taten. Heftig, ne? Das ist geisteskrank, ist das? Das ist geisteskrank. So heftig war die damalige Zeit, wo Mohammed gelebt hatte, ne? Der vorigem damalige Zeit. Ja, und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich mir denke, das kann es nicht sein, weißt du? So, ich habe vorher immer den Islam so alles schön gefunden. Ich dachte mir so, wow. Heftig, ja, ich auch. Bis ich auf die Stichung kam, dass es sowas wie Saibuchadi gibt und diese ganzen Hadiths und Tafsid und so. Mich da erstmal durchzukämpfen. Was meinst du, was das für eine Mammutaufgabe erstmal für mich war? Bis ich dann Struktur langsam in dem gefunden habe, was ich da mache. Ich wusste also, wo ich was zu finden habe, wo ich zu suchen habe, was ich eingeben musste. Das ist so ultraschwierig, weil die Gelehrten des Islams, dieser modernen heutigen Gelehrten, alles ja verschweigen und unter dem Teppich halten, damit du schön dumm gehalten wirst und im Islam drinne bleibst. Meinst du, die machen einfach diese Themen auf, damit du erheblichen Zweifel am Islam bekommst? Nein, sie wollen nicht dumm halten, dass du im Islam drinne bleibst, damit du mit ihnen in die Ruhe fährst. So heftig ist das. Und deswegen hast du mal gesagt, man soll nichts hinterfragen, weil das wird ja auch im Islam vorgeschrieben. Genau, Surah 5, Vers 101 und Surah 5, Vers 102. Oh ihr, die ihr glaubt, fragt nicht nach Dingen, die, wenn sie euch enthüllt werden, euch unangenehm werden. Vers 102. Vor euch haben schon Leute nach solchen Dingen gefragt und sie sind ungläubig geworden. Verstehst du, wenn du im Koran intensiv durchgehst, wirst du 100 Millionen Fehler finden. Weil der Koran ein fehlerhaftes Buch ist, so eine Million prozentig. Allein die Tatsache, dass die Worte von Omar im Koran geschafft haben, ist eine einzige Katastrophe. Weil genau diese Worte, die er ausgesprochen hat, sind im Koran gelandet. Richtig. Ich hab gehört, auch einmal im Koran sollen auch ganz viele Seiten irgendwie fehlen, ne? Ja, auch. Mit unter anderem, ja. Ja, dann ist das ja gar kein vollständiges Buch. Ist kein vollständiges Buch. Lasst mich mal an einem Wochenende Zeit finden und euch die Verfälschung des Korans präsentieren. Ihr geht alle kaputt. Ihr denkt euch, der Islam ist ja das Allerschlimmste überhaupt. Was ist das denn für eine Religion? Ich hab das schon fertig, was. Ich hab das schon fertig. Wann machst du eigentlich mal wieder Videos auf YouTube? Ist schon länger her. Hab ich ja gesagt. Ich hab das gerade eben gesagt. Ich hab mich schon vorbereitet auf das nächste Thema. Die komplette Verfälschung des Islam, also Korans. Ja, ich mein, aber machst du das demnächst? Ja, ja, ich hab ja gesagt. Ich brauch nur ein Wochenende, wo ich mal ein bisschen Zeit habe und das Ganze dann als Video verpacke dann, ne? Ja, na, früher hast du oft Videos bei YouTube gemacht. Ja, ne, ich mach immer so einen komischen Zyklus, also so Rhythmus von ein, zwei Monaten immer. Sie ist ja immer, da lass ich mir so ein bisschen Zeit, weißt du. Aber weißt du, was ich immer geil finde? Dass du dich anziehst wie ein Araber. Ja, ich schlüpfe in die Rolle eines Scheels. Ich bin der echte Scheel, der den Unterricht gibt. Ich zitiere die ganzen wahnsinnigen Sachen. Ich sage das, was ein Scheel eigentlich sagen sollte. Ich bin der authentischste Scheel von ganz Deutschland und Österreich und Schweiz. Ich komme jetzt gleich wieder. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Ja, alles klar. Haben du die, Jesus? Ja, auf jeden Fall, wie heißt es mal, du hast auf jeden Fall recht. Der ist jetzt mein Kollege, mit dem du gestern kurz geredet hast, aber der war halt schüchtern, ne? Ja, das ist kein Problem. Lass ihn einfach, ist nicht schlimm. Du kannst ihn ja dennoch aufklären über die islamischen Schriften. Du kannst ihm das zeigen, mit ihm durchgehen und, ja. Die Sache ist immer, ich versuche den aufzuklären, ne? Weil der ist auch so ein Euro-Shisha-Muslim, weißt du. Ja, wer von dem ist keiner, ey? Alle sind die Euro-Shisha-Muslim, ey. Ey, ganz ehrlich, das hat sogar mein Onkel gesagt, ne? Ich hab dir ja gesagt, meine Familie ist schon modern, ne? Er sagt, es gibt heutzutage keine richtigen Muslime mehr. Gibt's nicht. Ja, die richtigen Muslime sind alle in Syrien und Irak gelandet und haben auf einmal angefangen, Nackentherapie zu verpassen. Die haben Nackentherapie verpasst, so wie Allah es sagt in Zuche 47, Vers 4. Wenn ihr auf die Ungläubigen stoßt, dann herunter mit dem Haupt, bis ihr ein Gemetzel angerichtet habt. Ja. Dins, ich hab noch eine Frage. Man sagt aber auch immer, man soll einen zeitgemäßen Islam ausleben, ne? Das gibt's nicht, das ist wieder. Das ist Erneuerung der Religion, das lassen die Muslime nicht zu. Echt jetzt? Natürlich, du kannst, es gibt keinen modernen Islam, weil es im Koran auch keine Modernität gibt, ne? Da gibt's überhaupt nichts von modern, da ist gar nichts modern. Du wirst zurückkatapultiert ins 6. Jahrhundert. Du siehst doch mein Land, wie wundervoll das war. Du siehst doch, wie wundervoll Afghanistan war und die ganzen Länder, bevor der Islam in unsere Länder kam. Wie haben wir gelebt? Die Welt hat auf uns geguckt, wie schön wir gekleidet waren, wie zivilisiert, alles. Und dann bringt es auf einmal, ich glaube, in unser Land sind wir auf einmal wieder zurückgegangen ins 7. Jahrhundert, ey. Eigentlich müssten wir weinen. Wir müssten weinen, weinen. Aber das soll den Leuten eine Lehre sein und sie sollen auf die islamischen Länder gucken, wie sie islamisch geworden sind. Dann werden sie begreifen, dass der Islam nirgendwo Fuß fassen darf. Ja, man, ich muss ehrlich sein, die sind alle zurückgeblieben, ne? Nicht zurückgeblieben, sondern sie sind religiös. Und dieses religiöse, fanatisch-religiöse, und wenn sie dann den Koran ernst nehmen und dann glauben, dass das wirklich Gottes Wort ist, dann wird es sehr, sehr, sehr problematisch, weil Gott, weil dieser Allah dann im Koran dann auch Dinge befiehlt, die weitaus sehr, sehr ultrabrutale Moral und Ethik an den Tag legen, ne? Da schaltet dein Verstand komplett aus. Du wärst also wie ein Roboter programmiert und gehst dann los und machst dann Sachen, die... Oh, ich möchte viel jetzt nicht äußern. Dils, du hast auch mal ein Video gezeigt, das ist auch schon älter jetzt. Da hast du Bilder gezeigt, zum Beispiel von Afghanistan, Iran und so. Ja, hast du es gesehen, die Wunderwolle, ne? Das war so heftig, ne? Hast du gesehen, wie schön diese Länder aussahen? Ja, und jetzt, wenn man da hingeht, man kriegt Schock. Das ist vorbei. Dils, du sagst ja, du kommst, also du bist Iraner, ne? Bist du auch da geboren oder bist du hier geboren? Bitte? Du sagst ja, du bist Iraner. Bist du hier geboren oder im Iran? Nein, in Iran bin ich geboren. Als zweijähriges Baby bin ich dann hier rübergekommen. Ah, okay. Und du bist also danach nie wieder da hingegangen? Zu meinem 18. Lebensjahr hat meine Mutter mich mitgenommen und das war für mich so... heftig Schock. Ich dachte mir nur, so krass, ne? Wenn du hier in einer offenen Gesellschaft groß geworden bist und dann auf einmal im Iran ankommst, wie es dort abgeht, ne? Unglaublich. Unglaublich. Weißt du, seit wann ich Schock habe von dem Iraner? Ich weiß nicht, ob du den Film kennst, der ist schon älter. Der heißt, der ist auch auf wahre Begebenheit. Der heißt nicht ohne meine Tochter. Sagt dir das etwas? Ja, dieser Film spiegelt ganz genau wider, was eine muslimische Frau durchmachen muss unter der Herrschaft eines muslimischen Mannes. Ja, aber sag mal, ist der Iran immer noch so? Oder ist er mittlerweile... Einige, die versuchen daraus Modernität zu machen, also so einen modernen Islam, aber der Iran lässt da sowas nicht zu. Die Religionspolizei, die Mullahs im Land, die wollen einen Schritten Gottesstaat haben. Danke dir, Manni. Naja, boah, das ist echt nicht. Nein, Mann. Ja. Vor allem, was ist das für ein Leben so, weißt du? Ja, du siehst, dass den Leuten ihre Freiheit genommen wurde und sie jetzt einer Diktatur und einheim gefallen ist, meinem Land einheim gefallen ist und sie jetzt unglücklich sind. Und das sollte dem deutschen Volk oder beziehungsweise dem europäischen Volk niemals so passieren und niemals so weit kommen lassen. Ja, vor allem, das ist auch, wenn man da irgendwie seine Meinung äußert, dann schlachten die ja direkt ab, auf Deutsch gesagt. Guck dir das mal an, wie ich dir gerade eben Suche 47 Vers 4 zitiert habe. Guck mal, was der Eben Kassir zu dem Vers sagt. Der Befehl, den Feinden in den Nacken zu schlagen, ihre Fesseln zu festigen und sie dann entweder durch einen Gnadenakt oder gegen ein Lösegeld zu befreien. Du siehst doch, dass die zum Beispiel diese Terrororganisationen immer Videos drehen und Lösegeld fordern. Woher kommt das? Was meinst du? Was sagst du nochmal? Woher kommt das, dass diese Terrororganisationen Lösegeld fordern? Ist das islamisch oder ist das so terror-terroristisch? Ja, vom Islam dann, ne? Vom Islam, siehst du, weil der Eben Kassir das hier sagt. Entweder durch einen Gnadenakt oder gegen ein Lösegeld zu befreien. Und dann sagt es, Allah weist die Gläubigen darauf hin, was sie in ihrem Kampf gegen die Götzendiener anwenden sollten. Und sagt, wenn du also denen begegnest, die ungläubig sind, schlage ihnen auf den Hals. Was bedeutet, wenn du gegen sie kämpfst, schlage sie mit deinem Schwert völlig nieder, bis du sie vollständig besiegt hast. Was bedeutet, du hast sie getötet und völlig vernichtet. Guck mal hier. Pass mal auf, warte, das geht noch weiter. Guck mal, was Eben Kassir sagt. Was für eine Anweisung der mitgibt. Dies bezieht sich auf die Kriegsgefangenen, die sie gefangen genommen haben. Später, nachdem der Krieg zu Ende ist und der Konflikt beendet ist, haben sie in Bezug auf die Gefangenen die Wahl. Sie können ihnen gegenüber entweder gnädig sein, siehst du jetzt, was Eben Kassir sagt zu dem Vers, dass, wenn du zum Beispiel auf die Ungläubigen triffst, sie besiegt hast, kannst du sie entweder, pass auf, was der islamische Staat strikt eingehalten hat, weil das wahrhaftige, authentische Muslime sind. Die wahre Strömung des Islams ist der islamische Staat, die Muslime des islamischen Staates. Dies bezieht sich auf die Kriegsgefangenen, die sie gefangen genommen haben. Später, nachdem der Krieg zu Ende ist und der Konflikt beendet ist, haben sie in Bezug auf die Gefangenen die Wahl. Sie können ihnen gegenüber entweder gnädig sein, indem sie ohne Anklage freilassen oder sie gegen ein Lösegeld freilassen, das sie von ihnen verlangen. Es scheint, dass diese Eier nach der Schlacht von Badr offenbart wurde. Damals warf Allah den Gläubigen vor, viele der feindlichen Soldaten verschont zu haben und zu viele Gefangene festzuhalten, um von ihnen Lösegeld zu verlangen. Also sagte er damals, guck mal, der Allah will nicht Lösegeld, der will, dass der Prophet diese Leute abmurkselt. Guck mal, es steht einem Propheten nicht zu, Kriegsgefangene zu haben, bis er unter den Feinden im Land ein großes Gemetzel angerichtet hat. Siehst du? Guck dir das an! Du sehnst dich nach den Gütern dieser Welt, du willst also die Kohle in Mohammed, aber Allah sehnt sich für dich nach dem Jenseits. Allah ist mächtig und weise. Ohne einen vorherigen Beschluss Allah. Allah hätte dich eine schwere Strafe getroffen für das, was du genommen hast. Surah 8, Vers 67 bis 68. Allahs Sprichwort, bis der Krieg seine Last ablegt. Mujahid sagte, bis Isa ibn Maryam, Friede sei mit ihm, herabsteigt. Siehst du, du kannst die Götzendiener bis zum Tage des jüngsten Gerichts bekämpfen und ihnen Nackentherapie geben, bis Isa zurückkommt. Guck mal hier. Bis der Krieg seine Last ablegt. Mujahid sagte, bis Isa ibn Maryam herabsteigt. Es scheint, als ob er diese Meinung aus dem Ausspruch des Propheten abgeleitet hätte. Es wird immer eine Gruppe meiner Ommar geben, die über die Wahrheit siegt. Bis der Letzte von ihnen gegen Ad-Dajjal kämpft. Imam Ahmad berichtete von Jubeir bin Nufail, der von Salama bin Nufail berichtete, dass er zum Gesandten Allahs ging und sagte, ich habe mein Pferd losgelassen und meine Waffe niedergeworfen. Denn der Krieg ist zu Ende. Es gibt keine Kämpfe mehr. Dann sagte der Prophet zu ihm, jetzt ist die Zeit des Kämpfens gekommen. Es wird immer eine Gruppe meiner Ommar geben, die über andere dominiert. Allah wird die Herzen einiger Menschen von der Wahrheit abwenden, sodass sie, diese Gruppe gegen sie und Allah kämpfen werden und ihnen Kriegsbeute von ihnen, den Feinden, gegeben. Bis Allahs Befehl in Erfüllung geht, während sie sich in diesem Zustand befinden. Wahrlich, das Zentrum des Wohnsitzes der Gläubigen ist Ascham, Syrien. Siehst du, wie authentisch der islamische Staat ist? Und Güte ist um die Pferde gebunden. Stirnen bis zum Tage der Auferstehung. An-Nasai hat diese Erzählung ebenfalls aufgezeichnet. Allah sagt dann, und wenn Allah es so gewollt hätte, hätte er sich an ihnen rächen können. Was bedeutet, dass er, wenn er es gewollt hätte, sofort Rache an den Ungläubigen hätte nehmen können? Mit einer Züchtigung oder exemplarischen Bestrafung direkt von ihm. Aber er lässt euch kämpfen, um euch gegenseitig auf die Probe zu stellen. Siehst du, Allah möchte, dass du kämpfen gehst, weil er die Leute auf die Probe stellt. Das heißt, er hat den Dschihad und den Kampf gegen die Feinde angeordnet, um euch auf die Probe zu stellen und eure Angelegenheit auf die Probe zu stellen. Rücken diese ganzen Euro-Shisha-Tik-Tok-Muslime aus, um Dschihad zu machen, was Allah denen geboten hat, oder rauchen die eine Pfeife nach der anderen und machen mir ein auf Hodja-Tik-Tak. Das ist ein Haufen von Heuchlerbanden. Hört ihr nicht? Ihr seid ein Haufen von Heuchlerbanden. Das seid ihr. Um euch auf die Probe zu stellen und eure Angelegenheiten auf die Probe zu stellen. Allah drückt seine Weisheit durch die Gesetzgebung des Dschihad auch in den folgenden zwei Suren aus. Al-Iman und Ad-Tauber. In denen er sagte, oder dachtet ihr, dass ihr das Paradies betreten würdet, bevor Allah diejenigen von euch, die für seine Sache kämpfen, und diejenigen, die standhaft sind, offenbar gemacht hat. Suren 3, Vers 142, siehst du, wie Allah diese Leute in Bedrängnis bringt? Er will, dass sie kämpfen, und somit werden sie das Paradies erreichen, siehst du? Bekämpft sie. Allah wird sie dann mit euren Händen bestrafen, sie in Schande bringen, euch den Sieg über sie gewähren, die Brüste eines gläubigen Volkes befriedigen, und die Wut ihrer, derer gläubigen Herzen beseitigen. Allah wird sich in Vergebung zu wem er wenden will. Allah ist allwissen und weises. Suren 9, Vers 14-15. Das ist so krank, ne? Siehst du, was das Ausmaß annimmt? Merkst du jetzt, was das für ein Ausmaß annimmt, wenn du auf einmal die Tafside aufschlägst, was die wahre Bedeutung dieser ganzen Verse bedeutet? Siehst du, wie brutal der Exklam in Wahrheit ist? Ja, auf jeden Fall. Ja, das reicht mir wirklich. Welcher Vers war das nochmal? Das war Suren 47, Vers 4. Dazu kannst du die Auslegung von Ibn Kassir, der die ganzen Sachen zitiert von Ibn Kassir, genau. Da siehst du auf einmal, wie der islamische Staat zur authentischsten Gruppe des Islams gehört. Merkst du? Sie sind die Einzigen, die das in der Tat umsetzen. Wer macht sowas? Nur der islamische Staat. Sie nehmen das Wort Allahs ernst. Doch nicht diese Fitna-Leute von hier. Die rücken höchstens aus, um einen Miss Mark zu kaufen. Und das ist der Dschihad. So wie Pia Kugel und so. Die rücken aus, um es ein wenig dauern zu machen. Das soll die Blase sein. Die haben den Knall nicht gewonnen. Und dann haben wir auf einmal Schwer-Schweinfund, der die eine beklopptere Frage nach der anderen beantwortet. Merkst du jetzt, wie lächerlich das Ganze ist? Merkst du jetzt? Man kann diese Schablone so nehmen und dann auf die Euro-Muslime anwenden. Sind das Muslime? Nö. Absolut nicht. Alle Dawa-Teams und sowas. Alles Schrott. Alles keine Muslime. Weil Allah möchte, dass sie in den Dschihad auswandern, um das Paradies zu erlangen. Und die Leute haben Angst um ihr Leben. Das ist das. Ja, ist auch so. Und dann beleidigen sie sogar die Muslime des islamischen Staates und sagen, das sind Khawaric. Guck dir das mal an. Obwohl sie getreu die ganzen Aussagen von Ibn Qazir, Ibn Taymiyyah in ihren Mordvideos wiedergeben. Wahnsinn, ne? Ja, auf jeden Fall. Da hast du recht. Frau Amir, du bringst mir immer mehr Gründe. Komm zu mir. Komm zum wahrhaftigen Schere. Ich sag dir immer Dr. Schere, aber mir hat mir alles, ist mein Meister, hat mir alles beigebracht. Nein, wir bedienen uns unseres Verstandes. Leute, in Zeitalter des Internets, wir müssen nur einmal uns kurz hinsetzen, um fünf Minuten Zeitaufwand zu bringen. Wir werden alles herausfinden. Das war's. Mehr ist das gar nicht. Und dann musst du dir die Gelehrten dazu reinziehen. Wem soll ich eher glauben? Einem Gelehrten, der Millionen von Follower hat und mir sagt, Amir, das ist die wahre Bedeutung des Dschihads und Dschihad bedeutet, die Feinde von Allah zu bekriegen, bis sie Muslime werden. Oder soll ich einem Hansi glauben, der seinen Hintern retten will, weil er hier in Europa lebt. Schau dir das mal an. Den Titel, den wir groß gemacht haben. Wie lächerlich bringt das bitte? Oh Mann, ey. כ ja. ha. Oh Mann, è Pipi. Das Weg ist das beste inritoチel. Das brauche, dass ich hier üешrene dieiniere典 deines die 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, die nennen das halt alles nicht, was du nennst. Ja, die nennen das halt alles nicht. Die nehmen den Islam ernst. Sie lieben den Islam. Ja, das ist beispielsweise auch in Afghanistan, die Taliban da aussehen. Genau, so sieht es aus. Die leben ja nach der Scharia da und alles. Ja, das sind alles Hannafiten. Alle Hannafis müssten eigentlich nach Afghanistan auswandern. Ja, ich bin ja. 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 Vielen Dank. 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 Siehst du, Jonas, wenn ich auf einmal den Leuten den Tafsir von Ibn Kathir zeige, wie der Islam auf einmal, was für Ausmaße der Islam auf einmal annimmt. Man merkt richtig, dass der islamische Staat die authentischste Gruppe ist, die man überhaupt jemals gesehen hat. Ja, authentisch. Warte kurz, ich muss kurz telefonieren, ja, du hast auf jeden Fall recht, ja. Wenn man sich das alles anhört, wenn man sich das alles anhört, wenn man sich das alles anhört und genau darüber nachdenkt. Du siehst also, dass die Mujahideen des islamischen Staates authentisch ja nicht sein könnten. Das ist der Wahnsinn. Also, sie machen auch Nackentherapie, sie machen auch Nackentherapie, sie wollen auch Lösegeld fordern, sie schnüren die Fessel fest und machen ein Gemetzel und so. Merkt ihr, merkst du das? Ja, auf jeden Fall. Sie schämen sich ihre Religion nicht, Junis, siehst du, das ist ihre Religion. Und diese ganzen Dauerteams haben mit dem Islam gar nichts zu tun, nichts. Diese Dauergandisten, das sind Dauergandisten, nennen wir sie immer. Jetzt verstehst du auch, wenn zum Beispiel die Muslime des islamischen Staates den Pia Vogel und diese ganzen Euromuslime zum Tode verurteilt haben, weil sie sich gegen den Islam dann halt aussprechen. Wie? Ihr macht uns an, weil wir für Allahsache kämpfen und sein Wort überall etablieren wollen und ihr macht uns an, das müsste doch das Schönste sein, was ihr überhaupt seht, dass eure Geschwister im Namen Allahs ja anfangen Krieg zu führen gegen die Kupferrat. Und ihr findet das nicht gut? Okay, dann seid ihr ein legitimes Angriffsziel für uns. Boah, heftig, echt. Heftig, ne? Das ist ganz einfach, bist du nicht für uns, ihr Prinzip ist ganz einfach, bist du nicht für uns, bist du nicht gegen den Islam und wir werden dich zur Strecke bringen. Ob du Muslim bist, ob du fünfmal am Tag betest, la ilaha illallah sagst, ist denen völlig egal. Völlig egal, die machen einfach, die werden Massaker machen. Ja, das ist auch so. Boah, jetzt haben wir schon mal eine Frage, wenn ich fragen darf, was deine Familie angeht, sind da welche auch noch Muslime? Oder sind die auch ausgetreten? Ganze Familien sind, sind alle Muslime. Ja? Ich habe eine sehr, sehr, ich habe eine sehr große Familie im Iran und die sind alle so sehr konservativ. Und sind so dein Bruder die Einfliegen, die ausgetreten sind? Mein Bruder nicht, genau. Und gab es irgendwelche Konflikte so? Gott sei Dank nicht, aber am Anfang war es so ein bisschen komisch, weil meine Eltern mit irgendwas Neuem konfrontiert wurden, womit sie überhaupt nicht umgehen konnten am Anfang. Aber mir war das in dem Moment ja völlig egal. Ich hatte mir eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen, auch wenn meine Familie mich verstoßen hätte. Ich habe mir in dem Moment gedacht, Herr, ich werde meine gesamten Freunde und eventuell auch meine Familie verlieren. Aber du bist es wert. Du bist es wert, dass ich alles beiseite lege und dir nachfolge. Siehst du, wie heftig. Ich wusste, dass der Glaube an den Herrn Jesus Christus bedeutet, dass ich auch eventuell meine gesamten Freunde und alles verliere. Und siehe, das ist auch geschehen. Ja, heftig auf jeden Fall. Aber ich finde das schon krass, dass nur du und dein Bruder da aussieht. Das reicht ja auch aus. Genau mein Bruder und ich, was für eine Detonation wir in Deutschland ausgelöst haben. Und Schweiz und Österreich. Das reicht vollkommen. Der Herr Jesus Christus braucht nicht in Massen. Er braucht nur ein paar Leute, die sein Wort mit Härte verkünden und die Finsternis aufdecken. Aber da braucht man jetzt. Du siehst doch, anhand des Beispiels des Apostel Paulus, hat der Apostel Paulus eine Armee um sich herum. Der hat nicht von Gemeinden gegründet, sondern war der größte Evangelist aller Zeiten. Es bedarf also nicht vieler Menschen, sondern einige weniger Personen, die Menschen ziehen können. Merkst du? Auf jeden Fall. So ist das. Du bist aber auch mittlerweile in Deutschland ganz bekannt geworden, ne? Was sagst du? In Deutschland bist du mittlerweile auch ganz bekannt geworden, jeder kennt dich. Ja, jeder kennt mich. Ich bin der Michael Jackson, der Schiuch. Weißt du, ich bin der Michael Jackson, der Michael Jackson mit diesem Tuch von Saudi? Ja. Weißt du, ich glaube, jeder hat das ausgedacht. Armin, weißt du, ob ich auf dich aufmerksam geworden bin, seit du diese Debatte damals mit ABK hattest? Ah, okay, ja, siehst du, der ABK, was er da getan hat, ne? Sehr viele Musilien auf mich aufmerksam geworden. Das war geil, was ich meine, ne? So sieht's aus. Er hat das genutzt, um sich über mich lustig zu machen. Ich hab seine Reichweite genutzt, um so viele Menschen wie möglich aufzuklären. Hast du gesehen? Ja, das ist eigentlich eine schlaue Strategie. Ganz, ganz schlaue Strategie. Ich hab mir nur gebeten, ich hab mir gesagt, her, bring mir noch mehr, damit sie auf mich aufmerksam werden. Und dann kam auf einmal ABK mit seinen damals 400, 500.000 Abonnenten, dass er auf mich reagiert hat. Der größte Fehler aller Zeiten. Ja, das ist ja auch eigentlich unerkannt, was er gemacht hat im Islam. Dass er auf einen, wie sagen wir, Ungläubigen, laut Islam, aufmerksam gibt. Also aufmerksam sein, weißt du? Ja, genau. Ja. Ja, das hat er nur so zu Comedy gemacht, ne? Ja. Ich hab das einmal so gleich gemacht, mit einem T-Shirt, mit seinem Gesicht. Da stand irgendwie, Allahs best kennengelernt. Ja, mein Lieber. Und ich hab ihm die ganze Zeit versucht zu erklären, dass nicht du das Ganze machst, sondern der Herr Jesus Christus ein Anliegen hat. Dass ich so viele Menschen wie möglich aufkläre und ihnen von Jesus erzähle. Naja. Was ich aber einmal total lustig fandet, da hast du dich angezogen, auch wie so ein Araber, und hast dir so einen Bart umgemacht. Und dann hast du ein paar T-Shirt hervorgelesen. Dann sagst du, wie konnte ich so doof sein, und dann sagst du, wie konnte ich so doof sein. Und dann sagst du, wie konnte ich so doof sein, und dann sagst du, wie konnte ich so doof sein. Das Video wurde gelöscht, die Leute haben das gemeldet, das war voll richtig. Ja, ja. Mann, ey, du kommst auch auf Sachen, ne? Ja. Aber wie hast du das mit diesem T-Shirt gemacht, wo du sein Gesicht draufgegattest und alles? Was sagst du? Wie hast du das mit diesem T-Shirt gemacht, wo sein Gesicht drauf war? Damals hatte eine Schwester, die sehr begabt war, hat das Ganze übernommen. Ich hab' dir dann gesagt, mach mal, zeichne mal bitte den ABK mit Super Mario und so, und freihand zeichnen. Ich hab' gesagt, nimm Abund Bada als Formel-Urlage und mach ABK. Aber dir hat uns ja richtig gefallen, ne? Ja klar, der ist gestorben, der ABK, seine Reaktion hast du gesehen? Der dachte sich so wahnsinnig, was der da auf die Kette kriegt, was der da auf die Kette bringt, ne? Du hättest dir das eigentlich per Post oder so schicken müssen, ey. Ich hätte es ihm wirklich geschickt, ne? Hätte er mich gefallen, dann hätte ich das gemacht. Aber ich hab' das als Gag so gemacht, weißt du? Ja, ja. Weil der ist ja der König der Eurushika-Muslime, der ABK. Ja, sowieso. Daher sollte ihm auch Super Mario sein Vorbild, sein Vorbild Super Mario. Sollte ihm auch ein Stich abbringen? Ja. 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 Oh Mann, ey. Das waren die besten Zeiten, ja. Ja, ich sehe das immer in den Kommentaren, wenn wir hier bei TikTok, die ganzen Leute, wie die das da kommentiert haben, ne? Boah, ich vermisse diese Zeiten. Boah, ich bin ein YouTuber, so Hammer mit den beiden und so. Ja, das war auf jeden Fall echt heftig, ey. Aber dann würdest du ja auch echt so richtig bekannt durchstehen, ne? Ja, dann ging das richtig los. Dann ging das richtig los, mit der Bekanntheit und alles Mögliche, ne? Ja. Weißt du, und dann war das dann so und ich hab dann gedacht, boah, der Armin ist schlau, der bringt so Beweise, ne? Und dann hab ich dein Profil gesucht und seitdem guck ich deine Videos. Sehr gut siehst du. Und heute hast du dir selber den Islam verlassen und hast dir eine Bibel bestellt, damit du Jesus Christus kennenlernst. Guck mal, wie wundervoll der Herr ist. Preis seinen heiligen Namen. Amen. Auf jeden Fall, Amir, ich muss jetzt zur Arbeit, war schön mit dir zu reden. Okay, alles klar. Danke für deinen Abend. Alles klar. Gott segne dich, mach's gut. Mach's gut, tschau. Mach's gut, tschau. Ja, wundervoll. Hammer, ne? Wie der Herr arbeitet, ne? Und auch den Jonas zu sich zieht, ne? Der Jonas, der ja Muslim war und seine Entscheidung rausgetroffen hat und sich jetzt die Bibel geholt hat. Wahnsinn, Hammer. Halleluja. Halleluja. Allahs best Kenneck, ey. Was er da gemacht hat, ne? Wahnsinn, ey. Das war echt gut. Lasst uns wieder den Herrn Jesus Christus loben, preisenden Ehren. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Ich liebe diese Worte, ne? Er wird dich mit seinen Fittichen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinem Schreck. Danke, Herr. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor der Freude im Herrn, wenn diese Worte erklingen. Das soll in euch Freude und Frieden und Liebe auslösen. Vor der Pest, die finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderben bringt. Wenn auch tausend fallen zu deiner Seite und zehntausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Wenn es dich nicht treffen? Ja. Du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergoldet wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus enthalten. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behünden auf allen deinen Wehlen, dass sie dich auf den Händen tragen und deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Blüven und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben. Und will ihm zeigen mein Heil. Amen. 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 Ich sage nur, freise den Herrn. Lobe den Herrn, meine Seele. Und alles, was in mir ist, seinen Heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele. Jetzt mixen. Nein. Das ist Psalm 103. Nein. Das ist Psalm 103. Das, was wir jetzt gerade hören, ist Psalm 103. Und das, was wir vorhin gehört haben, ist Psalm 91. Mein Lieblingspsalm. Mein Psalm, den der Herr mir für mich maßgeschneidert gegeben hat. Halleluja. Reiß den Herrn. Der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mosel wissen lassen, die Kinder Israel, sein Tor. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer, Adam, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Zünden und vergeht uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade weiten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir staut sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist Sinima da und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft. Globe den Herrn, meine Seele. Was ist das? Aleph. Wohl denen, die im Weg untadelig sind, die wandeln nach dem Gesetz des Herrn. Wohl denen, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen gehen. Du hast deine Befehle gegeben, dass man sie eifrig befolge. Oh, dass meine Wege dahin zielten, deine Anweisungen zu halten. Dann werde ich nicht zu schanden, wenn ich auf alle deine Gebote achte. Ich werde dir danken mit aufrichtigem Herzen, wenn ich die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit lerne. Herr, deine Anweisungen will ich halten. Verlass mich niemals. Bitte, wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, indem er ihn bewahrt nach deinem Wort? Von ganzem Herzen suche ich dich. Lass mich nicht abdirren von deinem Geduld. Ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Gelobt seist du, oh Herr, lehre mich deine Anweisungen. Mit meiner Glückung verkünde ich alle Bestimmungen deines Mundes. Ich freue mich an dem Weg, den deine Zeugnisse weisen wie über lauter Reichtümer. Ich will über deine Befehle nachsinnen und auf deine Pfade achten. Ich habe meine Lust an deinen Anweisungen. Dein Wort vergesse ich nicht. Himmel. Gewähre deinem Knecht, dass ich lehne und dein Wort öffne. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Ich bin ein Freund, den Hoffnung. Verbirg deine Gebote nicht vor mir. Meine Seele verzehrt sich vor Sehnsucht nach deinen Bestimmungen alle Zeit. Du hast die Frechen gescholten, die Verfluchten, die Abwirren von deinen Geboten. Wälze Schimpf und Schande von mir ab. Denn ich habe deine Zeugnisse bewahrt. Sogar Fürsten sitzen und beraten sich gegen mich. Aber dein Knecht sind nach über deine Anweisungen. Ja, deine Zeugnisse sind meine Freude. Sie sind meine Ratgeber. Ich habe meine Wege erzählt und du hast mir geantwortet. Lehre mich deine Anweisungen. Lass mich den Weg verstehen, den deine Befehle weisen. So will ich reden über deine Wundertaten. Meine Seele weint vor Kummer. Richte mich auf nach deinem Wort. Halte den Weg der Lüge fern von mir und begnadige mich mit deinem Gesetz. Den Weg der Treue habe ich erwählt und deine Bestimmungen vor mich hingestellt. Ich halte fest an deinen Zeugnissen. Herr, lass mich nicht zu Schanden lesen. Ich laufe den Weg deiner Gebote, denn du machst meinem Herzen Raum. Alle lehren. Vielen Dank. Lehre mich, Herr, den Weg deiner Anweisungen, dass ich ihn einhalte bis ans Ende. Gib mir Verständnis, so will ich dein Gesetz bewahren und es befolgen von ganzem Herzen. Lass mich wandeln auf dem Pfad deiner Gebote, denn ich habe Lust an ihn. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen und nicht zur Habelie. Halte meine Augen davon ab, nach Nichtigem zu schauen. Belebe mich in deinem Weg. Erfühle an deinem Knecht dein Wort, das denen gilt, die dich fürchten. Wende von mir die Schmach, die dich fürchten. Deine Bestimmungen sind gut. Siehe, ich sehne mich nach deinen Befehlen. Belebe mich durch deinem Gericht. Wach. Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, damit ich dem antworten kann, der mich schmäht. Denn ich verlasse mich auf dein Wort. Gott. Und nimm nur nicht das Wort der Wahrheit von meinem Mund, denn ich hoffe auf deine Bestimmung. Ich will dein Gesetz stets bewahren, immer und ewiglich. Und ich werde wandeln in weitem Raum, denn ich suche deine Befehle. Ja, ich will vor Königen von deinen Zeugnissen reden und mich nicht schämen. Halleluja. Und ich will mich erfreuen an deinen Geboten, die ich liebe. Halleluja. Ich will meine Hände ausstrecken nach deinen Geboten, die ich liebe, und will über deine Anweisungen nachsinnen. Sajin. Gedenke an das Wort für deinen Knecht, auf das du mich hast hoffen lassen. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich belebt. Die Schwächen haben mich arg verspottet. Dennoch bin ich von deinem Gesetz nicht abgewichen. Wenn ich an deine ewigen Bestimmungen denke, oh Herr, so werde ich getröstet. Zornglut hat mich ergriffen wegen der Gottlosen, die dein Gesetz verlassen. Deine Anweisungen sind meine Lieder geworden in dem Haus, in dem ich als Fremdling wohne. Bei Nacht denke ich an deinen Namen, oh Herr, und ich bewahre dein Gesetz. Das ist mir zuteil geworden, dass ich deine Befehle von Gott. Ich heimt. Ich sage, das ist mein Teil, oh Herr, dass ich deine Worte befolge. Ich flehe von ganzem Herzen um deine Gunst. Sei mir gnädig nach deinem Wort. Als ich meine Wege bedachte, da wandte ich meine Füße zu deinen Zeugnissen. Ich eile und säume nicht, deine Gebote zu befolgen. Die Schlingen der Gottlosen umgeben mich, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken für die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Ich bin verbunden mit allen, die dich fürchten und die deine Befehle folgen. Herr, die Erde ist erfüllt von deiner Güte. Leere mich deine Anweisungen. Leere mich deine Anweisungen. Denn ich habe deinen Geboten geglaubt. Ehe ich gedemütigt wurde, würde ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Du bist gut und tust Gutes. Leere mich deine Anweisungen. Die Hochmütigen haben Lügen. Ich habe von ganzem Herzen deine Befehle. Ihr Herz ist stumpf wie von Fett. Doch ich habe meine Wonne an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisungen lerne. Das Gesetz, das aus deinem Mund kommt, ist besser für mich als tausende von Gold- und Silberstücken. Jod, deine Hände haben mich gemacht und bereitet. Gib mir Einsicht, damit ich deine Gebote lerne. Die dich fürchten, werden mich sehen und sich freuen. Denn ich hoffe auf dein Wort. Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Lass doch deine Gnade mein Trost sein nach deinem Wort an deinem Knecht. Lass mir deine Barmherzigkeit widerfahren, dass ich lebe. Denn dein Gesetz ist meine Freude. Lass die Hochmütigen zu Schanden werden, weil sie entflügt und beendet haben. Ich aber sinne über deine Befehle nach. Lass die sich mir zuwenden über dich fürchten und die deine Zeugnisse erkennen. Mein Herz soll sich redlich an deine Anweisungen halten, damit ich dich zu Schanden werde. Kaff, meine Seele verlangt nach deiner Hilfe. Ich hoffe auf dein Wort. Meine Augen verlangen nach deinem Wort und fragen, wann wirst du mich trösten. Bin ich auch geworben wie ein Schlauch im Rauch. So habe ich doch deine Anweisungen nicht vergessen. Wie viele Tage bleiben noch deinem Knecht? Wann willst du an meinen Verfolgern das Rechtsurteil vollziehen? Die Frechen haben mir Gruben gegraben. Sie, die sich nicht nach deinem Gesetz richten. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Sie aber verfolgen mich mit Lügen. Hilf mir. Sie hätten mich fast vertilgt auf Erden. Ich aber verlasse deine Befehle nicht. Belebe mich nach deiner Gnade. So will ich das Zeugnis deines Mundes bewahren. Lamed. Auf ewig, o Herr, steht dein Wort fest in den Himmeln. Deine Treue wehrt von Geschlecht zu Geschlecht. Du hast die Erde gegründet und sie steht. Nach deinen Bestimmungen stehen sie noch heute, denn alles muss dir dienen. Wäre dein Gesetz nicht meine Freude gewesen, so wäre ich vergangen in meinem Event. Ich will deine Befehle auf ewig nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Ich bin dein. Hilf mir, denn ich habe nach deinen Befehlen getrachtet. Die Gottlosen lauern mir auf, um mich zu verderben, aber ich richte meinen Sinn auf deine Zeugnisse. Von aller Vollkommenheit habe ich ein Ende gesehen, aber dein Gebot ist unbeschränkt. Mämm, wie habe ich dein Gesetz so lebt? Ich sinne darüber nach den ganzen Tag. Deine Gebote machen mich weiser als meine Feinde, denn sie sind ewig nicht mein Teil. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer, denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehlen. Ich halte meine Füße fern von jedem bösen Weg, damit ich dein Wort befolge. Von deinen Bestimmungen bin ich nicht abgewichen, denn du hast mich gelehrt. Wie süß ist dein Wort meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund. Von deinen Befehlen werde ich verständigt, darum hasse ich jeden Pfad der Lüge. Nun, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Ich habe geschworen und will es halten, dass ich die Bestimmung in deiner Gerechtigkeit bewahren will. Ich bin tief gebeugt, Herr, belege mich nach deinem Wort. Herr, lass dir doch wohlgefallen die freiwilligen Opfer meines Mundes und lehre mich deine Bestimmung. Mein Leben ist beständig in Gefahr, aber ich vergesse dein Gesetz nicht. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber ich bin von deinen Befehlen nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein ewiges Erbe, denn sie sind die Wonne meines Herzens. Ich habe mein Herz geneigt, deine Anweisungen zu erfüllen, auf ewig bis ans Ende. Samich, ich hasse die geteilten Herzens sind, aber dein Gesetz habe ich lieb. Du bist mein Schirm und mein Schild, ich hoffe auf dein Wort. Weicht von mir, ihr Übeltäter, ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Ich unterstütze mich nach deinem Wort, damit ich lebe und nicht zu Schanden werde mit meiner Hoffnung. Stärke du mich, so ist mir geholfen, und ich werde deine Anweisungen stets beachten. Du wirst alle verwerfen, die von deinen Anweisungen abweichen, denn ihre Täuschung ist vergeblich. Wie Schlacken räumst du alle Gottlosen von der Erde hinweg. Darum liebe ich deinen Zeugnis. Mein Fleisch schaudert aus Furcht vor dir, und ich habe Ehrfurcht vor deinem Bestimmungen. Ayin, ich habe Recht und Gerechtigkeit geübt. Überlass mich nicht meinen Bedrückern. Tritt als Bürger ein zum Besten für deinen Knecht. Das mich die Frechen nicht unterdrücken. Meine Augen verlangen nach deiner Rettung und nach dem Wort deiner Gerechtigkeit. Handle mit deinem Knecht nach deiner Gnade. Und lehre mich deine Anweisungen. Lehre mich deine Anweisungen. Ich bin dein Knecht. Ich bin dein Knecht. Gib mir Einsicht, damit ich deine Zeugnisse verstehe. Es ist Zeit für den Herrn zu handeln. Sie haben dein Gesetz gebrochen. Darum liebe ich deine Gebote mehr als Gold und feines Gold. Darum halte ich alle deine Befehle in allem für Recht und hasse jeden Pfad der Himmel. P. Wunderbar sind deine Zeugnisse. Darum bewahrt sie meine Seele. Die Eröffnung deiner Worte erleuchtet und gibt den Unverständigen Einsicht. Ich komme sofort wieder hier. Ihr könnt ja so lange Typico spielen. Drei, zwei, eins, let's go. Jetzt. Danke ihr Lieben, ihr Wundervollen, ihr Gesegneten des Allerhöchsten. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, büten und beschützen. Bis gleich. Achtung. Alles. But. Da. Buh. 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 Das war's. 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 폭 Ist fürchtet sich mein Herz. Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute findet. Ich hasse die Lüge und verabscheue sie, Dein Gesetz aber ave 이게. Ich lobe dich siebenmal am Tage wegen der Bestimmung in deiner Gerechtigkeit. Großen Frieden haben die dein Gesetz lieben und nichts bringt sie zu Fall. Ich hoffe auf dein Heil, O Herr, und tue deine Gebote. Meine Seele bewahrt deine Zeugnisse und liebt sie sehr. Ich habe deine Befehle und deine Zeugnisse bewahrt, denn alle meine Wege sind vor dir. Taub Herr, lass mein Rufen vor dich kommen, gib mir Einsicht entsprechend deinem Wort. Lass mein Flehen vor dich kommen, errette mich nach deiner Verheißung. Meine Lippen sollen überfließen von Lob, wenn du mich deine Anweisungen lehrst. Meine Zunge soll reden von deinem Wort, denn alle deine Gebote sind gerecht. Deine Hand komme mir zu Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Ich habe Verlangen nach deinem Heil, o Herr, und dein Gesetz ist meine Lust. Lass meine Seele leben, damit sie dich lobe und deine Bestimmungen seien meine Hilfe. Ich bin in die Irre gegangen wie ein verlorenes Schaf. Suche deinen Knecht, denn deine Gebote habe ich nicht. Ich bin verloren gegangen wie ein Schaf. Suche deinen Knecht. Der Herr Jesus Christus, der nach diesem verlorenen Schaf suchen geht. Wie er drauf... Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wenn er schon die 99 ins Trockene gebracht hat und dieses eine Schaf sich verirrt hat, so geht er hin und sucht dieses eine verlorene Schaf, um ihn zu erretten. Wundervoll. Ich kann nur deinen heiligen Namen preisen, Jesus. Nicht vergessen. Nicht vergessen. Du willst wissen? Du willst wissen? Das ist sofort der. Ja, diese ganzen Psalmen von David, die sind wieder Balsam, auch für die Seele. Und geben auch einem wieder Mut und Kraft. Die Kämpfe, die mich bekämpfen. Ergreife Schild und... Psalm 34 Psalm 34 Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen, des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Kreiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Aber, ne? Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und ergattete mich aus aller meiner Furcht. Ja, Amen. Die auf ihn sehen, werden strahlend vor Freude. Und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden. Amen. Als einer ihn Elend rief, hörte der Herr und half ihn aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die Erden, die ihn fürchten und hilft ihnen heraus. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Ohn dem, der auf ihn traut, fürchtet den Herrn, wie er seine Heiligen. Wenn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Reiche müssen darm und humein, aber wenn die den Herrn suchen, haben keinen Mangel. Dein Wort. Kommt her, ihr Kind. Hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern Mut leben und schöne Tage sehen? Behüte deine Zunge vor Bösem und deine Jippen, was sie nicht tun können. Lass ab vom Bösen und tu Gutes. Suche Frieden und jage ihnen nach. Die Augen des Herrn merken auch die Gerechten und seine Ohren auf ihr Schrein. Das Angesicht des Herrn steht wieder alle, die Böses tun, dass er ihren Namen ausrottet. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und errettet sie aus all ihrer Mut. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herbst sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gebet haben. Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr. Er bewahrt ihm alle seine Geweine, dass nicht eines zerbrochen wird. Den Gottlosen wird das Unglück töten und die den Gerechten hassen fallen in Schuld. Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld. Psalm 34 war das. Psalm 34. Eine Million heute voll machen. Ja, das ist natürlich ein gutes Unterfangen. Das muss man direkt unterstützen. Ja, man kann gar nicht oft genug den Herrn preisen. Jeden Tag aufs Neueste mit dir aufstehen. Danke, Herr, dass es mir gut geht. Danke, Herr, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Danke, Herr, dass wir Essen zu Hause haben, Herr Jesus. Dankeschön. Danke, dass du uns versorgst, Herr Jesus Christus, mit deiner Liebe, Güte und Gnade. Danke für alles, Herr Jesus Christus. Danke, dass du nicht im siebten Universum bleibst, Herr, sondern ein Gott bist, der uns ganz nah sein möchte. Dankeschön. Danke, dass du auch kein fliegendes Schienbein bist, das irgendwo im siebten Universum rumlungert, sondern dass du wahrhaftig perfekt bist. Amen. Psalm 23 Ein Psalm Davids Der Herr ist mein Herd. Er wird nichts machen. Er weidet mich auf eine grüne Hauer und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir. Dein Sturm starb trösterlich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Wahnsinn, ich krieg so Freude. Gutes. Am Herzigkeit werden wir folgen, mein Lieber. Wie lebendig. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Das sind natürlich Psalme, die ganz, ganz tief in dein Herz einbringen. Mit der Herr ist mein Herz und mir wird da nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Hauer. Sein Steckkind und Stab trösten mich. Psalm 27 von David Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Vor wem sollte mir grauen? Wenn die Übeltäter an mich wollen, um mich zu verschlingen, meine Widersacher und Feinde, sollen sie selber strauen und fallen. Wenn sich auch ein Heer wieder mich lagert, so fürchtet sich dennoch mein Herz nicht. Wenn sich Krieg wieder mich erhebt, so verlasse ich mich auf ihn. Eines bitte ich vom Herrn, das hätte ich gerne, dass ich im Hause des Herrn bleiben könne, mein Leben lang, zu schauen, die schönen Gottesdienste des Herrn und seinen Tempel zu betrachten. Denn er deckt mich in seiner Hütte zur bösen Zeit. Er birgt mich im Schutze seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und nun erhebt sich mein Haupt über meine Feinde, die um mich her sind. Darum will ich Lob opfern in seinem Zelt. Ich will singen und Lob sagen dem Herrn. Herr, höre meine Stimme, wenn ich rufe. Sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz hält dir vor dein Wort. Ihr sollt mein Antlitz suchen. Darum suche ich auch, Herr, dein Antlitz. Herr, birg dein Antlitz nicht vor mir. Verstoße nicht im Zorn deinen Knecht, denn du bist meine Hilfe. Siehst du, wie oft kommen wir auf den Gedanken, wenn wir es zum Beispiel gesündigt haben, dass der Herr uns verworfen hat. Wie viele Geschwister gibt es, die jeden Tag diesen Gedanken haben, ah, der Herr will mich nicht. Der Herr hat mich verworfen. Ich habe wieder dies gemacht. Ich habe wieder das gemacht. Jenes gemacht. Nein. Die Gnade des Herrn Jesus Christus reicht so weit, dass kein Auge das sehen kann. Niemals. Habe keine Angst. Denn Angst hat immer mit, wie heißt es in der Schrift, mit Strafe zu tun. Die Liebe soll in dir vollkommen sein und die Liebe soll die Furcht austreiben. Wenn du dich also fürchtest, so bist du noch nicht vollkommen geworden in der Liebe. Mach dir darum Gedanken. So soll das sein. Fällst du, steh auf und geh weiter. Fällst du, nimm dein Kreuz wieder auf dich, geh weiter. Und lass dich nicht beirren. Ah, Mariam ist da. Mariam, komm mal bitte rein. Hallo, Gottes Segen, meine lieben Geschwister. Im Herrn Jesus Christus. Gott segne dich und deine Familie. Dankeschön, mein Lieber. Wie geht's euch? Ja, Handel Jesus, sonst geht's gut. Ja, ich spreche jetzt gerade für die ganzen Geschwister. Wunderschön. Das freut mich. Ich wollte noch... Ja, die Psalmen sind wunderschön. Ja, die Psalmen sind wundervoll. Das ist beilsam für die Seele. Ich lass das die ganze Zeit jetzt ein bisschen laufen, damit wir das Wort Gottes schön in uns auftanken. Was ich dich fragen wollte, Mariam, auf altavstil.com. Die Sura 66, Vers 1. Moment, ich stehe am PC. Ja, genau. Dann gleich starten. Ja, genau. Ja. 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 Ich habe hier alles dabei. Ich habe alles gespeichert. Ja, natürlich. Ich habe alles bereit, separat. Ich mache die Internet noch ein bisschen stärker, weil mein Internet hier gerade nicht so gut. Hört ihr mich, meine Lieben? Ja, wir hören dich. Hört ihr mich? Okay. Gut. Sehr. Altavstil.com. Also, ich bin da. Also, noch ein von vorne. Ja, Sura 66. Aha. Sura 66. Ja, Altavrim heißt das. Okay. Altavrim, genau. Vers 1. Vers 1. Okay. Und Tafsir, was soll ich nehmen? Tabari oder was? Guck mal bitte, was Altavari Al-Kurtubi sagt. Was die verschiedenen Ausleger sagen zu dem Vers. Schau dir das mal an, was Mohammed da gemacht hat. Okay. So, ich habe einen Tafsir. Tabari. Okay. Okay, was Mohammed da. Also, wir haben. Ay, ja, ei, Herr Nebiyu. Lema tuherrm ma achal Allahu laka. Tabtagi maradatu auzajika. Wallahu ghafurun raheem. Okay, now, Tabari. Okay. 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 Ich lese mal jetzt. Soll ich das laut oder soll ich das jetzt erst mal lesen? Ja, lies erst mal, dann kannst du uns vorlesen und dann kannst du so ein Stück übersetzen, was da so geschrieben steht. Was die Mama Tabari sagt zu dem Vers. Was passiert ist in der Geschichte im Koran, Zuge 66, Vers 1. Okay, mache ich. Okay. Ist das viel? Das ist ein langer Text, oder? Ja, es ist ein bisschen viel. Es ist eigentlich viel Text. Also wenn ich das jetzt komplett lese, dauert eine halbe Stunde bestimmt. Okay, dann guck mal, dass du die wichtigsten Stellen, wenn du siehst auf einmal, wo es losgeht, wo es problematisch wird. Das wirst du direkt merken. Also das steht hier, was ich verstanden habe. Das heißt, warum verbietest du dir das, was Allah dir geboten hat, richtig? Genau. Warum verbietest du, was Gott dir erlaubt hat? Und suchst du das Vergnügen deiner Frau? Und Gott ist verheizend und barmherzig. Ja, selbstverständlich. Ja, also das ist der richtige jetzt, Tapsir, der Zuerfahrer auf Deutsch. Und hier steht, ich gucke mal, ich lese mal, was ist jetzt wichtig, relevant ist im Tapsir Tobori. Ja, also das ist die, was ich, was du sagen, was du sagen, was du sagen, was du sagen, was du sagen? Ja, ich gucke mal auch hier, was du sagen, was du sagen, was du sagen? Ja, 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 ja. Ihr Lieben, ich muss erst mal so richtig in den Tatsiert haben, weil ich noch mal was relevant ist für diese Suche, was wichtig ist. Oh mein Gott. Vielen Dank. 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 Ja. 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 Okay. Ja. 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 nehmen ihn als Vorbild. Das ist das, die Katastrophe. Die nehmen ihn als Vorbild. Ein einziges Desaster, ihr Lieben. Ein einziges Desaster. Und dieser arme Israel, der hat sogar noch seinen Sohn verführt, in den Islam reinzugehen. Guck dir das an, Maria. Sein zehnjähriger Sohn hat Schahada ausgesprochen. Oder zwölf, oder wie alt ist der Kleine? Und er weiß noch nicht mal von diesem Hadith und von diesem Dilemma. Klar nicht. Leute, die einfach aus Dummheit eine Entscheidung getroffen haben für den Islam, ohne sich Gedanken zu machen, wer ist Mohammed? Wo kommt der Islam her? Ist der Islam überhaupt die Religion Gottes? Das sind ja Fragen, die man sich so stellen muss, bevor man eine Entscheidung trifft. Was sind die Beweise dafür? Was ist dagegen? War Mohammed überhaupt ein Prophet? Aber nicht aus reiner Dummheit einfach so. Ja, aus emotionalen Gründen. Ich weiß es nicht, was das war. Aus emotionalen Gründen oder wie auch immer eine dumme Entscheidung getroffen. Richtig, richtig. Ja, also Mohammed wird die alle ins Verderben bringen, wenn sie so weitermachen. Ins Verderben, sofort, direkt. Ich sage immer, eine One-Way-Ticket zur Hölle. Sofort. Highway to Hell. Ja, genau. It's a one-way-Ticket to Hell. One-Way-Ticket. Ich sage immer, bitte Israel, wenn er Islam verlässt, was passiert? Er will Islam verlassen. Ja, was passiert? Also du hast dich in einem riesen Dilemma eingesteckt. Du warst hier ganz schön glücklich und gesegnet. Ja, bei Jesus Christus. Und du hast dich in einem Dilemma. Ja. Ich weiß nicht, was ist es? Keine Ahnung. Nicht nur du, lieber Israel. Es sind so viele. Und die bereuen das sehr, sehr sogar. Und kommen wieder zurück. Aber reumütig und 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 weinend. Ja. Also es ist nie zu spät. Man kann immer noch zu der Herr Jesus Christus kommen. Der Herr Jesus Christus ist barmherzig. Und er hat immer seine Arme offen zu seinen Kindern. Du weißt schon, dass wenn die 99 Schafe da sind und ein Schaf weggelaufen ist. Der geht und erholt diesen einzigen Schaf. Du bist auch sein verlorenes Schaf wie jeder andere. Wie gesagt, es ist immer noch nicht zu spät. Wie gesagt, es ist immer noch nicht zu spät. Der Herr Jesus Christus wartet immer noch auf seine Schafe, verlorene Schafe. Es ist immer noch nicht zu spät. Ja, aber du weißt, der Hebräerbrief setzt dann ein für ihn. Hebräer 6. Wer einmal teilhaftig geworden ist, für den gibt es keinen Raum mehr zur Buße. Das ist das Problem. Der Herr hat ihm dann auch dementsprechend seinen Weg freigegeben und für ihn gibt es keinen Raum mehr. Und das ist sehr traurig, weil ich glaube, dass auch aus Unterdrückung und Bedrohung, ich glaube auch, da weiß schon, wenn er den Islam wieder verlässt, was es dann passieren wird. Das habe ich ja gesagt, dein armer Sohn, den du da drin reinverführt hast, weißt du überhaupt, dass das der gefährlichste Satz ist, den man überhaupt aussprechen kann? Ja, der steckt im Klemmer, wirklich bis zum Hals. Bis zum Hals. Der ist schon drin, der steckt tief drin. Man kann nur noch für ihn beten und für andere auch, genauso wie ihm, den Herr Jesus Christus einfach verleugnigt oder verkauft haben für diese Welt. und einfach nur beten für die. Mehr können wir nichts tun. Sehr schade, finde ich. Ja. Ja. Das macht natürlich einen traurig, weil es auch um den kleinen Jungen geht, der seinen muslimischen Kollegen vielleicht gefallen wollte und auch eine Entscheidung nur wegen seinen Freunden getroffen hat. Das merkt man so. Die kennen sich überhaupt nicht aus mit dem Islam und treffen einfach eine Entscheidung. Das ist ja traurig, traurig, traurig. Es steht hier, Rose schreibt, er hat Video gepostet, dass er Islam verlassen will. Ob das wirklich stimmt ist? Nein. Ach, das sind alte Videos von ihm. Ah. Okay. Ja. Wir beten. Wir beten einfach für ihn. Möge der Herr Jesus Christus sein Herz berührt für die Wahrheit. Ich habe versucht... Ja. Ich wollte sagen, da siehst du, Mariam, was abgeht. Wenn du auf einmal die Tafside aufschlägst. Merkst du auf einmal, was abgeht, wenn man die Tafside aufschlägt? Ah, okay. Versteht? Nein. Ein neues. An mir habe ich dich da markiert. Ein neues Video, hat sie gesagt. Keine Ahnung, ob das so was stimmt. Ja. Da steht, ist ein neues Video seit gestern drin. Schreibt Rose. Okay. Vielleicht hat er wieder irgendwelche... Wie heißt das? Weiß ich nicht. Wahnvorstellungen oder sowas. Warte, wie heißt der Typ? Israel. Ich meine das. Ja, aber wenn man seine Meinung und seine Religion so wechseln kann, wie ein paar Schuhe zu wechseln oder Unterhose wechselt, dann... Ich weiß es nicht. keine Ahnung, was ist mit ihm los momentan? Vielleicht befindet sich in einer emotionale Phase, schwierige emotionale Phase. Und er sucht wirklich nach Gott. Es kann sein, dass diese Tabletten, die er nimmt, er nimmt ja irgendwelche Tabletten, dass er es auf sein Hirn geschlagen hat. Ich weiß nicht, was das ist. Keine Ahnung. Mag sein, wirklich. Ich bete für ihn. Ich habe versucht gestern, ihr Lieben, ihr habt gesehen, ich sage euch die Wahrheit, ich habe versucht, ein Profilbild von mir zu machen, damit ja alle wissen, wie ich endlich, wie ich aussehe. Aber das hat irgendwie leider nicht so geklappt, weil ich habe ja immer Probleme gekriegt und natürlich von Nichtchristen. Ja. Und die wollen halt wissen, ob ich wirklich es bin. Ja. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, lieber nicht mehr, weil es ist zu riskant. Was denn? Ja, ich habe, weil viele wollten wissen, wie ich aussehe. Und dann habe ich gedacht, komm, ich mache mir jetzt ein Profilbild und dann ist es egal, dann wissen sie jetzt endlich, wie ich aussehe. Aber dann, es war keine gute Idee, Amir, ich habe so viele Nachrichten von Nichtchristen und das hat mich wirklich umgehauen. Da habe ich gesagt, nein, das war doch keine gute Idee. Da wollten alle wissen, ob ich wirklich diejenige, die auf dem Bild ist, ja, dass ich es bin. Unbedingt. Warst du es? Warst du es oder was? Ja, das ist das, das war ich, was ich gemacht habe. Aber dann habe ich gesagt, komm, das war doch keine gute Idee, dann lasse ich es lieber und mache ich es lieber weg, bevor ich noch wieder Probleme bekomme. Weil du weißt ja schon, wie die sind. Ja, ja, klar. Ja, es war heftig. Ich habe schon gesehen, die Reaktion und ich habe immer wieder Nachrichten bekommen, ob ich das wirklich nicht bin. Aber dann habe ich gesagt, komm, ich lasse es einfach. Mein Ziel hier, dass ich, ja, dass ich über Jesus Christus rede und Aufklärungen und das war's. Ich will mich nicht mehr zeigen. Aber was, da wollten die dich dann kennenlernen, oder was? Ja, genau, viele. Und einer hat gesagt, bist du das auf dem Bild wirklich? Ja, und dann, oh, mal ja, es hat sich in eine, in anderen Richtungen geführt und das wollte ich nicht haben. Ich habe damit irgendwas, keine Ahnung, ausgelöst und dann habe ich gesagt, komm, ich lasse es lieber. Ja. Ja, du entscheidest ja, ob du dein Profilbild da reinmachst oder halt ein Kreuz nimmst, oder was auch immer. Ja, ich lasse es bei dem Kreuz, ist viel schöner. Und, genau. Ja. Ja, mein Lieben. Ich habe nichts gefunden, das ist kein neues Video von dem, siehst du, der hat das, glaube ich, runtergenommen, oder was? Keine Ahnung, mein Leben als Diener von Allah. Der, der lebt alle 20 Minuten oder alle eine Stunde ein Video hoch, der Typ, Ja, der Arme, also der, der weiß nicht, was er macht vielleicht halt. Wie gesagt, der ist in eine emotionale Achterbahn momentan. Kann sehr möglich sein. das kann auch sein. Ja, ja. Emotion, Damage. Hör, wie der Rob Christian das immer einblendet. Emotional Damage. Ja, das ist heftig. Ja. Alle Tippik, Leute, alle Tipiko machen. Tipi, Tipi. Alle Geschwister, ja. Nee, ich wollte nur wieder erwähnen, wenn, sobald man sich mit dem Islam auseinandersetzt, wenn ihr Leute habt, also ihr Lieben, wenn ihr Verwandte oder Geschwister habt, die sich für Islam interessieren, dann sagt ihnen, wenn du dich für den Islam interessierst, musst du aber auch die Tafsid akzeptieren, weil sie zurückzuführen sind zu Mohammed und die Gelehrten uns die Geschichte über Mohammed dann erzählen. Und dann musst du das aber auch akzeptieren und dann könnt ihr das zeigen. Akzeptierst du das dann, bevor du eine Entscheidung triffst? Verstehst du nicht einfach dumme Entscheidungen treffen, sondern das ist das, was der Koran lehrt? Richtig. Und das ist auch falsch, wenn man nur den Koran akzeptiert und nicht die Hadith dazu akzeptiert, weil die Hadith sind sehr wichtig, die sind sehr relevant, damit man den Koran verstehen kann. Und wenn man nicht die Hadith anerkennen, dann hat man auch automatisch den Koran auch nicht anerkennt, nicht akzeptiert. Dann ist man kein richtiger Muslim. So ist das, genau. Ihr lieben Geschwister in Christus, vielen lieben Dank für eure Nachrichten und ihr seid wirklich Kinder Gottes und ihr seid echt richtig lieb. Man sieht das und man erkennt das an ihren Früchten. Genauso ist das. Man sieht das Unterschied zwischen den Muslimen, leider, die machen mich wirklich, die tun mir echt leid. Und man sieht auch eure Kommentare. Gerade eben Bundespolizei guckt die mich so an, sagt die, bist du nicht TikToker? Echt? Bundespolizei bist du nicht TikToker? Ja, verfolgst du meine Sachen mit dir? ich gucke mir sehr oft dir bei deinen Sachen an. Herrlich. Du bist bekannt, du bist berühmt. Natürlich. Danke, Bundespolizei. Kein Problem. Ich diene hier in Deutschland. Jesus Christus. Du bist bekannt, Amir. Natürlich. Ja, möge der Jesus Christus auch diese Bundespolizistin segnen, behüten und beschützen. Amen. Amen. Bitte könnt ihr ein kleines Gebet für mich, ich bin sehr lungenkrank. B.A. Toni. Ja, nicht ich, einer von den Kommentaren, Toni. Toni ist lungenkrank? Hm. Okay, möchtest du beten, Mariam, oder soll ich beten? Ja, kann ich beten? Ja, ja, kein Problem. Ja, wie du möchtest, entweder ich oder du, ist egal. Okay, kein Problem. Ich bitte dich, Herr Jesus Christus, bitte, Ehre, unsere Gebete, wir beten für Toni, bitte, dass du ihn wirklich, dass du, dass du dich um ihn kümmerst, dass du ihn heilst, dass du, dass du, dass du bei ihm sein, dass du deine Liebe gibst für ihn und deine Gnade. Bitte, Herr, lieber Jesus Christus, du hast gesagt, du bist alles für uns. Du heilst, du gibst uns Glück, du gibst uns Liebe, alles, was wir brauchen. Wenn du bei uns bist, brauchen wir nichts mehr im Leben. Vielen Dank für alles, was du uns gegeben hast, Herr Jesus Christus. Wir bitten dich, bitte, Herr Jesus Christus, sei bitte mit Toni, tröste ihn und ja, heile ihn mit deinem Wille, lieber Jesus Christus und sei mit ihm. im Namen Jesus Christus, Amen. Wunderbar. Bist du noch da? Amir? Hört ihr mich? Ja, wir hören dich. Bist du noch da, mein Lieber? Ich kann, weil ich habe jetzt eine Besprechung, wie gesagt, ich habe Homeoffice und später komme ich mit mir rein, wenn du mich brauchst. Kein Problem. Wann auch immer, du möchtest. Gott segne dich, Mariam. Gott segne dich auch. Okay, ciao. Ja, wundervoll. Danke an Mariam für das Gebet und dank dem Herrn jeden Tag, jede Minute, egal wo ihr seid. Dank für alles, was ihr habt. Guck mal, was der hier sagt. Warum ich Moslema geasst habe? Wo ist der Grund? Wenn jemand Kriminalität betreibt, warum sagen wir, dass Moslem-Hasser sind? Warum? Wenn jemand Kriminalität betreibt, sagen wir, warum der Moslem-Hasser ist. Ja, du musst dir mal vorstellen, dass der Mohammed der Kriegsbeute gemacht hat. eine ganze Suche im Koran heißt Die Beute. Der Typ, der hat noch niemals den Koran gelesen. Der kennt nur diesen Thronvers und Suche hier, Dings, Al-Ikhlas. Das sind so die Suchen, die er nur kennt. Das war's. Das ist für den Islam. Den Thronvers aus Suche Al-Bakara 255. Und dann hast du noch hier Surat al-Ikhlas, Suche 112. Und das ist für den Islam. Das ist Wahnsinn ist das, Und Jesus war nur ein Diener Allahs. Das sind die Worte, die er immer wieder erwähnt. Das ist unglaublich. Das hat Islam damit zu tun. Was hat damit nichts zu tun? Ich lese mich da rein, 40 Stunden am Plan. Ja, aber wenn Mohammed selber Kriegsbeute gemacht hat und die Leute ausgeraubt hat, dann würdest du doch sagen, dass das doch kriminell ist, oder nicht? Was ist dein Schaumelker? Ich liebe dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Und meine Aufgabe ist einfach dieses Buch. Ich liebe dieses Buch. Ein Buch, das aufruft, mit seiner eigenen Tochter Verkehr zu haben, wenn sie aus Unzucht entstanden ist. Suche 25, Vers 54. Sowas liebt der Typ. Guck dir das mal an. Meinst du, der kennt sowas? Meinst du, er weiß, dass Allah sowas sagt? Ein Buch liebt er, das aufruft, uns in Nackentherapie zu verpassen, wie ich euch heute vorgelesen habe. Suche 47, Vers 4. Ausleger durch Tafsele bin Kazeel. Eine einzige Katastrophe. Genau, Christina. So sieht's aus. Katastrophe. Sehr gut erkannt. Wie kann man so ein Buch denn lieben? Du magst also in Zuge 4, Vers 24, weibliche Kriegsgefangene gefangen zu nehmen und sie fordern die Ehemann zu Fecke. Das magst du? Das kannst du keinem erzählen. Das ist Wahnsinn. Und deswegen haben wir eine Gruppe gegründet. Telegram-Gruppe. Ich kann gerne oben reingehen, dass wir so eine Gruppe ein Profil bearbeiten. Unten ist der Link, da kannst du reingehen und dann bist du direkt drin. Und wenn du Koran haben willst, haben wir überall einen Verteiler. Wir geben dir eine Koran, dann liest du. Du brauchst nichts zu bezahlen. Wenn jemand den Koran verkauft, ich werde niemals, ich werde mal auch arbeiten. Ja, okay, die Leute, die den Koran verkaufen, die haben ja auch einen Vertrieb und das Ganze muss ja auch irgendwie bezahlt werden. Wovon sollen die denn leben? Sollen die von Luft und Liebe leben oder was? Ja, klar, können die den Koran für dich umsonst geben. Wäre das aber nicht angebracht, dann ein wenig zu spenden, genau wie bei kostenlosebibel.de. Wenn du also dort eine Bibel bestellst, kannst du den Leuten doch etwas Geld dalassen. Muss jetzt nicht viel sein, aber wenigstens so ein bisschen, damit du zeigst, oh hier, danke dafür, dass ihr das gedruckt habt. Von was haben die das denn genug von ihrem eigenen Geld? Was ist das ein Typ, ey? Und das ist das, was Allah gesagt hat zu den Geschäftsleuten. Hör mal zu wer möchte, die Korans bestellen. Wir brauchen Korans. Wir haben keine Korans mehr. Ist das normal, dass wir keine Korans haben? Das ist der Abu Najib mit blonden Haaren. Das ist einfach Abu Najib mit blonden Haaren. Der will auch eine Milliarde Koran hier in Deutschland verteilen. das wird dann die nächste Lies-Aktion. Unglaublich, ey. Ich alleine kann das nicht backen, aber als Familie können wir das backen. Oh. Einen Moment, ich kriege einen Anruf. mich ents whereasyon. Bis nach Hause. Und ich bin kein Karton. denn ich bin koragonal, Und ich kann es weil die verschenken, nicht zurückkecontroflstation aber auch ein paar oder so weiterent��len. Von Azuresem Ah, das war gut. Ich war drungenabhängig. Ich bin frei. Ich war um 8 Uhr morgens, als Christ bis auf nach Hause angekommen. Mein Sohn hat mich angeschaut. Ja, aber das kannst du doch Christus nicht in die Schuhe schieben, wenn du ein Problem mit deinem Alkoholproblem hast. Hat der Herr Jesus Christus dir gesagt, du sollst das machen? Du warst also niemals frei. Der Sohn macht dich frei und du wirst frei sein von all diesen Dingen. Du warst niemals ein Christus. Wisst du? So einfach ist das. Man muss ihm nur zuhören und dann sagen, wer wahrlich, wenn der Sohn dich frei macht, bist du wahrhaftig frei? Ist er also frei gewesen? Nein. Total beladen, der Typ. Total beladen. Guck mal, wie die Tabletten kicken bei ihm. Guck mal, was mit mir los ist. Ich trinke nicht. Ich rauche nur Zigarette. Aber guck mal, was mit mir los ist. Keine Nachbarliebe. Ja, du weißt doch, dass im Islam Rauchen Haram ist. Der Mohammed hat dir gesagt, dass du dir selber keinen Schaden zufügen darfst und anderen. Das heißt, wenn du Zigarette in der Öffentlichkeit rauchst, schadest du dir selber und dein ekelhafter Qualm schadet auch der Ummah. Also es ist Haram verboten. Und Millionen von Muslimen rauchen tagtäglich von morgens bis abends. Die sind ja gar nicht bewusst, was sie da tun. Sofort zur Strecke gebracht werden, werden die. Aber willst du rauchen? Willst du uns vergiften mit deinem Rauch? Mit deiner Verpestung hier? Ich kenne die Bibel auswendig. Habt ihr das gerade gehört? Was ein Scharlatan, ne? Mein Lieber, keiner beleidigt hier irgendwen. Aber wenn wir lesen, was dein Prophet so alles in seinem Leben getan hat, werden wir das Kind beim Namen nennen. und ihn eindeutig als falschen Propheten abstempeln. Was er auch nämlich ist. Denn der Koran, die Hadith, die Sunnah und die Tafsile geben uns die Berechtigung dazu. So sieht das aus. Da brauchen wir nicht die ganze Zeit rumheulen, sondern unser Gehirn einschalten, nachschlagen, lesen und verstehen, wer Mohammed überhaupt war. Zwei Minuten. Ich komme zu dich. Vergib mir bitte, dass ich weiß, aber es gibt mir ein paar Weh. dass wir Menschen einfach nicht verstehen, was habe ich euch getan als Moslem? Was habe ich euch getan? Was haben wir euch getan? Kriminalität? Ich habe damit nichts zu tun. Ich lebe... Ja, du hast uns nichts getan, aber deine muslimischen Brüder und Schwestern in Irak und Syrien haben, mein, unseren Geschwistern das Leben genommen aufgrund deiner Terrorsekte. Aufgrund deiner Terrorsekte, aufgrund deines Terrorbuchs, was dort Terrorismus verzeichnet ist in Surah 8, Vers 60, terrorisiert die Feinde Allahs. Und seid hart gegen sie. Weißt du, weiß ja gar nicht, der Typ weiß gar nicht, was er sich da angetan hat. Ich sag doch, der ist irgendwie auf dem Trip und irgendwann mal kommt er runter von seinem Trip. Merkt ihr? Alles emotional, alles so geistlich total verwirrt, nicht bei Sinnen. Lügt die ganze Zeit rum. Was habe ich euch getan? Ich verdiene kein Geld für. Ich sammle das Geld, ich nehme am Namen Allah. Ich mag an, im Namen Allah. Was wollt ihr von mir? Selama Allah, und nur ihm, und nur ihm, und niemandem. Und ich will euch erzählen, ich spreche in jeder Sprache, was ich weiß. Nur Allah ist Gott. Gott ist Gott. Du hast Gott. Du hast Gott. Biet. Nur Allah ist Gott. No, your Allah ist ein Flying Leg. Allah. Your Gott ist nicht Gott. Your Gott ist ein Flying Leg who hat zwei righte hands und eine green suit. and woolen hair. Let us talk in English, ey. Mach dir mir einer auf Dings. Ich kann alle Sprachen. Lasst uns in alle Sprachen machen. Die Verwirrtheit ist schon verwirrt, Leute, ey. Das kannst du keinem erzählen, was der da macht. Ehrlich, ey. Unglaublich. Only Allah, and this is my life. I am the preacher from Allah. You know what? I want to tell you something, my story. You don't understand. I was 21 years, I was 21 years, and today look at me. Look what I want. Da sagt er, ich war 21 Jahre ein christlicher Mann. Nein, du warst einfach ein Mensch, der mit Jesus nichts zu tun hatte. Der sich einfach Christ nennt, aber innerlich total tot war. Das ist Wahnsinn, Mann. Hätte er wenigstens ehrlich gesagt, so wie ich, ich hatte mit meiner Religion nichts zu tun gehabt, da wäre er ehrlich gewesen. Er hätte auch gesagt, ich hatte mit Jesus nichts zu tun gehabt, aber habe mich dann eines Tages damit beschäftigt. Dann wäre er ehrlich gewesen. Und dann macht er mir ein auf Übertheologen. Ich habe Theologie studiert, ich kenne Bibel auswendig. Dr. Scheer, aber er ist ja wenigstens ehrlich gewesen. Er hat gesagt, ja, ich habe zu meiner Kindzeit, habe ich von meinen Eltern diese ganzen Gebete und Al-Fatih und alles mitbekommen und irgendwann später, lassen wir es ja sein, so sind die Euro-Muslime. So sind die Euro-Muslime. Eines Tages in ihrem Leben beschäftigen sie sich dann mit dem Islam. Das, was ich vollzogen habe, haben die anderen auch vollzogen. Nur, sie sind im Islam drinnen geblieben. Ich habe aber einen kritischen Geist gehabt und habe verstanden, dass der Islam nicht von Gott ist. Weil ich mich hingesetzt habe, weil ich dem Ganzen nachgegangen bin und ehrlich zu mir selber war. Das ist der Unterschied zwischen mir, einer unter ein Millionen von Muslimen und den ganzen Muslimen hier in Europa und auf der Welt. Ich habe mich getraut, nein zu sagen zum Islam, nein zum Koran. Allah gibt logisch. Männchen, egal, danke. In sechs Wochen doing with me. Look at this. Look at this, what he's doing with me. This is what I tell you. What did he do with you? What did he do with you? You're crying like a baby. You worship a flying leg. With two right hands and a foot. He will put his foot on the hell. You have a problem with Allah. I want to tell you this book. You have to read this book. You have to read this book. You know why? This is true. I read Bible. I study Bible. I study theology. But now... I read Bible. I study Bible. I studied theology, he said. But before he said, I was 21 years old so completely in the head. Schaut euch das an. Nur um euch mal einmal ein Video von ihm zu zeigen. Wie verwirrt der Typ ist. I tell you. In six weeks the Allah. You know what you're doing with me? Look. Look what you're doing. What is my life? Look, I have HIV. I have HIV. But I tell you something. Allah tell me. Read a book and I will... I have HIV. IV, dieser Russe, der hat durch das Heroin fixen oder was? Er war ja ein Fixer. Er war ein Junkie oder was? Hat er sich HIV zugezogen. Der hat den HIV-Virus in sich. Unglaublich, ne? Deswegen nimmt er halt diese Pillen und ich glaube, diese Pillen sind so stark, die auf die Psyche draufgehen. Versteht ihr? Daher kommt das Ganze, dieses Emotionale und dieser Wahnsinn, den er dann von sich gibt und diese Lügerei, die der dann erzählt. Merkt ihr? Und das ist das. Mein Name ist Israel. You know what is Israel? Das ist, wisst ihr, was Israel heißt? Das gibt es einen Jakob, einen Propheten, hier im Koran. Und der Israel, ich war ein Manipulator, ich habe Leute abgezogen, die Leute, denen ich Geld schule. Und irgendwas, bitte meldet sich bei mir. Ich werde euch zurückzahlen, das 10-fache werde ich zurückzahlen auf mein Leben, wo ich Christ war. habe ich Leute abgezogen. Wo ich Christ war. Siehst du, er muss das immer wieder betonen, wo ich Christ war. Merkt ihr? Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Deswegen, ich sage heute. Er will das also dem Herrn Jesus Christus in die Schuhe schieben. Merkt ihr das? Wo ich Christ war, habe ich Leute abgezogen, weil Jesus Christus mir das befreund hatte. Ja? Hört mal zu. Gelobt sei nur, aber Allmächtige. Und alle Propheten, auch Prophet Jesus Christus. Prophet Jesus Christus. Prophet Gesandter. Guck mal, was über ihn hier steht. Jetzt liest er wieder ein Vers vor. Geht ihr in den Telegram-Kanal. Das ist in diesem Link. Bitte tut euch den Gefallen. Jeder, der Koran haben will. Jeder, der Koran haben will. Alhamdulillah, Prophet Jesus ist kein Sohn Gottes. Es war kein Klotschung. Es war niemals. Seht ihr? Er ist nicht der Sohn Gottes. Das darfst du aber hier locker, ganz locker sagen. Was meinst du, wie diese Sätze, die Christen verletzen? Habe ich dann die Berechtigung zu sagen, dass Mohammed nicht ein Prophet war, Allah nicht Gott ist und der Islam nicht von Gott ist? Absolut die Berechtigung dazu. Wenn du dich da hinstellst und das sagen darfst, ohne Probleme zu bekommen, darf Dr. Schech Auer mir das aber sowas machen. Siehst du, er äußert diese ganzen Dinge, die uns wehtun. Jesus ist nicht der Sohn Gottes. Er ist nicht Gott im Fleisch. Die Bibel ist verfälscht. Er wurde nicht gekreuzigt. Das dürft ihr alles sagen. Merkt ihr? Ohne Probleme zu bekommen. Aber sobald ich das auf die anwende und sage, Mohammed war niemals ein Prophet. Er hat euch angelogen. Er hat Unsinn erzählt. Der Islam ist nicht von Gott. Der Koran hat Millionen von Fehler. Allah macht also immer wieder ständig unfassbar viele Fehler. Willst du mir also sagen, dass das Gott ist? Und ich muss so mein Leben fürchten und der kann ganz normal, ganz locker überall hinlaufen. Merkst du? Merkt ihr noch, was hier los ist? Aber Dr. Schech Auer war mein Fürstchen sicher nicht. Damit will ich euch nur sagen, guckt euch diese Ungerechtigkeit an, auch was die hier praktizieren. Sie dürfen alles über euren Glauben sagen, danke doch. Sie dürfen alles über euren Glauben sagen, ohne Konsequenzen zu spüren, spüren zu bekommen. So ein Freifahrtsschein, merkt ihr? Freifahrtsschein zu sagen, den Christen zu sagen, was sie wollen. Merkt ihr? Weil mit den Christen kann man es ja machen, weil sie wissen, dass wir gewaltlos leben. Dass wir nicht hingehen und ihm so auf seinen Kopf schlagen, damit er wieder normal wird. Versteht ihr? So was gehört sich ja nicht. Der Herr Jesus Christus hat uns ja nicht so was beigebracht. Aber Mohammed hat den Leuten beigebracht, wer ihn kritisiert. Was man mit ihm machen sollte. Danke, Doktor. Also dazu fällt mir gar nichts mehr ein. Kennt ihr das? Also dazu fällt mir gar nichts mehr ein. Ja, ich bin froh, dass wenigstens ihr noch und meine Community quasi noch, die auch in YouTube noch da sind, aber die sich TikTok jetzt nicht runtergeladen haben, nur einige wenige, die Verstand bewiesen haben und wissen ganz genau, wovon ich hier rede, was ich hier mache und alles. Ich bin froh, und ich bin froh, der Herr Sech. Das ist unglaublich. Das ist echt auf mir. Bis gleich, wir lieben. Ich komme erst wieder. Bis gleich, wir lieben. Bis gleich, wir lieben. Bis gleich, wir lieben. Bis gleich, wir lieben. Ich habe eine Schlafmütze. Hat mein kleiner Doggy Dog wieder seine Schlafroutine durchgezogen oder was? Der ist heftig, der guckt immer so, als hätte der sich so 20 Gramm Gras reingezogen. Der ist so gechillt, der guckt immer so. Wo ist Allah? Allah kommt da, ich warte. Ich mache gleich wieder an, damit wir ein bisschen auf ihn reagieren. Das ist kein Mobs, ey. Das ist ein Frenchy, Mann. Das ist ein kleiner Bulldozer, Mann. Das ist ein Zermalmer. Der ist zwei Jahre geworden. Aber rückwärts, das zeigt mal bitte. Jetzt nicht. Ich würde ihn gerne sehen. Ich zeige ich euch. Ich habe das schon sehr oft gezeigt. Das habe ich verpasst. Ja, kein Problem. Ich kann ihn ja öfters mal zeigen. Ja, wie du willst, wenn du das möchtest, wenn du das machen möchtest. Jede, der unterstützen will, der kann unterstützen. Wenn nicht, dann auch nicht. Wir machen das ja nicht in erster Linie für sowas. Wir machen das ja für den Herrn. Deswegen nehme ich auch niemals an so Matches teil oder sowas. Weil meine Aufgabe ist es nicht, hier an Matches teilzunehmen, um das Geld aus den Tagen zu verdienen. ...herrn Jesus Christus zu dienen. Danke, Rubinian. Oh, Hantel. Vier Kilometer. A3 oberhalb. All Ehre gebet dir, mein Jesus Christus. Amen. So sieht es aus. Der Doktor hat es gesagt, Doktor D. Wir reagieren jetzt gleich weiter. Ich muss gleich noch mal kurz raus und dann komme ich wieder und dann geht's los. Der Israel. Al-Batul. Ja, und? Al-Batul? Hütte deine Zunge. Was ist das denn? Rollt dieser Al-Batul hier rum oder was ist das? Ach, Entschuldigung. Jetzt habe ich eine Einladung gesendet. Das wollte ich gar nicht. Deine Meinung zu mir ist die wahre Strömung des Islams. Es gibt keine authentischere Gruppe als in den islamischen Staaten. Ah, er regt sich auf darüber, dass du Geschenke bekommst. Ja, das ist ein Anstoß für diese Leute. Er ist weg, sehr gut, Tisi. Ja, guck dir das mal an. Denn das ist für die das Ultraschlimmste, wenn ich hier so sitze und die Leute, meine so Geschwister oder die Mitstreiter, mir so Geschenke zukommen lassen. Das ist unglaublich für die. Und, und, dankeschön, Cousinus. Es ist unglaublich. Richtig, ja genau, so neidisch, genau. Unfassbar. Ich gebe ja den Leuten etwas so wieder. Ich animiere sie nicht dazu. Jetzt kommen Leute alle mal zwei, alle mal drei. Und diese geistige Dünnpfiff da oben rein zu drücken. Sondern nein. Ich reagiere auf einige Sachen. Gebe alles so mit. Teile mit euch ein wenig Wissen. Und das ist doch wundervoll. Dünnpfiff war gestern. Heutzutage heißt es, heutzutage heißt es, Gehirn einschalten. Hör auf, die Wahrheit zu verbreiten. Hamid Khan feiert die Taliban. Ja, ich frage mich, was er in Deutschland dann will. Achso, ja stimmt. Er will den Euro-Shisha-TikTok-Ismus. Euro-Shisha-Ismus. TikTok-Islam will der natürlich mit Taliban zusammenbringen. Nein. Danke, Rubinja. Da kann er hier Gagen kriegen für Boxkämpfe und ein bisschen Taliban-Werbung machen. Das ist ja unglaublich. Ich gehe kaputt, ey. TikTok-Giad. Ja, genau. TikTok-Giad. Das ist ihr Verständnis für Giad. Ich ziehe aus, um die Meshes kaputt zu machen und alles mal drei zu bekommen. Alles mal drei. Das ist mein Giad. Wo ist Researme? Ich weiß nicht. Wo ist diese Abo-Heads-Wacke? Ich guck mal. Ich glaube, der will nicht seine MBs aufbrauchen oder was. Der Abo-Heads-Man. Ruf mich mal an. Hallo, Abo-Headserei. Hallo. Ich bin live, Rese. Wo bleibst du denn? Du bist live, aber nicht lebendig. Ich bin so lebendig. Quick-lebendig, Rese. Rese, die Head-Street-Boys müssen vereint sein. Rese, komm jetzt. Rese, sollen wir einen eigenen Podcast gründen auf Twitch, die Head-Street-Boys, Rese? Rese, all right! Rese, unseren eigenen Podcast, Rese. Head-Street-Boys. Einen eigenen Hetz-Cast? Einen eigenen Hetz-Cast, genau. Ja, warte ganz kurz, warte, ein Moment, ein Moment, ich rufe dich sofort wieder an, ja? Exklusiv! Ja. Exklusiv! 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 Okay. Super, super, super. Das ist mein Arby, mein Arby-Tipp, hast du auch ein Arby-Tipp? Das ist mein Arby-Tipp. 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 ist, erkennt, dass diese Religion niemals von Gott ist. Ihr könnt die sofort auseinandernehmen. Weil das Verbrennen macht ja die Muslime nur sauer. Aber sie wahrhaftig zum Umkehr zu bringen, heißt Wissen achteigen. Denn Wissen ist Macht. So sieht's aus. Der labert einfach nur einen Schrott. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist so ein geistlicher Dünnpfiff. Entschuldigung, dass ich das so sage. Geistlicher Durchfall. Mehr ist das gar nicht. Das ist wirklich geistlicher Durchfall vor unseren Augen. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Wer ihm zuhört, den Ernst nimmt oder irgendwie denkt, dass der Typ noch alle Tassen im Schrank hat. Der hat den Bezug zur Realität verloren. Ohne Spaß. Blind. Ihr dürft nicht anbeten. Alle Propheten von euch und uns. Das sind die gleichen Propheten. Weißt du, was sie gesagt haben? Wir dürfen keinen anbeten. Außer Gott. Gibt's nicht. Ja, wenn du doch an alle Propheten glaubst. Warum glaubst du dann nicht an den Propheten Jesaja, der 600 Jahre vor Jesus Christus geschrieben hat, denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Starker Gott. Ewig Vater Friedefürst. Das nimmst du auf einmal nicht. Schaut euch das bitte an, was die Muslime... Es ist so traurig, wie die die Bibel lesen. Es ist so traurig, was sie von sich geben. Er ist zwar so einer, der eventuell auf euch rüberkommt, wie jemand, der Betontabletten nimmt. Die Muslime sind im Allgemeinen alle so. Habt ihr es gesehen? Er ist jetzt wenigstens... Kann man ihm da vorwerfen, dass eventuell die Tabletten bei ihm knallen. Aber andere Muslime, die keine Tabletten nehmen, reden fast genau wie er. Bei ihm können er eventuell noch sagen, gut, die Tabletten, die knallen bei ihm Hardcore rein. Aber was ist mit den Muslimen, die auf einmal genau den gleichen Quatsch erzählen? Wir glauben an alle... Er hat das ja von denen. Wir glauben an alle Propheten. 124.000. Ja, wer war denn Propheten der Chinesen? Wanktang, wanktang, wanktanggung. Prophet, wanktanggung, pingpong. Mamtang, wanktanggung, wanktanggung, wanktanggung. Propheten, wanktanggung, wanktanggung. Propheten, wanktanggung, wanktang, wanktanggung, 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 wanktanggung. An dieses Buch habt ihr zu glauben? Weigert ihr euch fertig in die chinesische Hölle. Wer war denn der Propheten der Russen? Wie ich das liebe hier mit euch, so ein bisschen Spaß zu haben, ehrlich. Heftig, ey. Das ist so krass, dass diese Leute machen. Ihr müsst euch mal vorstellen, Leute, der Allah sendet zu jedem Volk einen Propheten und mit ihm Botschaften und Bücher. Alle Bücher von Allah sind verfälscht. Alle sind verloren gegangen. Keiner weiß, wo die sind, was da drin geschrieben steht. Alles Lügerei. Alles Blödsinn auch. Wir sind auch, wo ich mit Abu Nadi am Diskutieren war und ich zu ihm gesagt habe, wer ist denn der Prophet der Chinesen? Ich weiß es nicht. Wo ist das Buch von den Chinesen? Allah hat Bücher herabgesandt. Wo ist das Buch der Chinesen? Sagt er, die haben es verloren. Wir haben es verloren. Auch die Chinesen konnten Allahs Wort nicht bewahren. Krass, ne? Allah macht 124.000 Fehler. Immer wieder. Habt ihr von so einem Gott in eurem Leben schon mal gehört? Danke, Herr Doktor. Hören wir mal weiter. Mein Gott. Und das glaubt ihr nicht. Hat Moses gesagt, alle. Und Jesus hat er gesagt. Aber ihr glaubt nicht. Deswegen, nur mal zu Christen. Tut mir leid, aber ihr seid verloren. Es gibt nur ein Islam. Nein. Du bist verloren. Die Christen sind auf der sicheren Seite. Sie sind die Schafe des Herrn und der Herr ist ihr Hirte. Du hast keinen Hirten. Du hast nur ein fliegendes Schienbein, das du jetzt angenommen hast und ein fliegendes Schienbein anbetest. Mehr ist das gar nicht. Die Christen haben einen Hirten und der Name dieses Hirten ist Jesus Christus. Der Hirte Israel. Und du hast Allah, Mond, Gott, zwei rechte Hände, Schienbein und einen Fuß. Das ist es. Mehr ist das gar nicht. Ein Weg durch Islam und das ist alles. Vergleich mal bitte mich mit Irfan und vergleich mal bitte mich mit Ex-Muslim. Ex-Muslim beleidigt die Christen. Ich sage so. Ich küsse euch Christen. Ich beleidige die Christen, obwohl er gerade die ganze Zeit die Christen beleidigt hat. Und gesagt hat, ihr seid dumm, dass ihr sagt, Jesus ist der Sohn Gottes. Guckt mal, was der da macht. Und dann macht er noch. Ich küsse euch, ihr Christen. Guck mal, was der macht. Was für ein Gesülze. Was für ein Blödsinn, der davon sich kippt. Anders kann ich es nicht ausdrücken. Völliger Blödsinn. Ja genau, was ist denn ein Schwätzer? Ich bin bereit, eure Füße zu waschen. Das hat euer Jesus gesagt. Er hat doch gesagt, ich bin... Er ist aber einmal bereit, unsere Füße zu waschen. Nachdem er unsere Füße gewaschen hat, wird er uns dann die Nackentherapie geben. In Suche 47, Vers 4. Ihr müsst auch schön sauber sein. Die Füße gewaschen. Ich bin bereit, euch Füße als Moslem, euch die Füße zu waschen, damit ihr aufbaut und zu bereichnet. Was für Heucheleine. Was für Heucheleine. Lasst uns Moslimen bitte in Ruhe. Wir haben euch nichts getan. Vergibt uns alles, wenn wir waschen. Keiner würde sich für den Islam interessieren, wenn die Namen Jesus, Moses und so nicht darin verzeichnet wären. Keinen würde den Islam interessieren. Und keinen würde der Islam interessieren, wenn das einfach nur eine normale friedliche Religion wäre. Dem ist aber nicht. Der Islam fabriziert auf der gesamten Welt Mord, Elend und Leid. Nichts als Terror hinterlässt der Islam, da wo er dominant ist. Und dass wir darüber reden, ist unser gutes Recht in einem meinungsfreien Land. Wenn dir das nicht passt, dann hast du ihn nicht zu suchen. Wir lieben euch. Wir lieben alle Menschen. Wir haben ihn in euch. Wir lieben euch. Habt ihr das gehört? Er liebt uns. Er liebt uns so sehr, dass seine Glaubensgeschwister uns von uns Tschüssi haben wollen, uns bekämpfen und uns Dankentherapie verfassen. Das ist die Liebe der Muslime zu uns. Das ist also die Liebe. Der Muslim liebt dich so sehr, dass er das Schwert auch richtig schärft und dann direkt dein Nacken-Therapie verpasst. Gut, das ist das doch. Ich weiß, da ist wieder Love in the Air. Guck mal hier, das ist Allah. Love is in the Air. Love is in the Air. Ich verpasse die Nacken-Therapie. Love is in the Air. Du kriegst Nacken-Therapie. Du kriegst Nacken-Therapie. Von was für einer Liebe spricht ihr denn da? Die Liebe Allah ist hier. Die Liebe ist in the Air. 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 Ich will euch vermitteln. Drei, zwei, eins, jetzt alle zusammen, drei Minuten lang durch, vier Minuten bis halb, bis halb drei, jetzt alle zusammen, alles mal drei. Sonst war ich wieder Lobby's in die Erde. Lasst doch einfach uns in Ruhe, meine Lieben. Wir lieben euch, wir beten für euch. Wir lieben euch. Spricht jetzt Dua für alle Christen. Wir lieben euch, wir machen Dua für Christen. Das kannst du keinem erzählen. Der macht so ein Christlarm, wie mein Bruder gesagt hat. Der ist so verwirrt, der macht Christlarm. Allah sagt, ich liebe die Ungläubigen nicht, aber Israel sagt, ich liebe die Ungläubigen. Suche 3, Vers 32. Allah liebt die Ungläubigen nicht. Und dann sagt er, wir lieben euch Christen. Wir lieben euch. Da kommt wieder der Song direkt wieder in meinen Kopf. Labe sind die Erde. Wir verpassen euch Nackentherapie. Stell dir mal vor, der islamische Stand wird das so als Naschid benutzen. Liebe sind die Luft. Wir verpassen euch Nackentherapie den ganzen Tag. Boah, ist das heftig. Ist das heftig, Leute. Boah. Ich kann nicht mehr. Lass Allah rennen los. Lass Allah rennen los. Ihr redet immer schlecht über uns. Und dann sagt er, dann betet er auch noch und macht uns dabei sofort schlecht. Habt ihr es gesehen? Wie verwirrt der Typ ist? Und er weiß ganz genau, dass die Bibel dazu aufruft, den Herrn Jesus Christus die Ehre zu geben. Wenn selbst Gott, der Vater, in Johannes 17, 5, den Sohn anbetet und ihn verherrlicht. Wer sind wir, dass wir das nicht tun? Wer sind wir, dass wir das nicht tun, wenn Gott, der Vater, das selbst macht? In Hebräer, Kapitel 1, Vers 8 bis 12, wo er spricht und von dem Sohn, oh Gott, dein Thron wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Meinte der Typ, hat einmal in seinem Leben die Bibel gelesen. Der war damit beschäftigt, das beste Hero zu finden. Damit war er beschäftigt. In seiner Karriere als Django. Wie man am besten die Nadel ansetzt, zum Ballern. Damit war er beschäftigt. Traurig. Gibt es nicht. Kein einziger Spruch. Jesus hat immer zu. Guck mal, Wort Rab und Wort Ab. Rab bedeutet Vater. Äh, Herr Schöpfer und Ab bedeutet Vater. Man hat einfach die Ehre weggetan und die Christen sind alle verloren. Die Bibel ist fast... Man hat einfach einen Ehre weggetan und die Christen sind alle verloren. Die Bibel ist verfälscht. Seht ihr, Israel hat gesprochen. Was für Atomphysik-Logik. Habt ihr es gehört? Die Bibel ist verfälscht. Aus einem R wurde ein A und deswegen ist jetzt R anstatt Rab ab. Ich kann nicht... ...fälscht. Deswegen habe ich dieses Buch genommen. Ich bin Theologie. Ich bin Theologie. Die Bibel ist sowas von verfälscht. Sie können... Siehst du, er hat Theologie studiert. Er hat gerade noch zugegeben, dass er 21 Jahre lang als so wie so ein Drogenabhängiger losgezogen ist und geklaut hat und böse Dinge getan hat. Und dazu hat er dann noch Theologie studiert. In der Universität blätsch. Auf der Universität blätsch. Auf der Universität blätsch. Da nur nachholen. Ich kann nicht mehr, das kann so keiner mehr zählt, ey. Entschuldigung, ihr Lieben, für die Ausdrucksweise, aber das musste gerade sein, ey. Wie lächerlich kann man sich denn noch machen, zu behaupten, dass man Theologie studiert hat, aber vor... Noch ein, zwei Minuten davor sagt, dass er 21 Jahre lang so geklaut hat, Drogen zu sich genommen hat und sowas. Und die Muslime, dass sie das auch noch so ernst nehmen und glauben. Deswegen hat er auch so viele Morddrohungen erhalten von den Muslimen. Weil die dachten, der macht sich so lächerlich über den Islam. Das ist so comedy show, oder was ist das? Die Muslime akzeptieren die niemals. Nur diese Euro-Shisha-Tik-Tok-Muslime akzeptieren, so ein Quatsch. Die selber mit dem Islam nichts zu tun haben. Die finden das schön, die finden das okay. Ja, und die nutzt er gerade aus, ne? Die nutzt er gerade aus. Er ist ein ganz, ganz gewiefter Typ, dieser Russe. Ganz, ganz gewiefter. Kann ich vorstellen. Es gibt so viele Widersprüche. Nur im Koran gibt es das nicht. Alhamdulillah. Möge aber ein mächtig und... Ah, nur im Bibel findest du Widersprüche. Im Koran also nicht. Aha, okay. Natürlich. Suche 69, Vers 44. Und dazu in Zayy al-Bukhari, als der Allah sagte, wenn er uns etwas erdichtet, wie ihn an seiner Rechten packen würden und seine Schlagader durchtrennen würden. Und was ist dem Mohammed passiert? Er wurde von einer Jüdin vergiftet und es kam ihm so vor, als würde seine Schlagader durchtrennt werden. Ja, Allah sagt ja in Zürich 69, Vers 44, wenn Mohammed ein falscher Prophet wäre, würden wir ihn gewiss an seiner Rechten packen und ihm seine Schlagader durchtrennen. Und er wurde vergiftet von einer Jüdin. Und er ist an seinen qualvollen Leiden dann auch gestorben, weil seine Aorta durchschnitten wurde von dem Gift. So stark war es. Er ist also als falscher Prophet gestorben. Und diese Leute folgen Mohammed auch noch. Das, das ist noch die Oberhärte dahinter. Das ist die Oberhärte dahinter. Und dann steht auf einmal in Zürich 15, Vers 43, dass der Schätan zu Allah spricht und sagt, Ja, Allah, gewähre mir noch Aufschub. Ich werde sie allesamt irreführen, außer deinen auserwählten Dienern, denen, die dir folgen. Und dann sagt er Allah, du hast nur Macht über die Abgeirrten, die, die dir folgen und die Abgeirrten und alles. Wisst ihr ja. Und dann sehen wir auf einmal, dass der Mohammed unter Kontrolle von Satan stand, in Zürich 22, Vers 52, und er Koranverse der Satan ihn zitieren ließ. Und allein diese beiden Tatsachen lassen uns sofort zum Entschluss kommen, dass der Koran niemals von Gott sein kann und dass Mohammed als ein falscher Prophet vom wahren Gott bestraft wurde. So sieht es aus. Das war es. Nur diese zwei Punkte reichen aus, um den Islam, den Boden unter den Füßen wegzuziehen. An Mohammeds Person und seinem Leben findet ihr eindeutig heraus, dass er niemals ein Prophet war. Ja. Alle segnen und uns alle recht leiten. Wisst ihr, was recht leiten heißt? Das heißt, guck mal, guck mal was mit meinem TikTok-List. Weißt du warum? Weißt du warum? Weil ich Allah preise von ganzem Herzen. Ich lüge doch. Ich mach doch nicht Fame. Seht ihr? Ich lüge doch. Was ist mit euch los, meine Lieben? Ist das vorbei? Und ich bitte euch... Seht ihr, habt ihr gerade gehört? Ich lüge doch. Ein freudischer Versprecher nennt man sowas. Er lügt die ganze Zeit. Merkt ihr? Sowas nennt man im Fachjargon ein freudischer Versprecher. Wo er gesagt hat gerade, ich lüge doch. Ja, genau. Du lügst von morgens bis abends. Und lügst auch noch die Muslime an. Und diese armen Muslime, die dir noch so eine Plattform bieten, die tun mir am meisten leid. Die tun mir am meisten leid, dass sie das noch ernst nehmen, was der da von sich gibt. Diese geistliche Verwirrtheit. Habt ihr das gerade mitbekommen? Das nennt man ein freudischer Versprecher. Wenn die Wahrheit in seinem Kopf drin ist und er das auf einmal äußert, obwohl er es nicht machen wollte. Das machen sehr oft die Politiker. Kennt ihr ja, ne? Wenn die auf einmal Dinge sagen, wo man denke, wollte der das gerade sagen oder war das ein freudischer Versprecher? Schlimmer als ansehen. Jesus ist King of Kings. Amen. Ja, dann macht euch doch dein gutes Recht. Du kannst gerne aufklären, worüber du willst. Aber lass uns Christen dann auch herausfinden, ob Mohammed ein Prophet ist. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Ich muss mal ganz kurz telefonieren, ich muss mal ganz kurz telefonieren. Und ich muss mal ganz kurz telefonieren, wie du es fähig hast. Wie du möchtest, wie du mit dem dich liebsten hast bist. Und ich muss mich zurückzufinden, es muss nur den Garten nach achten, wie du bei dir bist. Und ich muss halt dich lassen, wenn du nicht leid, bist du nicht so doll zu sein, ist alles nicht zu schubbenst, du bist, dass du nicht mehrfach ausreichend hast, Vielen Dank. 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 Habt ihr gehört? Ich lüge doch! Das war dieser Freundschaftsversprecher. Ich lüge doch. Ja genau, du lüge. Und ich bitte euch ganz höflich, redet nie wieder über Prophet Mohammed. Wenn ihr das anfängt, mache ich die Aufklärungsarbeit über die Kirche. Aber ich will auf eurem Niveau nicht kommen. Aha. Und dann habt ihr einen großen... Dann will er damit sagen, dass die Pastoren und Priester Kinder anfassen. Mehr will er damit gar nicht sagen. Ich weiß ja genau, worauf der hinaus will. Dann muss er aber definitiv ein Problem mit seinem Vorbild haben, der ein sechsjähriges Kind geheiratet hat und sie mit neun Jahren auseinandergenommen hat, die Aisha. Die noch so unreif war, dass die eigene Mutter dieses Kind mästen musste, damit etwas Fleisch da dran ist. Das hast du sehr gut gemacht als Familienvater. Das hast du sehr gut gemacht als Familienvater. Jemanden zu folgen, der ein kleines Kind angefasst hat. Das hast du sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Das Problem, weißt du welches? Ich werde alles aufdecken. Kindervergewaltigungen. Ich werde alles aufdecken, was von ihnen abgeht. Ich bitte euch, lasst uns in Ruhe. Hast du das gehört? Kindervergewaltigungen. Der denkt so, das hat der Herr Jesus Christus sowas befohlen. Das sind ja Menschen, die einfach ihren ekelhaften, dreckigen Neigungen hinterhergehen und das auch ausleben. Und so sind diese ganzen verdorbenen Menschen, die dem Herrn das in die Schuhe schieben wollen. Aber gepriesen sei der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeiten. Der sagte, wenn jemand von euch ein Kind anfasst, es wäre besser, dass ein Mühlenstein um seinen Hals gelegt wird und er ins tiefste Meer versunken wird. Er wird für jeden einzelnen Satz, den er geäußert hat und über den Herrn Jesus Christus solche Lügen verbreitet hat. Und jeder, der das macht, wird zur Rechenschaft gezogen werden und die Hölle wird da auf ihn warnen. Wir haben euch nichts getan. Wir bieten für euch. Aber ich bitte... Die Muslime haben uns nichts getan. Seit 1400 Jahren hat der Mohammed nichts als Leid hinterlassen. Der Koran ruft dazu auf, Juden und Christen und alle Andersgläubigen von... die Wahl zu stellen, entweder Islam anzunehmen, Chizia zu bezahlen oder uns zu bekämpfen und die Nackentherapie zu verpassen. Aber der Islam hat uns nichts getan. Siehst du? Seht ihr diese verquirlte Quatsch, was er da von sich gibt? Jeden Tag werden Christen auch in den islamischen Ländern verfolgt und hingerichtet. Wenn ein Muslim zu Jesus findet, wird er auf der Stelle hingerichtet, aufgrund dieser ganzen ekelhaften Texte, die in Islam vorhanden sind. Aber Islam hat uns nichts getan. Allah, ich bete für alle Christen. Möge euch auch. Wisst ihr was? Liest mal die Suche. Wie kaputt klingt dann noch sein Gebet für uns? Wie fertig muss ein Mensch noch sein? Zu beten, zu einem Gott zu beten, der es liebt, dass man uns unterdrückt. Wahum Sahridun. Wie Mariam euch vorgelesen hat. Damit man uns auch schön erniedrigt, müssen wir in einem gepückten Zustand die Steuer entrichten, während man uns einen Nackenklatscher verpasst. Aber man hat uns nichts getan. Der Islam hat uns Christen noch gar nichts getan. Ich könnte wieder kochen vor Wut. Kochen vor Wut. Wenn es um das Thema geht. Weil in dem Moment, wo ich jetzt spreche, ihr Lieben, meine lieben Geschwister, werden unsere Geschwister in den islamischen Ländern hardcore verfolgt und massakriert. Aufgrund des Glaubens an den Herrn Jesus Christus. Danke, Gülsfeld. Gülsfeld, du kannst gleich reinkommen und über Armenien berichten. Jetzt, wo ich das sehe, da kannst du ja gerne mal berichten, was abgeht. Das ist die Ex-Muslimer, Leute, die zum Glauben gefunden hat. Durch meine ganze Arbeit. Das war sie. Sie wollte berichten, was zurzeit in Armenien abgeht. Sie hat da sehr guten Durchblick. Und wollte uns etwas vorlesen und auch kurz Zeugnis geben. Willst du anrufen? Wenn ich noch live bin, dann ruf einfach an und dann kannst du uns dein Zeugnis erzählen. Und dann etwas auch über die Situation in Armenien. Weil sie ist sehr aktiv, Leute. Sie setzt sich für Armenien ein und für die Christen und so. Einfach top, wirklich. Gott segne dich und deine Familie. Gülsfeld, ehrlich. Wie weit ich es auch geschafft habe. Einfach Bundespräsident Steinmeier. Guckt ihre Beiträge. Das kannst du gleich nur erzählen. Hammer, ey. Hammer, Gott segne dich echt. Ja, das seht ihr mal. Super. Bundespräsident Steinmeier. Heftig. So ist das, ja. Denn die Sklam verlassen für Jesus Christus. Beten für sie, dass sie Schutz, dass der Herr Jesus Christus ihr Schutz gewährt. Und sie noch lange, ja, lange unter uns ist. So wie ich auch. Und die anderen Glaubensgeschwister. So, weiter geht's. Bei allem ran, nicht. Siehst du, Parello ist mein Bruder. Was wollt ihr von mir? Seppretieren, vielleicht kommt Parello. Ich lade dich ein, nur war. Parello ist mein Bruder. Habt ihr da gemacht, ihr Lieben? Parello, der letzte, der allerletzte, mit dem es Islam zu tun hat. Das ist sein Bruder. Bei denen ist Walla Walla einfach so. Ja, es ist schon in Ordnung. Walla, du bist der Beste. Der sagt zu ihm Walla, du bist... Sein Walla ist... Es ist einfach so ganz normal wie Alter. Hey, was geht ab? Walla, Walla, hey, Alter, Walla. Unglaublich, ne? Yunus, ich lade dich ein. Yunus, komm rein. Danke, Menur. Yunus fährt nach Mecca, er bringt mir Koran. Das ist mein Bruder. Alhamdulillah, warte mal. Ich lese aber was vor. Nein, ich bin nicht Deutsch, ich bin Moslem. Der weiß gar nicht, an was diese Leute glauben, welche Akkida die besitzen oder was für eine Grundlage des Glaubens sie überhaupt in sich tragen und nachverfolgen. Und dann nehmt ihr alle Bruder. Alhamdulillah, Yunus. Alhamdulillah. Alaykum, mein lieber Bruder, ich grüße dich. Und dann nehmt ganz anderes. Alhamdulillah. Aát, Allahu akbar. Alhamdulillah. 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 Das kann man sagen, Bruder, diese kleine, sag mal schnell, wir waren vier gestern, Yasser, ja, guck mal, wir waren so nett, Yasser war nett, alle waren nett, guck mal, Video mit uns, der ist vorbei, ich sag dir, der wird mal Moslem, Inshallah, der wird mal Moslem, der wird mal Moslem, der Irrfan wird mal wieder Moslem und dann wird der Shahada wieder sagen, dann wird der wieder zu Al-Qaida gehen, das kannst du keinem erzählen, man, der hat auch noch, der hat ein Video hochgeladen, wo er über mich geredet hat, und dann sagt er, ich sage euch, Ex-Muslim wird wieder Moslem, ich werde für ihn beten, Gott hat was Gutes, der macht so Islam, Leute, der ist heftig, der Typ, der denkt nicht so, ja, der Ex-Muslim hat seinen Verstand benutzt und zeigt uns, warum er den Islam verlässt, hat Millionen von Beweisen gegen den Islam gebracht, hat die heftigsten, theologischen Videos rausgehauen auf YouTube, wo alle das ansehen können und die Beweise sehen, hält der PowerPoint-Präsentation von drei Stunden oder sagt er, ich komme wieder zurück zu dem Islam, das sind Betontabletten, wenn das nicht Betontabletten sind, dann war ich auch nicht mehr. So, weil er das gesagt hat, müssen wir das Lied für ihn mal anmachen. Jetzt reicht's mir wieder. Er hat schon wieder gelogen, Leute, er hat es getan. Er hat es getan, Leute. Allah! Wenn ein Muslim lügt, kriegt er sofort das Lied. Das kommt sofort. Keine Sorge, Dr. Scherer, aber wo haben wir das da für euch? Er gibt euch den besten Unterricht. Spaß, Spiel und Spannung. Ja, das ist deine Olaf-Präsentation. Das ist dein Monster. Das ist dein源 VW. Apa? Das ist dein Güter? Das ist dein Güterkörn. Das ist dein Güterkörn. Ich pineapple ist beim Rad купert. minieszte Você bereit? Qu both Was? Always lying to me! Hard for me! You make it easy for me, not hard for me. Ich kann nicht mehr wo ich krieg schon ein bisschen. Meine Wangenknochen. Ich glaube, das hält jung. Wenn wir sehr viel lachen, glaubt es mir, lachen ist so gesund. Wenn du die ganze Zeit deine Gesichtsmuskeln anspannst und lachst, was meint ihr, wie gesund das eigentlich ist? Glaubt es mir. Euer Dr. Scheher, Mohammed, macht euch noch gesund. Er macht euch gesund und stark. Hammer! Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Gott segne euch, dass ihr da seid, Herrlich. Gott segne euch! Gott möge euch ein langes Leben bescheren, ihr Wunder voll. Jeden Einzelnen, der hier drin ist, egal ob es Muslim ist oder nicht. Ich liebe euch, meine Geschwister. Aber auch die Muslime, die lebe ich auch. Weil die Liebe Gottes sich in unseren Herzen ausgegossen hat. Und wir können wahrlich sagen, dass wir die lieben, die uns nicht lieben. Amen. Hören wir weiter, ihr Lieben. Wir sind mir... Warte mal, ganz kurz. Lass mich was aus dem Koran lesen, dann kannst du sagen. Bitte, das ist wichtig. Das ist wichtig. Der will was aus dem Koran folgen. Leute, ich habe nicht gedacht, dass so was im Koran steht. Guck mal, was hier über Jesus steht. Hört zu. Jesus Nummer eins. Allmächtige ist Nummer eins. Und danach kommen alle Propheten. Warte, ich kläre euch auch. Hört zu. Moderatoren, bitte arbeiten. Allah Allmächtige. Allah ist so allmächtig, dass er nicht mal eine Ziege aufhalten kann, sein Wort zu... Das könnt ihr nachlesen. In Sunan Ibn Majah, Hadis 1944. Allah ist nicht mal in der Lage, dieser allmächtige Allah ist nicht mal in der Lage, eine Ziege aufzuhalten. Wem willst du das erklären? Die mächtige Ziege, die Allah fertig gemacht hat und seine Koranverse gefressen hat. Und dann auf einmal so wurde. Das war Testo für das Schaf. Testo. Was? Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Hört zu. Ja, warum warten denn die Juden auf ihren Messias? Was bedeutet denn Messias? Der Gesalbte, der die Sünde der Menschen wegträgt. Warum sollte denn der Jesus im Koran sündlos sein, der Messias sein? Messias ist doch der Titel für den, der die Sünde der Menschen wegnimmt, der Retter. Guck, was der Islam da macht. Er übernimmt einfach Messias, ohne zu verstehen, was Messias ist. Und dann sehen wir, dass der Messias selbst Gott selber ist. Nämlich durch Zachariah 12, 10 und die ganzen anderen Verse aus Jesaja und so. Dass der Herr selbst für seine Schafe bezahlen wird. So sieht's aus. Und er kam mit das Seine. Doch das Seine hat die nicht erkannt. Nein. Maria angesehen denseits und jenseits und einer von ihr und die Auen nachsteht. Was? Im Koran steht das. Ich hab da, ich drehe durch. Hör zu. Und drehen wir uns in die Wiege zu den Menschen als Erwachsener und er wird einer der Rechtsstaaten sein. Sie, hör zu, das ist über Jesus, steht hier geschrieben. Das ist Koran. Deswegen kommt mir nicht bitte vor und sagt, hey, Muslimen beleidigen Jesus. Niemals, Muslimen. Siehst du? Der sagt, sag mir nicht, dass die Muslime Jesus beleidigen. Nein. Sie stufen ihn nur runter als einen Propheten, als den Gesandten Allahs, nicht den ewigen Sohn Gottes. Seine Herrlichkeit wird ihnen genommen. Es gibt keinen Vater, Sohn, Heiliger Geist. Wer das sagt, der kriegt Nackentherapie. Aber ihr habt uns nichts getan. Und wir sollen keine Lügen verbreiten. Sag mal, geht's dem noch gut? Sag mal, geht's dem noch gut? Sein Propheten, alhamdulillah, allahu akbar dazu. Wir lieben auch Jesus. Ich liebe Jesus viel mehr jetzt als ich früher vergötet habe. Er liebt Jesus mehr als wir, Leute. Seine Nachfolger, also der und seine muslimische Oma liebt Jesus mehr als wir. Die wir bereit sind, unser Leben für ihn zu geben. Sind die Muslime bereit, ihr Leben für Jesus zu geben? Sie sind bereit, ihr Leben für Mohammed zu geben. Weil der Mohammed hat gesagt, wer mich mehr liebt als seine Eltern, der kann nicht zu meiner Oma gehören. Als er die Worte des Herrn Jesus Christus geklaut hat. Heftig, ne? Und sich selbst damit zu Gott gemacht hat, der Mohammed. Ja, wir sollen ja Gott mehr lieben als alles andere in unserem Leben, richtig? Also benutzt der Herr Jesus Christus diesen Ausspruch für sich selber. Um sich die Ehre zu geben, weil er Gott selber ist im Fleisch. Und dann sehen wir auf einmal, wie Mohammed in den Hadisten sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der kann nicht zu mir gehören. Hat er von Jesus gesagt. Hört bitte zu. Pass auf. Sie sagte, mein Herr, soll mir ein Sohn geboren werden, wo mich doch kein Mann berührte, sagte Maria. Er sprach, Allah schafft ebenso, was er will. Und er etwas beschlossen hat, spricht er nur zu ihm, sei und das ist. Und er wird das Buch lernen und die Weisheit und die Tora und das Evangelium. Was? Hier steht über Tora und Evangelium? Hört genau zu, hier steht über Tora und Evangelium, die haben uns angelogen. Sie sollen alle Koran lesen. Jetzt hab ich das... Über Jesus steht hier geschrieben, deswegen hört zu, dass ich was aus dem Koran lesen kann, dann kann sie sagen, bitte, das ist wichtig. Leute, deswegen kommt mir nicht bitte vor und sagt, ey, Muslimen beleidigen Jesus, niemals. Muslimen lieben Jesus als Propheten, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Hört zu. Wir lieben auch Jesus. Ich liebe Jesus von mir jetzt, als ich früher vergötet habe. Hört bitte zu. Pass auf. Sie sagte, mein Herr, soll mir ein Sohn geboren werden, wo mich doch kein Mann berührte, sagte Maria. Er sprach, Allah schafft ebenso, was er will. Und er etwas beschlossen hat, spricht er nur zu ihm. Man muss die Muslime nur fragen, wo war denn dieses Wort, was in Maria eingehaucht wurde? Wo war dieses Wort? War das mit Allah in Ewigkeit zusammen? Ja, eindeutig. Das sagt nämlich die Bibel. Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alles ist durch das Wort entstanden. Vers 14. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Wo war denn dieser Isa, das Wort von... Wo war es denn, als es in Maria eingehaucht wurde? Mit Allah in Ewigkeit zusammen. Siehst du, was für ein ultraheftiger Fehler sich im Koran befindet? Wenn man einfach aus dem Johannes-Evangelium das klaut und im Koran reinpackt und eine neue Religion gründet, wie das alles auseinanderfliegt? Wie sie das Wort Gottes korrumpieren und verfälschen und sich das zuschreiben? Hier in einer offenen Gesellschaft können wir über diese ganzen Themen reden. Stell dir mal vor, wir wären in einem islamischen Staat. Nicht mal fünf Minuten würden wir überleben, wenn wir das in Frage gestellt hätten. Die hätten uns eingesammelt und sofort massakriert. Sofort. Aber hier haben wir noch die Möglichkeit, in Freiheit die Leute aufzuklären, sodass sie ihr Verstand benutzen und aufwachen. Und er wird das Buch lehren und die Weisheit und die Tore und das Evangelium machen. Siehst du, Allah spricht durch sein Wort, Kuhn feiert Kuhn, sei und es ist und es geschieht. Also durch sein Wort. Und dann sehen wir in Zure 471, dass Jesus das Wort Allahs ist. Ja, wo war denn dieses Wort denn? Wo war dieses Wort Jesus Christus, bevor es in Maria eingehaucht wurde? Wo? Kann ein Muslim mal hier reinkommen und das beantworten? Wo war dieses Wort? Das Wort war in Ewigkeit mit Allah zusammen? Ist das Wort von Allah unabhängig von ihm oder abhängig von ihm? Ist das Wort von Allah ewig oder erschaffen? Ewig. Dankeschön. Das ist nämlich das, was mein Herr Jesus Christus ist. Nämlich ewig. Er hat kein Anfang und kein Ende. Das war es. Das war einer seiner unglaublichen Aussagen. Unglaublichen Aussagen. Das war einer seiner unglaublichen Aussagen. Wie verwirrt man so sein kann. Leute, komm, kriegen wir die 400.000 voll oder was? Drei, zwei, eins, hoch. Los. Jetzt, Leute, alles mal 5000. Du schwerhöriger. Ich bete, wann ich will, zum Herrn und bitte ihn, wann ich will, wo ich will, jederzeit. Warte, 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 hilf an. Du sagst, du sagst, dass der Christentum sagt, am Ende geht er in den Paradies. Egal, was er macht. Richtig? Guck mal, was für ein Verständnis der Yasser, Abou-Chaka von Christen. Nein, weißt du, warum hat Jesus gesagt? Die Leute verstehen nicht, dass jeder Mensch einmal in seinem Leben eine ausrichtige Buße hinlegen muss und seine Sünden vor dem Herrn Jesus Christus bereuen sollte. Das verstehen die nicht. Die denken dann so, Ja, jetzt kann ich ja alles machen, was ich will. Nein, das hat niemand gesagt. Du wirst einen anderen Bezug zur Sünde bekommen. Natürlich bist du nicht perfekt und natürlich wirst du nach deiner Bekehrung fallen. Natürlich wirst du hier und da Sünden begehen. Aber der Herr Jesus Christus hat stellvertretend aus Gnade für dich bezahlt. Ein unverdientes Geschenk, was ihr Muslime nicht habt. Denn ihr werdet für euch selber bezahlen. Und kein Mensch ist in der Lage, seine Sünden vor Gott selbst zu bezahlen. Verstehst du? Das ist das. Niemand ist in der Lage, seine Sünden vor Gott selbst zu bezahlen. Wie der Herr Jesus Christus mich auch hier auf TikTok auf fast allen 4u-Pages draufkommen hat lassen. Das war heftig, ne? Auf einmal sieht man mich überall auf fast allen 4u-Pages. Das macht der Herr Jesus. Wie wundervoll er ist. Jeder, der sich als Muslim bezeichnet, muss die Scharia wollen auf der ganzen Welt. Ich will die Scharia in Deutschland auf jeden Fall. Würdest du die deutsche Verfassung aushebeln, wenn du die Gelegenheit hättest? Auf jeden Fall. Okay, danke. Ich rede davon, wenn die Muslime in der Überzahl sind, dann, wenn es sein muss mit Gewalt, sind wir dann gewohnt, Deutschland auch einzunehmen. Auf jeden Fall. Massen von Moslems, die nach Europa und Deutschland kommen und dieses Land noch weiter zum Korin berichten werden. Dieselbe perverse Religion, die ihr Land zerstört hat, soll auch unser Land zerstören. Und was willst du jetzt zu sagen? Amen. Gut so. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Komm ihr Lieben, die 400.000 Kilo voll. Drei, zwei, eins, let's go. Alle zusammen jetzt. Leike des Gratis greifst du ab. Und durch dich reden alle jetzt über Glauben. Ja, ist dir das aufgefallen, Melo? Ja, wirklich, ne? Seitdem ich aufgetreten bin, alle kommen auf einmal mit Glauben. Das ist heftig, ne? Was für eine Detonation ausgelöst wurde, ne? Das ist heftig, ey. Die ganze Welt, ja. Die ganze Welt. Echt, du warst der Erste. Ja, vor sechs Jahren begann das Ganze ja schon, vor fünf, sechs Jahren. Ich freue mich für jeden Einzelnen von euch, ihr Lieben, dass ihr zum Herrn Jesus Christus gehört. Dass ihr wirklich... ...euch Gedanken gemacht habt, um eure Seelen, ne? Dass ihr gedacht habt, ich kann selber nicht bestehen. Ich kann niemals vor Gott bestehen. Egal, was ich mache, ich kann ihm nie gerecht sein. Daher brauche ich jemanden, der für mich stellvertretend bezahlt. Ich weiß, ich schaffe es nicht. Und so solltest du dann auch sprechen zum Herrn, wenn du eine aufrichtige Buße tust. Herr, ich schaffe es nicht. Ich weiß nicht, wo ich hingehe ohne dich. Daher komm du in mein Leben und verändere mich und vergebe mir all meine Schuld, die ich in meinem Leben begangen habe. Sende mir deinen Heiligen Geist und lass mich von Neuem geboren werden, mein Herr und mein Gott. Ich glaube fest daran, an das, was du für mich am Kreuz getan hast. Ich nehme das Geschenk der Gnade an. Rette mich, oh Herr, denn du bist der Retter. Ich kann mich nicht selber retten, Herr Jesus. Ich brauche dich. Komm in mein Herz und lebe in dir. Und mach aus mir eine neue Kreatur. Amen. Sage das einmal aus dem aufrichtigen Herzen mit deinen eigenen Worten und du wirst sehen, wie der Herr Jesus Christus dich wehrt. Ich bin 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 der Herr Jesus Christus dich wehrt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 was ich auch ansprechen möchte. Ich habe dir auch über Instagram zwei Links geschickt als Spendenaufrufe für Armenien. Also ihr wisst ja, da ist die Lage momentan sehr, sehr schlecht. Und da werden Medikamente, Hilfgüter, warme Kleidung etc. benötigt. Und ich bin da auch Mitglied bei Kamut. Das ist eine Freundin von mir, ist da Vorsitzende. Und sie sammelt halt die Spenden. Und das wird dann alles nach Armenien gebracht. Das ist auch sehr sicher. Ich bin da selber auch Mitglied. Ich habe auch selber mal solche Medikamente nach Armenien gebracht. Das ist ja am 24. April, wo wir zu der Gedenkveranstaltung dort waren. Ich habe einen Gedenkatz an den Venozid. Und genau, da können die Leute wirklich vertauern. Und das andere, hörst du mich an jetzt? Ich höre dich, ja, ja. Die hört dich an. Super, super. Und das andere ist von Sommer. Das ist eine militärische Schule, die dort quasi Soldaten ausbildet. Aus die Zivilbevölkerung zu Selsterhaltung oder Selbstschutz an der Grenze. Momentan ist eben die Aktion, also die haben ein Projekt, dass sie dort die Grenze absperren mit so einer, ich weiß nicht, wie man das nennt, so einer Art Klub. Also, dass sie da Tafon errichten, dass die Aserbaidschaner da die Grenze durchqueren und nach Armenien einmarschieren. Weil das ist ja jetzt das Ziel, dass die Naserbaids auch einmarschieren und einmarschieren und genau Armenien einnehmen. Das hat ja der Bürgermeister von Baku gesagt, dass ihr Ziel ist, ist die vollständige Auslöschung der Armenier. Und dass sie eben Armenien einnehmen wollen. Das ist ja jetzt ihr nächstes Ziel. Sie gehen ja Step by Step vor. Und die Weltgemeinschaft schaut wieder mal zu, wie 1915 damals auch. Deutschland macht sich natürlich auch wieder mal mitschuldig, weil sie die internationale Konvention nicht einhalten. Deutschland, Frankreich, die USA, das betrifft alle. Also dazu werde ich auch nachher gleich einen Text auch vorlesen. Aber ich möchte Stück zu Stück aufnehmen und erst einmal als erstes was ansprechen mit deiner Arbeit. Du kannst schon mal gerne die zwei Links da anziehen. Also oben bei dir, dass für die Leute, die da spenden möchten, können da dann auch spenden. Du musst das hier kommentieren. Ich sehe das nicht. Du musst das hier kommentieren, damit ich das eventuell da anziehen kann. Achso. Das Problem ist, ich rufe jetzt gerade von meinem Handy aus. Achso. Ich sehe deinen Livestream gerade nicht. Also wenn da jemand was schreibt, eine Frage oder so, dass du das bitte auch an mich weiterleitest. Ja. Ich sehe das nicht. Okay, kein Problem. Ich mache das dann danach. Okay, also wenn die aufgelegt haben, dann kommentiere ich das. Und dann würde ich dich darum bitten, das oben anzupinnen. Okay. Genau. Als allererstes möchte ich mich bei dir herzlich bedanken, dass du überhaupt diese tolle Arbeit machst. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Mehr Gebürtigkeit. Alle, genau. Amen. Aber natürlich arbeitest du auch in seinem Namen oder für seinen Namen. Und der Herr sieht das auch. Der beschützt dich auch. Und du bist auch der lebendige Beweis überhaupt, dass Herr Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist. Weil er dich beschützt. Amen. Amen. Und ich verstehe das nicht, dass die Leute, klar, es sind ja auch die Jugendlichen dabei, die vielleicht noch sehr jung sind, die das nicht verstehen, ist alles auch okay. Aber sie sollen wirklich mal mit Herzen, Verstand und auch mit Gewissen daran gehen. Weil ich kriege auch Nachrichten, auch bei Instagram, auch von ehemaligen Mitstudenten. Also ich bin ja selber Medizinstudentin und ich kenne auch Psychologienstudentinnen, Muslime und sie schreiben mir auch über Instagram, stellen auch Fragen und versuchen sich da. Ich dachte jetzt vorhin, das war auch der Grund, warum ich jetzt hier gesagt habe, dass ich gleich anrufe, weil sie mit mir eine Diskussion hier begonnen hat, war Sura 424 an die Tag. Und sie streitet das mit der Sexschlagerei und Mutter-Ehe ab. Also ich verstehe nicht, so verstehe ich zum Beispiel nicht. Eine junge Frau, die ist auch so eine Hijabi, also ist eine Kurdin. Und ich habe hier komplett den Sura aufgeschickt und habe gesagt, was verstehst du jetzt hieran? Es steht doch eindeutig, wir verheirateten, wir verheirateten, wir verheirateten, auch genommen die Sklavinnen. Außer denen, die ihr von Rechts wegen besitzt, genau. Genau, und der Koran hat ja die Sklaverei nicht abgeschafft, sondern im Gegenteil, sie fördert und fordert ja die Sklaverei. Das findet ihr auch in anderen Sura-Undersen. Und das ist halt das Problem, sie befassen sich mit dem Koran nicht. Und wenn sie dann mit so etwas konfrontiert werden, wundern sie sich auf einmal und versuchen sich da irgendwie da rauszuregen. Und das nimmt so einen erbärmlichen Anstand an, also so einen erbärmlichen Zustand. Und das tut mir natürlich auch weh im Herzen, weil ich versuche natürlich, alles, wo gut es steht, zu begrüßen. Und ich weise auf deine Videos hin, dass du das mit deinen Videos wirklich sehr, sehr gut erklärst, mit Fällenangaben, dass sie sich deine Videos anschauen sollen. Viele machen das auch tatsächlich. Ich habe auch gestern, vorgestern und auch die Woche, davor habe ich auch von Armenierinnen, auch von christlichen Menschen, die sowieso schon, ja, christlich sind, habe ich oft, oder Folger, Folgerinnen hier, so christlich, die gefragt haben, können wir das auch teilen, können wir das kopieren? Oder wer ist dieser Mann? Hast du einen Link dazu? Heftig. Hammer. Da habe ich immer wieder auch auf deine Videos hingewiesen. Gülzhen, 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 rede ruhig weiter, ich komme jetzt sofort wieder. Du kannst die Leute aufklären, ja? Super, mach ich. Okay. Genau, als allererstes, habe ich das schon angesprochen, möchte ich mich bei dir, Armin, herzlich bedanken, dass du so furchtlos und auch ehrlich da sitzt und die Wahrheit auch ansprichst, dass du keine Angst hast, dass du Herrn Jesus Christus voll und ganz in ihm vertraust, dass du weißt, dass er der lebendige Gott ist und dass er dich auch geschützen wird. Und das sehen wir auch, dass du so lange, das ist ja unfassbar, dass du so lange Zeit schon deine Livestreams machst, deine Videos und dass der Herr seine schützende Hand auch über dich hat. Halleluja. Und das ist auch der Beweis, dass Herr Jesus Christus der lebendige Gott ist. Und deshalb würde ich auch unsere Brüder und Geschwister in Adam und Eva auch dazu aufrufen, dass sie sich mit Herrn Jesus Christus befassen sollen, dass sie zumindest anfangen sollen, das Evangelium, das Neue Testament zu lesen und das mache ich persönlich selber auch mit meiner eigenen Familie, dass ich auch meinem Bruder aufsage oder meinen Brüdern und auch meinen Eltern, dass sie sich mit dem Ingin, das Evangelium, dass sie sich damit befassen sollen, mit dem Evangelium und dass das die Wahrheit ist. Und ich habe zu meinem Bruder zum Beispiel gesagt, weil das natürlich den Muslimen fällt es schwer, dass Gott zum Mensch wurde und unter uns gelebt hat. Und das können sie mit ihrem Verstand nicht aufnehmen oder annehmen, aber das ist auch völlig normal. Wir sind Menschen. Wenn wir das verstehen könnten, wären wir ja Gott. Das sind wir ja nicht. Wir sind Menschen und unser Gewissen ist begrenzt. Und deshalb sollten wir das Wort Gottes lesen. Und ich habe auch zu meinem Bruder gesagt, zu meinem jüngeren Bruder, wenn du ein Auto kaufen willst von Mercedes, gehst du direkt zu Mercedes. Du gehst ja nicht zu einem China-Copy-Auto-Verkauf. Das kannst du damit vergleichen, weil die Tora und die Bibel, das Injil, das Injil und auch Ter-Werb, das ist das Wort Gottes. Und da ist kein Wort, wurde da verändert. Und das beweist uns auch, da könnt ihr euch auch die Videos von Prof. Dr. Roger Libby anschauen, mit der Papyrus-Methode. Da beweist er uns auch, dass nichts an der Tora und an dem Evangelium verändert wurde. Das ist eins zu eins in unserer jetzigen Zeit, bis zu unserer jetzigen Zeit gekommen ist, das Original. Und genau das kann ich auch jedem hier ans Herz legen. Und wenn wir uns nur mal ein bisschen mit dem Islam beschäftigen, der Hauptgrund, warum ich persönlich den Islam verlassen habe, ist der Koran und das Leben von Mohammed an sich selbst. Weil wenn wir uns den Koran anschauen, was da alles für ein Zeug drin steht, also das habe ich ja vorhin schon ein bisschen angesprochen auch, das mit der Mutter-Ehe, mit Sexsklaverei. Und das ist auch der Grund, warum ich nicht nachvollziehen kann, wie eine Frau hier oder ein junges Mädchen hier, die in Europa geboren und aufgewachsen ist, die zum Islam konvertiert, die Herrn Jesus Christus verlässt und zum Islam konvertiert. Das kann ich mit meinem Menschenverstand nicht nachvollziehen. Wir finden hierzu ganz vieles, kann ich hierzu aufzählen. Das macht Armin sehr professionell, dass er den Koran und Islam Mohammed auch widerlegt. Dazu wollte ich jetzt eigentlich nicht so vertieft eingehen. Aber was mein Herz so angesprochen hat, ist überhaupt, dass ich das Uhr an seinen Videos und habe mir alles angeschaut, durchgearbeitet, Notizen gemacht, wo was steht. Ich habe den Koran hier auf Deutsch, habe das aufgeschlagen, nachgeschaut, habe mir Bücher bestellt, auch von Christian Prinz, der Bruder Christian Prinz. Da könnt ihr auch euch die Bücher dazu auch bestellen. Sex und Allah sind eins und zwei oder Allahs Täuschung, die Wahrheit über den Islam oder Jesus und Mohammed von Marc A. Gabriel. Also die zwei Personen kann man eigentlich überhaupt noch gar nicht vergleichen. Aber da seht ihr, die Himmel und Hölle, habt die Himmel und Hölle zum Vergleich halt da. Deshalb würde ich euch das auch empfehlen. Und ich persönlich bin auch seit 2018 Mitglied eines Menschenrechtsvereins, die die Aufarbeitung des Genozids macht. In Deutschland an den indigenen Christen im Osmanischen Reich, die Armenier, die Griechen und die Assyrer, die Aramäer, die vier Millionen Menschen. Und das hat ca. 40 bis 50 Prozent damals ausgemacht. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Da kam halt der Islam an mit den Türken, die Osmanen und die, ja, Trans-Islamisierung, wenn man das so sagen darf, hat ja schon mit den Osmanen begonnen. Meine Familie war auch zum Beispiel, ja, allergitisch. Oder auch Bektaschiten, also die Chetniki. Das waren ja hauptsächlich die, die Türken kamen ja aus den Zentralasien durch Iran. Und deshalb haben sie zuerst das Allergitische, also dieses Bektaschitische vom Islam aufgenommen. Und dann kamen sie halt ans Schwarze Meer, die Chetniki-Türken und später kamen die Osmanen. Und die haben dann auch diese Bektaschiten auch zwangs-islamisiert, auch mit dem Schwert. Und durch Angst wurde sozusagen, durch Angst durch den Schwert wurde mein Stamm, die Allergitisch-Bektaschitisch waren, wurden zwangs-zunitisiert. Und genauso noch schlimmer hatten es halt die Christen, weil sie mussten entweder den Islam annehmen oder sie mussten halt Steuern bezahlen. Das haben auch die Christen im Osmanischen Reich, mussten sehr, sehr hohe Steuern bezahlen, was sie auch satt hatten. Sie mussten Doppelsteuern bezahlen an die Osmanische Regime und auch an die kurdischen Agas, also an die Database. Und es war auch so, dass ihre Frauen auch verschleppt wurden, dass die christlichen Frauen von den Database auch verschleppt wurden. Die christlichen Mädchen, wenn sie zum Beispiel ihre Hochzeit hatten, mussten sie zuerst mit den kurdischen Agas, also die kurdischen Agas sind zum Beispiel, denen das Land oder diese Stadt zum größten Teil gehört haben. Und sie mussten mit ihnen zuerst ja, SEX haben und dann durften sie zu ihren Männern gehen. Und das hatten wir teilweise auch in Europa. Das nennt sich, das sage ich euch gleich, kleinen Moment, Primes, das hat so ein lateinisches Wort, genau, Lus Primes Noctis nennt sich das. Ja, die Gülzen ist keine normale Muslime gewesen, die ist ein Muslimer mit Verstand. Und deswegen hat sie erkannt, dass der Islam auch nichts ist. Ja, also dazu komme ich auch gleich, Armin, aber ich versuche erstmal den Hintergrund zu erklären, warum ich das überhaupt gar nicht schwer hatte, den Islam zu verlassen. Ja, weil du schlau bist. Weil du schlau bist und kritischen Geist hast und sofort erkannt hast, dass der Islam absolut bösartig und nicht von Gott kommt. Eben. Und ich habe das schon vor zehn Jahren, irgendwie war ich schon sehr, sehr kritisch gegenüber dem Islam. Deshalb habe ich auch muslimische Gemeindepalasten, also die Moschee. Da habe ich auch so einiges, erzähle ich euch auch gleich. Aber zurück zur Lusprime Noctis. Okay, erzähl weiter. Die christlichen Frauen im Osmanischen Reich, und das gilt jetzt nicht nur für die Osmanen, sondern da, wo die Christen heute leben. Das kann so die Arabien sein. Ich weiß nicht, ob das heute noch so praktiziert wird. Das weiß ich nicht. In Saudi-Arabien, im Iran, vielleicht weißt du das besser. Ich weiß nicht, ob es da im Iran auch praktiziert wird. Die christlichen Frauen, also Mädchen, wenn sie ihre Hochzeit hatten, mussten sie zuerst mit dem Herrscher dort SDX haben, und dann durften sie erst zu ihren Frauen. und das nennt sich Lusprime Noctis. Das hatte man früher in Europa, also bevor hier, bevor die Nationalstaaten entstanden sind. das ist nun sehr, sehr oft beeiltert, aber das war damals im Osmanischen Reich sehr, sehr, das steht auch hier, hier, da hat die Frau, Prof. Dr. Tester Hofmann hat hier geschrieben, ich hielt das Bioskrimi noch für eine typisch europäisch-feudalistische Erscheinung, aber dann hat, Herr Kahnar Aksham ist ein Armenologe, der schreibt über die Genozide seit über 30 Jahren, da können die türkischen Menschen, die sich das da anhören, sich auch seine Bücher bestellen. Zum Beispiel eine kurze Zusammenfassung des Genozides an den Armeniern. Er hat ja sehr viele Bücher auch darüber geschrieben, doch ethische, aber dann hat Herr Kahnar doch ethische Quellen und Belege dafür geliefert und einen Shitstorm von kurdischer Seite ausgelöst. Und das haben hauptsächlich die kurdischen Herren gemacht, die kurdische Herrschaft. Meine persönliche Meinung im komplizierten hierarchischen Dreieckseiten zwischen osmanischen Türken, Armeniern und Kurden gab es typischere Phänomene, alle hervorgerufen durch Übergriffe der kurdischen Stammesführer beziehungsweise semi-autonomen oder ganz-autonomen Dedeby. Christen, Armeniern, Nestorianer standen am unteren Ende der Macht und sozialen Leiter und waren die Hauptleiter und wohl auch dessen Kosen und die Übergriffe in der Stammes Kosen lebt. Es wäre interessant herauszufinden, ob auch ihnen, denen über das Fluss Pemey noch praktiziert wurde beziehungsweise wann überhaupt diese Umsätze begangen. Ich denke, das ist meine persönliche Meinung, ich denke, dass es schon mit dem Kantat, also den Osmanen schon begonnen hat, dass sie das praktiziert haben. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Amir, also Christen mussten damals doppelt Steuern bezahlen, weil sie die Motorik im Osmanischen Reich waren. Weil ich muss dir vorstellen, die Muslime konnten keinen nicht lesen und schreiben, 94 Prozent. Osmanisch war eine Herrschaftssprache, die aus drei Sprachen bestand, das war Persisch, Türkisch und Arabisch. Und die die Bevölkerung, die muslimische Bevölkerung, zum Beispiel die Töpinen, kam ja aus Zentralasien und sie konnten ja diese Ruhrsprache in Anführungsstrichen nicht. Und viele Frauen und Menschen zum Beispiel die Kuhle, die durften ja nicht mal die Brunnung überhaupt verlassen, ohne einen Begleitparti, ohne einen Mann. und das war der Hauptpunkt, dass die Christen so angesehen waren, also warum da dann auch Neid entsteht, wie hier in Deutschland mit den Jungen. Und da waren sie, also die Griechen, die Armenier, die Assyrer waren und Araneer waren die Russen. Und sie haben alles politisiert hergestellt, das waren Handwerker. Und dazu hielt sich auch aus dem Buch von Jürgen Gottschlich bei Hinschicht zum Völkermord, das stand vor der bei der Vernichtung der Armenier, dazu hielt sich gleich ein Abschnitt. Und warum das damals im Osmanischen Reich eben anders war als in Europa mit Vernichtung der Jungen. Weil dort war es so, dass die muslimische Nachbarn auch mitbequertet haben. Alles, was sie in die Hand bekommen haben, Äxte, Schwerte, dass sie ihren armenischen Nachbarn, ihren griechischen armenischen Nachbarn, dass sie kein Problem damit hatten, sie zu ermord. Weil das für sie war so, dass sie einen Kaffee in den Paradis kommen, dass sie einen Kuffer, einen Jauh töten. Ja, Kaffee, das sind so Jauh, genau, diese Untermenschen. Genau, und sie waren der Meinung, dass sie in den Paradis kommen, wenn sie einen Kuffer, einen Jauh töten. Und das muss man sich mal vorstellen, wie kann man so ein Jauh sein? Und die sagen ja, dass die Jauh merken gar nicht, was für die Kinder da steckt. Das war immer der Knackpunkt, seitdem ich, ich hab mich angefangen damit zu beschäftigen mit Unterdrückung der Kurden und dann kam es zu den Genostieg an den Christen, indigenen Völkern und hab ich mich immer gefragt, das stimmt hier halt nicht und jetzt auch nicht auch das, weil ich mich immer gefragt habe, wie kann das sein, dass der Islam und die ganzen Gelehrten hier erzählt, der Islam schiefen, wir dürfen keinen Menschen töten, wir dürfen niemandem Unrecht tun, mich stillen und das war immer für mich ein Dilemma und auch mit der Kopfbedeckung, wo ich auch nicht gefragt habe, okay, unterdrücke ich mich jetzt hier selber damit oder warum will Gott, dass ich eine Kopfbedeckung trage und das war immer so ein, also ich war mit mir selbst in einem Schreit, wenn man das gesagt hat, in einem Konflikt oder auch, dass ich mir immer Gedanken darüber gemacht habe, dass ich aber keine Antworten hatte und die Schicks oder die ganzen Gelehrten konnten auch keine Antworten darauf geben. Ich war ja vor zehn Jahren habe ich jetzt Moschee besucht, über zehn Jahre schon eigentlich, denke ich mal, mit 19, 20 auch, als wir Kinder waren, musste ich und mein Bruder mussten auch zur Moschee, also mein Vater wollte unbedingt, dass wir die Moschee besuchen, wenn nicht, er halt mit Vorlich. Solltet ihr auch Arabisch lernen und so, ne? mit arabisch nicht, arabisch habe ich dann später angefangen zu lernen, als ich mit 19, 20, also als ich vor zehn Jahren zur Moschee gegangen bin, habe ich mit der arabischen Sprache angefangen und genau und dann habe ich da diese Lehrerin getragen und das glaube ich nicht, weil ich einfach gemerkt habe, dass sie so ob sie gesagt wurde, sie war zum Beispiel einmal da, möchte ich jetzt als Erinnerung erzählen, wo ich mir gedacht habe, diese Moschee oder diese Gemeinde ist nichts für mich, weil das stimmt nicht mit den Werten überein, wofür ich eigentlich stehe oder so wie ich mich gut fühle, weil das hat mich so gestört, das hat meine Seele gestört und da hat sie gesagt die Sahabel ist höher als wir Muslime weil die Sahabel auch die Kuffer gekennst hat also die Juden damals und dann hat sie gesagt dass irgendeine Sahabel sie hat auch den Namen genannt aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein wenn ich mit dem Schwert einen Juden ermordet habe und dann habe ich das war ein reiner was letzt und die saß auch genau vor mir und da habe ich mir alles angeschaut und blau zu schwarzen ich hatte auch blaue auch vielleicht war sie auch ursprünglich griechisch die dann später zwangt islamisiert wurden ich weiß viele in der ZYK leugnen das gibt das auch und dann hat sie gesagt das ausgesprochen dann habe ich auch verflächlich gesagt ja aber das ist doch ein Mensch und dann also mein Ton war aber sehr scharf also ich habe manchmal einen sehr scharfen Ton wenn ich etwas höre aber auch bewusst und dann haben mich die ganzen Mädels bei der Gruppe haben mich dann so angeguckt und ich dachte dann okay jetzt und irgendwann nach einer Zeit habe ich diese Gemeinde dort verlassen und diese Frauen haben sich da versammelt also auch die Elbmann Frauen haben wir irgendwelche Biete gemacht und dann hat sie diese Freundschaft alle Sack gekauft die für den Feirat mit Frauen hat sie gesagt ihr sollt euch eure Behaarung keine Behaarung haben das soll eure Männer nicht stören und diese ganze Gerede da dachte ich so was machen diese Frauen hier eigentlich was was bereden die hier was hat das mit Gott zu tun verstehst du was ich meine als als wären die Frauen nur da so um ihre Männer zu beglücken oder nur erschaffen worden nur um sich von Männern unterdrücken zu lassen und das Ganze hat mich so gestört dass ich irgendwann diese Gemeinde verlassen habe und ich habe auch gemerkt dass sie auf andere Menschen herab schauen wenn die ihre Gebete gemacht haben laut haben die so gesagt ja die armen kuppers und die Christen und Juden Gott soll ihnen recht leiten und so da dachte ich mir was bilden die sich da so ein so Mensch ist Mensch für mich und ich habe europäische westliche Werte ich bin ja deutschland geboren und auch sowas hat ich verstand mich einfach nicht angenommen aber ich wollte auch im herzen immer Glaube an Gott aber ich kannte es halt nur so mit Islam an Gott zu glauben weil ich ja da ihn so hineingeproben das Wort war und ich muss jetzt ehrlich auch sagen das Christentum war mir sehr schwer weil ich auch gesehen habe in Europa das soll Christenglobe sein wie die Europäer leben so in voller Sünde weil sie ja selber betrunken sind dass sie Rundschuchze gehen und in den Schulen und an Universitäten habe ich das ja auch das kann ja nicht die Religion das Wahrung sein sein da muss wo ich darf sein Ja es ist das man guckt so da drauf aber gibt dann so Gott die Schuld aber du weißt ja ganz genau dass der Mensch einfach fehlerhaft ist das ist das Problem aber das Problem ist ich hatte ja nur wirklich auch kriptische Freundinnen um mir herum also deutsche griechische armenische Freundinnen heute ja immer noch bis heute noch und das ist auch meine Kritik weil sie einfach nicht offen und ehrlich auch zu äußern haben was sie wussten zum Beispiel auch die ganzen Priester wenn wir Gedenkseanstaltungen hatten und die ganzen Priester dort und ich war auf diesen Kirchen ich habe auch eine Bibel gehabt aber ich habe die ehrlich muss ich auch ehrlich zu verstehen ich habe nie die Zeit gehabt das so aufzuschlagen und mich damit so intensiv zu befassen oder ich wollte vielleicht wollte ich das auch weiß ich also es war einfach etwas untergedacht weil ich einfach gedacht habe das kann es ja wohl nicht sein wenn sie so leben wie sie leben und wenn sie so irgendwie was ja falsch ist das ist ja auch jetzt gerade das was ich mache das ist ja falsch man soll ja nicht etwas oben drüber katzen und anhand der menschen oder wenn man sich umschaut und sagt ja das muss ja irgendwie wohl nicht sein weil die Christen ja nicht so gläubig rübergekommen sind und deshalb denkt man halt dann wird wohl der Islam sein aber niemals so rangehen Leute also wirklich das Buch aufschlagen die Bibel aufschlagen das Tendrat und auch antitypischen arabischen Übergeschwister in Adam die sollen sich wirklich mit der Bibel befassen und das ist jetzt auch eine Selbstkritik die ich so mache und deshalb bin ich dir auch so dankbar dass du mich dazu gebracht hast weil als ich dein Livestream ich hab nicht gesucht oder so ich kannte auch nicht von Tiktok oder so deine Videos ich hab auch nie was über dich gehört im Adel oder so sondern es war rein ein Zufall ich bin auch ehrlich gesagt kein Tiktok genutzt ich hab ich hab mit Tiktok und die ganzen Streitereien dass die Menschen sich versuchen bei gegenseitig Konflikte das sehe ich auch sehr kritisch aber ich hab da gesehen dass da stand Exmuslim und ich dachte so was ein ein muslim der den klar verlassen hat und dann so offen sein Gesicht kritiziert das hat mein Herz gerührt dann hab ich da raufgeklickt hab mir deinen Livestream angeschaut und ich hab gesehen du hast was Wahres in ich einfach so angesprochen sodass ich angefangen habe mir über Youtube deine Videos anzuschauen ich hab dich ja auch angeschrieben du warst ja auch sehr nett du bist auf die Fragen eingegangen hast auch das Evangelium das Neue Testament hingewiesen und dann auch dass ich mir deine Videos anschauen kann das hab ich auch gemacht ich hab bis 6 uhr morgens noch deine Videos angeschaut hab sogar meine Klausuren die Klausuren musste ich sogar verlegen lassen weil ich mir dachte ich bin da gar nicht mehr raus gekommen also mental und psychisch ich war so das hat mich so mitgenommen ich war so belastet davon dass ich dachte du sitzt dich jetzt hin und nimmst dir die Zeit dafür dann hab ich die ganzen Videos angeschaut Notizen gemacht alles herausgearbeitet und dann saß halt einfach alles und dann waren die antworten da die ich das ist auch die kritik an die christ leute dass die so passiv sind dass die nicht ansprechen dass Allah der Notziffer der Bibel ist dass Mohammed kein Prophet ist sondern dass der Islam sein Werk ist so jemand kann niemals ein Prophet gewesen sein der sich von Mann zu Mann zu Mann der hat den Islam nur für seine schweckige Frauen für Macht für ja für seine Ego ausgedacht da sehen wir das ja auch an Gewalt gegen Frauen hier zum Beispiel habe ich jetzt auch ganz oft geschlagen also das erwähnt du alles ja auch immer wieder im Koran Schule 4 34 dass die Frauen schlagen dürfen da ist ja die Genehmigung dazu da und das finden wir auch an allen islamischen Ländern auch im Iran oder in Saudi-Arabien das wird ja fest verankert die handeln ja nur mit dem Koran also die vollstrecken ja nur mit dem Koran oder hier Führungsgewalt überfahren eure Frauen das hier zum Beispiel also sie kann eine Frau die Verstand hat die Herz und Geist hat ja die kann eine Frau so etwas akzeptieren geht zu eurem Acker wann und wo ihr wollt zu dem 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Und genauso haben diese Frauen in der Moschee auch geredet weißt was ich meine und dann saß alles einfach in meinem Kopf ich hatte die Antwort und dann habe ich sofort Mohammed und Allah aus meinem Herzen verbannt es war vorbei es war vorbei und dann kommt man automatisch an Händen warum man nicht an Jesus Christus kommt weil der Koran die Kreuzigung leugnet weil er ihn runter macht zu nur einem Propheten was er niemals er war viel viel mehr als nur ein Prophet gibt es einen zweiten Propheten der einen Toten erweckt hat der einen blinden Seel gemacht hat Halleluja wo finden wir denn bitte so einen Propheten und die ganzen Propheten haben über ihn gesprochen gesagt dass er kommen wird und Mohammed ist der Einzige der ihn leugnet also kann er kein Prophet sein und Jaffel der wahrhaftige Gott sagt die Juden sind meine Kinder sie sind meine auch ich liebe sie also der Koran sagt wir sollen die Juden hassen hinter mir versteckt sich ein Jude komm und töte ihn ein steig und Baum wird zum Wort und sagen jetzt versteckt sich ein Jude wie kann man dann bitte so als ein Mist glauben aber es geht darum was die da ausdrücken verstehst du dieser Hass ja dieser Hass der Allah der Allah der hasst ja das Volk Gottes Juden deswegen ruft er seine Muslime auf das Volk Gottes zu bekämpfen so sieht es aus so sieht es aus und das finden wir im Koran der Koran ist ja nur voller Höllen Versen siehst du da einen Versen über die Liebe vielleicht zwei drei Stück ja nur so ganz komisch oberflächlich gekratzt aber tiefgründige Liebe findest du da nicht wie in 1 Johannes 4 7 und 1 Korinther 13 und die ganzen anderen wundervollen Verse sowas gibt es ja genau alles so was machen die Muslime eigentlich mit Gott also hast so recht wir glauben an so einen Gott der ein Lispenschmied ist wo wir aus der Bibel wissen dass der Satan Lispenschmied ist oder hier mit den Körperteilen Allah hat so zwei rechte Körper so Arme weil mit dem linken Arm mischt man sich den Hintern ab und daran merkst du dass es so ein Mann ist der das geschrieben hat weißt du so wie so ein Mensch der da war und sich das einfach ausgedacht hat das steht ja glaube ich in Sura 49 1 Sura 68 Vers 42 glaube ich ist das das Bein meinst du also ich hab hier noch Klotterteile geschrieben mit 49 1 1 und dann geht weiter so ein Schienbein 48 48 68 68 42 okay 68 42 achso das war es mit dem Fuß Entschuldigung hier Hadith Bukhari Muslim 48 48 mit dem Fuß und dann geht es so weiter es geht ja darum wie kann ein Gott sich so wie ein Mensch beschreiben daran merkt man doch dass das ein ein Mann ist der da saß und sich das alles ausgedacht hat weißt du was ich meine so ein grüner Anzug dass Allah sich irgendwie hinsetzt mit so ein Hadith das hattest du hattest du auch mal angesprochen ich hab mir das hier auch irgendwo notiert aber ich müsste alles ehrlich gesagt jetzt raus wo das nochmal in den Hadithen steht das wird wahrscheinlich Bukhari gewesen sein oder dass Allah sich hinsetzt das ist ich glaube eine der schiitischen Hadith ist das schiitische Überlieferung dass Allah sich auf dem Thron so sitzt wie so ein Mann ach ja ich hab das auch nee kann ich mal gucken ich hab das auch von Christian Prince in seinem Buch er hat ja da auch vieles darüber ach so ja da gibt es das auch in den sunnitischen Quellen findet man sowas ähnliches genauso ich muss mich jetzt ehrlich gesagt raussuchen aber ihr findet das auch wirklich in dem Buch von Christian Prince von die Wahrheit über den Islam Allahs Täuschung kauft euch unbedingt das Buch von ihm von dem Bruder ist ein super top Buch was jeder Christ oder Volker im Jesu Christi haben müsste finde ich muss man unbedingt haben also da geht es auch weiter in seinem Buch ne über nach dem Tod über die sexuelle Bestrafung nach dem Tod er hat hier so viele 70 Jahre währende Orgasmen mit durchsichtigen Frauen also oder SEX mit den eigenen Schwestern Nichten und Großmüttern ist erlaubt darf ich das einmal vorlesen Arnie ja aber du musst die Worte ein bisschen zensieren ok achso ja Entschuldigung einfach immer SEX sagen oder sowas ok ok also Leute ich gehe zum ersten mal live das ist wirklich für mich jetzt Neuland das ist kein Problem du machst das super du machst das echt gut die Leute sind sehr begeistert von dir ok also ich lese euch das mal vor was hier steht Imam al-Qurto sagte im Himmel dürfen Männer mit allen Frauen SEX haben die ihnen auf der Erde verboten sind außer mit ihren Müttern und ihren Töchtern dadurch werden keine Kinder gezeugt somit ist dieser SEX vergleichbar mit ich weiß jetzt ob ich das aussprechen darf mit ANAA verkehr und nichts verboten nur seine Töchter und seine Mutter darf ein Mann nicht das S-Wort und es wurde überlegt euch mal ein Prophet der das S-Wort benutzt was ist denn das für einer so ein arabischer so ein Pädogene so ein normaler Pädogene der so weißt du wie ich das meine Ahnung ja ich weiß und es wurde berichtet dass jedem Mann im Himmel ein PENIS gegeben wird der einer endlosen langen Kalmen bleibt und dazu eine Vagina die Ausgleichenplatz für einen solchen PENIS bietet und man darf mit zwei Schwestern gleichzeitig SEX haben heftig Tuchfatul Habib Al-Sharif ja genau Al-Sharif Al-Sharif Seite 353 und das steht auch auf Arabisch nochmal unten drunter also für die arabischen Brüder und Geschwistern Adam wenn ihr jetzt sagt dass es eine Lüge ist da steht das arabische Original unten drunter Christian Christ ist ein Bruder der kann ja auch Arabisch und ich habe alles in seinem Buch steht auch im Arabischen auch da genau alles was er hier schreibt hat er unten drunter im Arabischen auch wieder gegeben und ich kannte das alles Daniel weißt du wie schockiert ich war als ich diese Bücher gelesen habe natürlich glaube ich dir und hat was genauso war ich auch schockiert hier geht zum Beispiel weiter soll ich das auch noch vorlesen hier unten drunter das ist das gleiche aber mit einer anderen Quelle genau das ist das gleiche nur eine andere Quelle weil die Muslime ja versuchen das Ganze so runter zu buttern und zu sagen das stimmt alles nicht weißt du aber es gibt eine zweite Quelle auch noch dazu also es ist authentisch genau dann nehme ich nur die Quelle das ist Al-Budjareni 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 Al-Al-Kateb Band 4 Seite 78 ja dann geht es weiter Allah Sonderbehandlung für seine Märtyrer da sieht man ja das ist auch von Satan von Lutzfeld er will dass die Menschen sich in die Luft springen sich irgendwie selbst in den Tod gehen und andere töten wie kann denn so etwas von Gott sein ja das ist das große Problem der wunderbare und sagt steckt das Schwert ein die dürfte keinen anderen Menschen töten das sehen wir auch in wer jetzt sagt aus Zeitgründen die ganze Bibel zu lesen natürlich ist das Zeit aber ihr könnt euch auch einen Film anschauen bei Jesus das ist auch sehr schöne Filme da wird auch dieses Evangelium auch dargestellt und ich lese das jetzt hier nochmal vor der Gesandte Allah möge Allah auf ihn beten und in Größen sprach zu den Märtyrer hält Allah sechs Dinge bereit ihm wird mit dem ersten Tropfen seines Blutes das Verbotten wird vergeben ihm wird sein Platz im Paradies gezeigt ihm bleibt die Bestrafung des Davids erspart er wird vor den größten Schrecken geschützt er wird Schmuck er wird verheiratet mit Ehefrauen von den großäugigen Huris und es ist ihm gestattet für Sprache besitzt sich seiner Verwandten einzulegen jetzt schreibt die Küsschen Prinz noch gewiss war es sehr clever von Mohammed die Muslime mit großspurigen Versprechungen von Belohnung im Jenseits dazu zu bringen für ihn zu sterben jeder Muslim der sich die Sonderbehandlung eines Märtyrers wünscht und von den damit einhergehenden Belohnungen träumt fühlt sich angesprochen es sind genau diese Versprechungen die muslimische Männer dazu bringen selbst Mordattentäter zu werden die sich ohne zu zögern selbst in die Luft sprengen besonders solche die nichts zu verlieren haben wie etwa die Armen die Arbeitslosen oder solche die nicht einmal eine Frau zum heiraten finden können Osama Bin Laden versteckte sich jahrelang auf einem Grundstück mit vier Ziegen drei Hühnern und zwei Ehefrauen er stürzte sich nicht in ein US-amerikanisches Lager um sich dort der Selbstmordattentat in den Himmel zu bomben und warum weil er stinkreich war und damit eine Menge zu verlieren hätte und dann kommt das noch mit dem Pornopaladies hier für BSEX im Allachtim Himmelreich das ist von Jamit Atelmezi Band 4 Buch 12 hat verdienst zwei zu und vier bucht 12 hat dies zwei zu und vier bucht 12 hat dies zwei zu und 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 soll ich das auch noch vorlesen? geboren und aufgewachsen sind, befassen sich ja mit dem Ganzen gar nicht, Ami. Das war ja bei mir auch so. Ja, wo soll man denn suchen? Wo sollen wir denn suchen? Wo finden wir das? Das zeigt uns doch keiner. Genau, das war's. Und die ganzen Gelehrten haben uns ja nur angelogen. Und diese ganzen Tafzire, Hadithse, die kannte ich gar nicht. Die Sunda.com oder die vier Gelehrten. Keine einzige Hoja, eine Frau, die zum Beispiel die Freundin, von der ich erzählt habe, hat sowas nie angesprochen. Nur über irgendwelche auswendig Gelehrten Sätze, Sprüche, wie sich ein Mädchen verhalten soll, dass wir Koran auswendig lernen sollen, die Lebensweise von den angeblichen Propheten, was alles auch gelogen ist. Da wird ja ein völlig anderer Prophet dargestellt, der beste Mensch, der beste Mensch lächelt, wenn er tötet. Heftig, ne? Kann ich dazu ein Video von dir zeigen, Ami? Da hab ich irgendwas gesagt, hab ich das bewiesen sogar, ne? Genau, nicht zeigen, also, okay, zeigen kann ich das von dir leider nicht, aber ich kann es abhören lassen, das Video. Ich muss mal versuchen, ich hab das extra verkürzt hier aufgenommen. Du bist ein richtiger Profi, ehrlich, ey. Du bist nicht nur Medizinstudentin, nein, du bist auch Studentin von Dr. Schraubel. Ja, das stimmt, aber dank dich sind es wirklich, dank dir sind es auch wirklich, Ami, aus diesen Schicksalen ist aufgetreten. Ja, du wirst mir jetzt sofort, als wärst du meine Studentin. Ich bin dein Scher und du bist meine Studentin, hast gut gelernt, ey. Ja, das kann ich jedem ans Herz legen. Die Bibel ist, muss ich zugeben, es ist nicht so einfach zu verstehen. Nein, das Evangelium ist einfach zu verstehen. Jeder, der liest, der muss einfach die Gnade und Liebe des Herrn zu uns Menschen, muss er spüren. Wer das nicht spürt, der hat wirklich kein Geist oder kein Herz, also, weiß ich nicht. Der muss das spüren. Und als ich das erste Mal den Herrn Jesus Christus mit meinen Namen, ich hab mich am Wasser, saß ich da, nach der Arbeit, ich hatte Frühdienst im Krankenhaus, dann bin ich zum Wasser, also zum See hier bei uns gefahren und dann saß ich da und es ist mir alles so durch meinen Kopf gegangen. Und ich hab so angefangen zu weinen, weil ich so dachte, was mach ich hier eigentlich? Wie konnte ich mich so betrügen oder anlügen lassen von so einer behämmerten Religion? Und es hat mir so im Herzen weh getan, warum ich mich früher zu Herrn Jesus Christus gefunden habe, dass ich mich früher damit beschäftigt habe. Und das muss jeden eigentlich so ergehen, der sich da anhört, die müssen Gedanken bei seiner Stätte anzurufen und so idiotische Sachen abzulassen. Entschuldigung, dass ich das so sagen muss, aber manchmal höre ich so Sachen, wo ich mir so denke, wie versuchen die, sich da jetzt rauszureden über so ein Vers, was eins zu eins... Dort steht, ne? Genau, wo du das auch mit den Taftieren, mit den Hadithen alles belegst, das deutlich zeigt, dass die doch versuchen, das so abzuschreiten, anstatt mit sich selbst ehrlich umzugehen. Es geht doch um den Himmel, die sind ja nicht einfach so auf der Erde. Nach dem Tod geht es ja weiter und dann will ich doch wissen, was mit meiner Seele passiert. Amen, ja genau. Dass man sich selbst so angült oder so leichtfertig damit umgeht, dass es einem nicht so, dass das Herz so anspricht oder den Verstand, das kann ich nicht verstehen, das geht nicht in meinen Kopf rein. Dass wenn die Leute da so anrufen und so versuchen, sich da irgendwie so rauszureden, anstatt sich die Zeit zu nehmen, sich damit hinzusetzen, deine Bibel anzufauen, sich damit zu beschäftigen, die Bibel anzufangen, zu lesen. Also hier vom Neuen Testament, vom Matthäus Evangelium aus, können die anfangen, am besten. Und sich das Ganze, sich damit zu beschäftigen, sich mit dem Leben von Herrn Jesu Christi zu beschäftigen, anstatt zu versuchen, so eine Wüsten-Höllen-Religion, Höllen-Gesetze, also so eine Höhle meine ich, so eine Religion aus der Höhle. Weil es so aus so einem Finsternis, sich versuchen, das zu rechtfertigen, wovon die selber gar keine Ahnung haben. Man merkt ja einfach, dass es so für die Araber gemacht ist. Also es ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber es ist einfach wirklich so eine Wüsten-Religion, wie du das mal gesagt hast, für die arabischsten Männer, weil sie damals wirklich auch so gelebt haben. Auch die Frauen, dass sie da so halbnackt rumgelaufen sind, dass sie sich da so prostituiert haben. Man merkt ja einfach, dass es für diese Menschen, für diese Kultur, für dieses Gebiet gedacht war. Und nicht hier für die Menschheit. Wie soll denn so eine Religion hier in Europa standhalten? Auf Fuß fassen. Passt das hier zu unseren Werten? Wir haben doch hier gewisse Werte, mit denen wir alle hier aufgewachsen sind. Egal, ob wir aus einer muslimischen Familie kommen, wir sind doch in den Islam hineingeboren, wir haben uns das doch gar nicht ausgesucht. Warum sollen wir versuchen, so eine ausgedachte Religion zu verteidigen? Das ist doch gar nicht unsere Mission, unsere Aufgabe. Wir sind doch nicht dafür bestimmt. Ich habe mir doch diese Religion gar nicht ausgesucht. Ich komme selber aus einer türkischen Familie. Und die Türk-Völker waren früher keine Muslime. Also wir haben an einen Gottschengel hingeglaubt, wir haben mit dem Islam überhaupt nichts zu tun. Gar nichts zu tun, nichts. Und die Türken wurden eben so zwangstisch an, so wie die Kurden und Perser auch, so wie alle anderen nicht-arabischen Länder auch. Und die Türken haben zu 90 Prozent, zu 95 Prozent keine Ahnung vom Islam. Die können nicht mal arabisch, die verstehen nicht mal, was da überhaupt steht. Ja, das ist das Problem. Nicht nur in Europa, sondern auch in der Türkei. Ja, ich weiß. Sie gehen nur in die Moschee, mal fünfmal am Tag beten und dann hier fasten, Ramadan und das war's. Das kann ich auch meine eigene Familie als Beispiel nennen. Keiner in meiner Familie betet fünfmal am Tag. Nur wenn mal Ramadan ist, fasten die mal und das war's dann. Und dann mal einmal im Jahr in die Moschee und das war's. Und dann sind die Muslime und sind bessere Menschen auf einmal. Und weißt du, wie ich das meine? Die Muslime haben ihre Religion, womit die so ihren Ego irgendwie versuchen zu erfüllen. Die Juden haben ihre Religion und haben ihren eigenen Messias gekreuzigt, gläubenden die Gottheit von der Jesu Christi und warten immer noch auf ihren Messias. Jeder hat so seine eigene, ja in Anführungsstrichen, Fülle und lebt so sinnlos vor sich hin. So traurig. Heftig. Als ich auch in Israel war übrigens. Ach, stimmt. Da hab ich von einem, die nennen sich ja Rabbiner. Eigentlich sollen wir ja nur Herrn Jesu Christi Rabbin nennen. Das steht ja auch in der Bibel, wir sollen nur ihn als Rabbi bezeichnen. Als Meister, ja. Aber die, ja, ja. Und die orthodoxen Juden bezeichnen sich ja selber als Rabbiner. Und da stand so ein orthodoxer Jude, hat da so Gemälde verkauft, hat was gemalt. Und auch als so Unterstützung und weil mir das Bild auch gefallen hat. Also das war so ein kleines Gemälde, so ein Kind stand da drauf, so ein jüdisches Kind. Und das hab ich gekauft und dann war da, hat er gesagt, da war so ein größeres Gemälde. Und da hat er gesagt, das ist der Messias, der kommen soll. Da hab ich gesagt, Maschiach ist, ähm, Yashua. Und dann hat er so sein Gesicht verzogen. Ja, das konnte er nicht hören, ne, der Jude. Eben. Da war für ihn Feierabend, als du das gesagt hast. Genau. Genau, ja, so traurig. So, so blind, ne. Auch so. Aber es steht ja auch in der Bibel, dass, ähm, dass Gott die Herzen der Juden auch, ähm, verstummt hat. So in der Art, ne. Dass bis die Heiden zu, äh, Jesus Christus kommen. Also damit sie, äh, zu Jesus Christus auch kommen. Die, äh, die Völker drumherum. Dass die Herzen der Juden auch, ähm, auch verstummt sind. Ich weiß nicht, ob du das, ob du das auch, ähm, aus der Bibel, ob du die, ähm, ich weiß jetzt nicht, wo, ähm, kann ich jetzt nicht sagen, wo das genau, aber steht in der Bibel jedenfalls. Also ich hab das darüber auch mir von, äh, Herrn Roger Libby das Video angeschaut. Er hat das angesprochen, er hat auch gesagt, wo das in der Bibel steht. Ich hab mir das auch notiert, aber müsst ihr das raussuchen. Falls du das jetzt weißt, wo das steht, kannst du auch, ähm, erwähnen. Könntest du das auch erwähnen, in letzter Weise. Ja, ähm. Ich suche jetzt mal das Video von dir heraus. Ja. Und das, äh. Und hier. Die, die Gülzernis Maschine, die ist meine Studentin. Habt ihr gesehen, wenn eine Frau auf einmal aus dem Islam austritt, wie das sich anhören muss und nicht verwirrt hat, wie bei dieser, äh, Israel da? Was er da von sich gibt, schaut euch nur den Unterschied an zwischen einer Ex-Muslima und jemand, der behauptet, ein Christ gewesen zu sein und den Islam angenommen hat. Seht ihr den unterschiedlichen Gehirnhaben und Gehirnlosigkeit? Das kannst du keinem erzählen. Aber es ist auch, ähm, da steckt auch was Wahres, das ist auch dahinter. Das wollte ich nämlich auch von erwähnen. Ich bin ja seit 2018 in der Menschenrechtsorganisation und ich hab wirklich nur griechisch, aramäisch und, ähm, armenische Freundinnen. Die sind ja christlich und da kommen auch die Pastoren, die Priester auch hin, machen Gebete für die ermordeten Christen im Osmanischen Reich. Und ich hab da immer wieder Fragen gestellt. Ich war auch in der Kapelle, in der Kirche, hab sogar Vorträge in der Kapelle gehalten. Auch in Alexandropoli war ich auch mit, ähm, mit unseren Vereinsforsitzenden. Sie, sie macht das schon seit 40 Jahren. Sie hat auch sehr viele Bücher darüber geschrieben, äh, geschrieben, die Professor Doktor Tessi Rufmann. Da könnt ihr euch auch ihre Bücher dazu auch kaufen. Auch auf Türkisch hat sie ein Buch geschrieben. Taki Bateci ve Imha, das ist auch Türkisch, würde ich auch empfehlen an die türkischen, äh, Brüder und Geschwistern Adam. Die können das auch gerne lesen. Genau, und ich, meine Kritik eben war, dass sie das nie offen und ehrlich angesprochen haben, ne? Weil ich Fragen gestellt habe, dass sie gesagt haben, Christian, du kommst doch aus einer türkisch, äh, muslimischen Familie und du bist doch ein ehrlicher Mensch. Und warum befasst du dich nicht mit dem Islan? Weil irgendetwas stimmt mit dieser Religion nicht. Weil im Nachhinein, als die alle erfahren haben, dass ich den Islan verlassen habe und dass ich, äh, Jesus Christus angenommen habe, hat ein armenischer Bruder, hat mir dann geschrieben, dass er das schon immer wusste, dass, äh, Allah der Lucifer ist für die Christen und dass Mohammed ein Betrüger ist, dass er nie ein Prophet war, habe ich gesagt, ja, schön, aber warum habt ihr mir das denn nie vorher gesagt? Genau. Sie haben sich, glaube ich, nicht getraut, ne? Oder nicht, äh... Ja, aber warum nicht? Ich meine, ich kenne die Gemeinde schon länger jetzt, schon seit 5, 6 Jahren. Sie wissen doch, dass ich ein Mensch mit Verstand und Anstand bin. Ich bin ja auch nicht wie die 99% der Türken, dass ich sage, nee, den Genozid hat es nie gegeben, das ist eine Lüge. Das sind alles hier Feinde der Türken und alle wollen den Türken was Böses antun. Das, äh, wusste ich, das bin ich doch auch gar nicht. Sie wissen ja, dass ich mich für die Arbeit auch einsetze, für die Anerkennung des Genozids. Und das machen wir auch alles öffentlich. Und dann hätte man das ansprechen müssen. Das ist ja auch Pflicht eines Christen, die Wahrheit, das Finsternis aufzudecken. Amen. Und da schaut man doch nicht zu, wenn eine Schwester, die ehrlich eine Aufarbeitung macht, sich sogar mit ihrem eigenen Volk befeindet. Ich kann ja seit 2017, fliege ich auch nicht in die Türkei, weil das ein Straftat, wir nennen das den Gummiparagraf 301, es ist eine Straftat, wenn man das als Völkermord, als Genozid betitelt. Ach so, das ist verboten. Das ist eine Beleidigung des Türkentums, Paragraf 301. Die Leute, die aus der Türkei kommen, die wissen das. Sie sehen sich damit sehr gut aus. Wie krank. Das spricht man doch, wenn ich, also mein älterer Bruder redet seit, ich habe mit meinem älteren Bruder seit zwei, drei Jahren keinen Kontakt, weil ich diese Aufklärungsarbeit mache über den Genozid, über den Christen im Osmanischen. Weil du Menschlichkeit bewiesen hast, merkst du? Zum Beispiel, eine andere Schwester, eine Araneerin, hat auch hier zu mir gesagt, ich habe schon immer gemerkt und gesehen, dass in dir was Ehrliches, was Wahrhaftes ist, obwohl du eine Muslima warst, obwohl du aus einer muslimischen Familie gekommen bist. Da habe ich gesagt, ja, aber das hättest du mir doch auch vorher sagen. Und auf einmal haben dann alle angefangen, so, weißt du, zu reden. Das hätte man doch vorher tun müssen. Das, was du hier tust, hätten sie vorher tun müssen. Und die Wahrheit aussprechen müssen. Und das tun sie nicht. Wir sind auf das Leben hier konzentriert, weißt du, so, auf dieses Weltliche. Das kann eben nicht mehr wiegen als Herr Jesus Christus, als die Wahrheit. Kann doch nichts mehr wiegen, nichts wertvoller sein als die Wahrheit. Amen, Amen, sehr gut gesagt. Wer will denn mit einer Lüge leben? Oder wer will denn mit einer Lüge sterben? Deshalb will ich ja auch, das tue ich ja nicht, Viele sagen ja zu mir, hast du dein eigenes Volk. Nein, ich hasse sie nicht. Ich tue das lieber aus ihnen gegenüber, mache ich die Aufklärungsarbeit, dass der Genozid anerkannt wird, weil sonst wird die türkische Bevölkerung keinen Fortschritt erlangt. Möchtest du... Sie wird nicht aus den Finstern des Vos kommen können. Möchtest du einige Sätze... Sie müssen sich mit der Vergangenheit ehrlich auseinandersetzen. Möchtest du noch einige türkische Wörter zu deinen türkischen Mitbürgern sagen? Das werde ich vielleicht machen. Ich werde sogar was vorlesen auf türkisch. Das ist noch besser. Und sie müssen sich mit ihrer Vergangenheit offen und ehrlich auseinandersetzen. Die türkischen Jugendlichen hier in Europa, in Deutschland vor allem. Die in der Türkei, dazu möchte ich jetzt nicht, ähm, klar will ich auch kritisch dem gegenüber, aber da ist auch vieles zensiert. Sie kommen an die, ähm, Wahrheit da ranzukommen, ist nicht so einfach wie hier in Deutschland, in Europa. Hier haben wir doch... Jedes Mittel steht uns doch hier offen. Wir haben das Internet, wir haben alle Bücher. Dort sind Bücher auch zensiert. Oder jegliches. Man kann nicht alles offen ansprechen. Man wird festgenommen und Professor Dr. Tadalakciam war 17, 18 Jahre im Gefängnis. Und ist aus dem Gefängnis geflüchtet. Also da ist es eine andere Sache, so gesehen. Aber hier zumindest die in Europa, in Deutschland leben, dass man, ich finde das feinlich, ich schäme mich zum Grund und Boden, wenn ich so etwas sehe, dass man sowas versucht zu befürworten. Hier der Krieg, äh, der Asach-Krieg. Haben die Aserbaidschaner oder die Türken das notwendig, die Asach, dass die Menschen da, äh, dass die Menschen da ein Genozid erleiden, äh, diese Menschen da neun Monate lang hungern zu lassen. Es gab einen Hungerstoten. Das muss man sich mal vorstellen. Im Jahre 2023. Ich als ein Mensch, ich habe mich zum Grund und Boden geschämt. Auch für meine eigene Nation. Dass sie zu 90 Prozent das versuchen, noch zu befürworten. Und ich sehe, dass ja eine türkische, ähm, auch Islamkritikerin, eine Schwester, die auch bei Instagram Sachen postet, sie ist auch, äh, also auch eine Türkin aus der Türkei und sie lebt auch in Europa, studiert sie auch. Und sie teilt ja auch gewisse Sachen, was die türkischen Verschützten da auch schreiben. Also das, was sie hier so schreiben, ja, sie haben ja das gekriegt, was sie, äh, verdienen. Verdienen. Was haben denn die Armenier, was haben denn die Armenier den Türken getan? Jetzt die Frage nicht. Gar nichts. Was, was haben die Griechen, die Arameer, die, ähm, wissen, weiß die türkische Bevölkerung oder die türkischen Jugendlichen, wissen die das, dass, äh, dass, 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 dass die Osmanischen Gesetze, diese Reformen, alles was zu Fortschritt führt, dass es von den Griechen und von den armenischen, äh, Abgeordneten kam? So sieht es aus. Wissen Sie, wissen Sie, dass die ganzen Handwerker, die alles dort produziert haben, wie die ganzen, äh, sogar die blaue Moschee in Istanbul, die ganzen Gebäude, dass es Christen waren, die das, ähm, oder, die das, äh, dass, äh, dass, äh, dass die Christen waren, die das überhaupt alles hergestellt haben? So sieht es aus. Wissen Sie das? Die ganzen Gebäude. Wissen Sie, dass die ganzen Häuser, die Kirchen, alles den Armeniern, den Griechen, dieses ganze Reichtum, was die Türkei hat, dass es der indigenen christlichen Bevölkerung heute gehört? Ja. Dass es ihnen zusteht, dass West-Armenien, was heute Ost-Anatolien genannt wird, dass es eigentlich West-Armenien ist, dass es alles christlich war, vor 100 Jahren. Das ist nicht so lange her. Das war alles christlich. Und das waren unsere Mitbürger, das waren osmanische Mitbürger. Sie hatten, ich hab, ähm, aus der armenischen Gemeinde hat ein armenischer Bruder gesagt, mein Opa hatte einen osmanischen Kaff. Und sie haben zum Beispiel viele Armenier in Armenien haben auch, äh, einen osmanischen, einen türkischen Nachnamen mit einem Jandran. Das haben sie alles aus West-Armenien. Portos, das Schwarze Meer, von wo meine Eltern kommen. Mein Vater kommt aus, äh, Tarsson und meine Mutter, äh, also mein Vater kommt aus, äh, Gerasson und meine Mutter kommt aus, äh, Tarsson, aus dem Schwarzen Meer. Und das war ein, äh, da war ein pontischer Staat. Das war griechisch. Oder hier Ägäis, heute ist Ismier, die Mirna. War alles christlich. Oh. Man muss sich doch mal fragen, da steht eine Kirche, Amir, in West-Armenien. Ani heißt die Kirche, die sich steht immer noch da, zwar teilweise kaputt, und diese Kirche ist 3000 Jahre alt. Vor 3000 Jahren gab es noch da keinen einzigen Türken aus Zentralasien. Die Türken sind erst vor 900 Jahren nach Anatolien gewandert. Haben sich die türkischen Mitmenschen mal dort gefragt, wer hat diese Kirche hier errichten lassen? Wo sind diese Menschen, die diese Kirche gebaut haben? Wo sind die Eigentümer dieser Kirchen? Heftig. Und von meinem jüngeren Bruder, die Frau ist aus Antep, Gazi-Antep. Gazi-Antep, ja. Genau. Und ihr Onkel, sie waren als mit der Familie bei uns zu Gast, da war die Verlobung und Hochzeit alles geplant. Und da hat der Onkel gesagt, in die Runde, als wir uns da unterhalten hatten, mit der Familie, da hat der Onkel in die Runde gesagt, die Armenier, die damals aus, in Antep gab es sehr, sehr viele Armenier, die in den Kirchen verbrannt wurden, ermordet worden sind, die Frauen wurden in den Kirchen vergewaltigt. Kann ich alles belegen, alles mit Beweisen, alles da. Aber erstmal möchte ich das aussprechen, dass die Menschen, als sie in die Wüste geschickt worden sind, nach Dairzor, und sie wurden nicht, es gab ja einen kürzeren Weg, aber sie mussten einen Umweg machen, damit sie durch Seuche, durch Hungersnot, das, was sie heute in Arzach wieder praktizieren, dass sie durch Hungersnot und solche, ja, sterben, ausgerottet werden. Und sie haben damit nicht gerechnet, dass 800.000 Menschen Dairzor, also dieses Konzentrationslager, erreichen werden. Und der Innenminister Talat hat dann befohlen, er war unter Panik, und hat dann dorthin befohlen, dass, wenn die Armenier dort ankommen, dass man sie in den Konzentrationslagern dort vernichten soll. Und da wurden 800.000 Menschen erschossen, geköpft, ermordet. Und man hat später, heute haben die, die Enkelkinder sind dort, hinverreist die armenische Kommission, etc., und die haben diese ganzen, die Massengräber dort gefunden. Und wir haben hier einen Staat, der seit über 107 Jahren den Genozid leugnet. Das ist heftig, ne? So, jetzt ist die Frage, ich als ein Mensch mit Verstand und mit Herz und mit Gewissen, ich kann doch jetzt nicht sagen, ja, das ist mir alles egal, ich schweige jetzt dazu mal und gehe und mache mal in Antalya einen schönen Billigurlaub. Das ist mir jetzt wichtiger. Wie kann man so denken? Ja. Die Menschen sind abgestumpft, fühlst du denn? Die Menschheit ist am Ende. Die Menschheit ist am Ende. Und das verstehe ich nicht. Und das spreche ich an, um anzuregen, dass die Menschen sich das hinterfragen müssen. Und heute sehen wir wieder, erleben wir wieder denselben Genozid an den Armeniern in Arzach. Weil du musst dir, für die Menschen, für die Leute, die nicht wissen, wo Armenien, viele aus Deutschland wissen nicht, wo Armenien ist, Armenien ist zwischen im Kaukasusgebiet, inzwischen der Türkei und Aserbaidschan. Sie ist quasi da umzingelt von den Islamisten oder von den Islam-Muslimen oder wie auch immer. Also von den Feinden umzingelt. Und ihr Land wird immer kleiner, weil Aserbaidschan immer wieder Gebiete erobert. Mit der Befürwortung, das sind Terroristen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Die Zivilbevölkerung in 120.000 Menschen, da gab es früher 800.000 Menschen. Heute sind es nur 120.000, weil sie vertrieben worden sind. Und sie sagen, die Zivilbevölkerung sind da also Terroristen. Der Aliyev, der Erdogan, der dieses Kriegsverbrechen dort ausübt, sind also keine Terroristen, die dort Kinder, Frauen, Babys töten, die sogar da, darauf komme ich auch gleich, da wurde ein Mädchen vermisst und die aserbaidschanische Soldaten, die Regime hat dort gesagt, 500 Dollar muss bezahlt werden, damit das Mädchen verkauft wird. Es ist wieder dieselbe Mentalität wie damals während des Genozids 1912, zwischen 1912 und 1922. Da wurden auch christliche Frauen auf Sklavenmärkte verkauft für 85 Cent. Könnt ihr euch das vorstellen? Eine christliche Frau ist also nichts wert in den Augen der Muslime, weil sie eine Kuffar ist. Eine Kafira. Eine Kafira Kuffar ist die Mehrzahl und Kafira ist die Einzahl. Und jetzt warum so, wie bitte? Kafira ist die Einzahl, Kuffar ist Mehrzahl. Ja, aber es geht um Kuffar, es geht um mehrere Frauen. Es geht, ja genau, es geht um die Kuffar, ja, aber eine einzelne Frau ist eine Kafira. Kafira, okay. Also es geht um die Kuffars, um die Frauen und mehrere christliche Frauen, die auf dem Sklavenmarkt, auf Sexsklavenmarkt, verkauft wurden. Entschuldigung, dass ich das Wort wieder ausgesprungen habe. Genau, die da verkauft wurden für 85 Cent. Das ist eine christliche Frau in den Augen der Muslime nichts wert. Und die christlichen Frauen mussten zuerst den Islam annehmen, damit sie überhaupt, damit sie überhaupt als SEX-Sklaven quasi angenommen werden können. Könnt ihr euch das vorstellen? Wie krankhaft das ist? Wie geistig, mental gestört man sein muss. Und dann fragen die sich, was hat denn Mohamed gemacht? Was hat er denn nicht gemacht? Was hat er nicht gemacht? Wollte ich gerade sagen. Was hat er nicht gemacht? Wie schrecklich ist das? Ich kriege ein, ich kriege so ein, mich bedrückt etwas, mich bedrückt das Herz, wenn ich über so etwas über den Islam lese, also über das führt zum Schrecken. Das ist ja schrecklich. Man kriegt ja Angst davor. Also es führt zu Schrecken und Angst und auch so dieses Grauen, dieses Finsternis, weißt du, was ich meine? Also vor diesem Finsternis, vor dieses Dunkle, das führt dazu, dass du so denkst, was ist das denn, wie schrecklich ist das denn? Was ist das für eine, wie kann man so im Herzen so verdunkelt sein? Wie kann man so im Finsternis leben? Auch der eine, also die drei Genozidverantwortlichen von der jungtürkischen Regierung, sie wurden ja hier in Deutschland auch erschossen. Also die Nemesis, Nemesis war die armenische Gruppe, eine revolutionäre Gruppe, die sich rächen wollten von den Genozidverantwortlichen. Das haben sie auch gemacht. Sie haben neun, ich glaube neun dieser Genozidverantwortlichen, neun waren das, glaube ich, wurden ja hingerichtet. Und einer von ihnen war Talat Prascha, der Innenminister, der war ja der Hauptverantwortliche, der wurde in Deutschland, in Berlin, wurde er hingerichtet von Techlirian. Er hat ihn auf der offenen Straße erschossen und es gab ja einen Gerichtsprozess in Deutschland, also in Berlin und er wurde freigesprochen, weil er gesagt hat, Talat ist verantwortlich für 1,6 Millionen tote Menschen. Ich bin kein Mörder, wenn ich ihn ermordet habe, weil er aus, von meiner Familie 85 Menschen, er kam aus Erzurum. Er ermordet hat. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Und Deutschland, Deutschland hat erst 2016 den Genozid anerkannt, also auch durch die Arbeit von dem Verein, wo ich Mitglied bin und auch vom türkischen Verein, von Ali Ertel, Muzela Ertel, die machen das schon auch seit über 30 Jahren. Sie haben Unterschriften gesammelt, haben das hier in den Bundestag eingereicht und haben dafür gesorgt, also Druck ausgeübt, damit die Bundesregierung hier endlich mal den Genozid anerkannt und das haben sie auch gemacht. Sie haben die ganzen, schreiben die ganzen Briefe von dem, von Wolfskiel, war zum Beispiel ein hoher deutscher Offizier, da waren ganz viele deutsche Offiziere in der Türkei stationiert, in den, auch in den armenischen, in Westarmenien auch und auch hier in Istanbul, in Konstantinopel und sie wussten ganz genau, was abgeht. Und sie haben hier auch, auch die deutsche Regierung angeschrieben damals, das deutsche Kaiserreich, dass, dass die Türken vorhaben, die Armenier dort auszulöschen, die indigenen Christen. Und Deutschland hat gesagt, ja, das interessiert uns nicht, die Innenpolitik der Türken. Wir, es ist zwar hart, aber nützlich, wir gehen den Weg, dass wir mit den Türken, sie warten ja vor die Deutschen, mit den Türken, das Ganze, bis, damals hat ja auch Saudi-Arabien, hat ja auch den Osmanen gehört und sie wollten halt so ein, ein groß deutsches Reich durch die Türken erschaffen, dass sie mit der Türkei eben Russland angreifen und die, die Russen, ja, niederschlagen und, oder eben besiegen. Und heute haben sie ja, führen sie ja wieder dieselbe, hinter verschlossenen Türen, dieselbe Politik, auch wenn sie das offen nicht sagen. Deshalb ja auch diese Politik mit Aserbaidschan und der Türkei, sie wollen ja ihre Partner, ihre Best Friends nicht verärgern. Deshalb halten sie auch die Klappe. Und jetzt kommt Annalene Baerbock, kommt erst jetzt heute, glaube ich, oder gestern, und sagt, dass sie da eine Kommission dorthin schicken will, weil sie den Verdacht hat, dass da ein, ein Verbrechen irgendwie begangen wird. Irgendwie menschlich. Erst heute oder gestern, seit neun Monaten, ist da eine Hungersblockade und Madame Baerbock ist jetzt heute erst aufgewacht. Guten Morgen. Nachdem alles vorbei ist, nachdem so viele Menschen umgekommen sind. Aber sie ist ja auch so eine, wo ich mich frage, wo hat sie ihren Hirn gelassen? Wie können diese Leute da überhaupt sitzen? Die sind da. Die sind ausgewählt. Das ist alles so, wie sein soll. Und du weißt, dass der Herr Jesus Christus sagt, dass alle Obrigkeit vom Herrn eingesetzt ist, nach Römer 13. Und das fällt uns natürlich schwer. Aber du musst dann, du kannst in Gottes Plan nicht eingreifen. Verstehst du? Wir können uns natürlich auflegen. Ja, aber das ist für mich natürlich sehr schwierig. Ich war ja zweimal in Armenien. Letztes Jahr das erste Mal mit der Vorsitzenden von Kamurtsch, von dem medizinischen Hilfsverein Kamurtsch. Mit ihr war ich das erste Mal in Armenien. Letztes Jahr im Sommer und dieses Jahr zum 24. April zum Gedenktag an den Genozid. Und das sind so gute Seelenarmee. Das sind so gute Menschen. Die haben keine Boshaftigkeit. Jemand, der aus einer muslimischen Familie kommt oder weiß, wie die Menschen im Herzen oder das eben sieht, wie die Menschen im Herzen in der Türkei sind oder in muslimischen Ländern, dieses Finsternis, das Böse sieht, das kennt und das Gute dann zum Vergleich hat, diese guten Seelen in Armenien, dann tut es einem noch mehr im Herzen weh. Weil dann schätzt du den Wert dieser Menschen viel mehr. Und ich muss sagen, ich liebe die armenische Bevölkerung sehr. Wirklich, sie sind sehr offene Menschen, sehr intellektuell. Sie sind Künstler, Musiker, Handwerker. Eine armenische Freundin von mir hier auch. Sie selber auch macht oft Musik. Das sind alles sehr begabte, sehr intellektuelle Menschen, auch sehr intelligente Menschen. Es leben sehr viele Armenier bei uns in Iran. Der wird in Schutz gewährt. Die haben dort ihre Kirchen, alles. Haben die hier auch. Wir haben hier auch in der Gemeinde, hier in Deutschland auch viele Armenier aus dem Iran. Und weißt du, was sie sagen? Sie sagen, die Iraner sind ein sehr rebellisch, sie sind ein Volk, die rebellieren, die Widerstand leisten. Und die Türken sind überhaupt nicht so. Sie hätten damals was machen können. Sie hätten heute gegen die Regierung Widerstand leisten können. Und was macht die türkische Bevölkerung zu 60, 70 Prozent? Wählt Erdogan. Tja. Und der Rest sind auch Kemalisten. Das sind Kemalisten sind auch, im Kemalismus steckt auch Faschismus drin. Mustafa Kemal war ja der Gründer der... Atatürk meinst du? Atatürk? Ja, ich nenne ihn nicht so, weil für mich ist... Was heißt denn Atatürk? Ach so, der Vater der Türken oder was? Atatürk? Ja, aber das ist Unsinn. Das ist Blödsinn. Wie kann denn jemand mein Atat sein, der vor 90 Jahren gelebt hat? Mein Ursprung geht bis zu Zentralasien und bis auf Abraham zurück. Und dann soll jemand, der vor 90 Jahren gelebt hat, das ist einfach nur eine politische... Ich weiß. Position. Eine politische Aussage, weil sie versuchen, das Osmanische Reich irgendwie aus ihrer Geschichte auszurattieren. Weil sie sich dafür schämen. Weil Mustafa Kemal hatte ja vor, eine neue türkische Nation zu schaffen und alles, was mit dem Islam und Osmanen zu tun hatte, wegzudrängen. Und Mustafa Kemal ist auch für den Genozid in Dessin verantwortlich, 1938. Heute heißt es ja Tunceli, also eiserne Faust. Schau mal, wie sie ihre Städte nennen, eiserne Faust, weil sie dort mit ihrer eisernen Faust verschlagen haben. Die alle hittischen Koten ermordet haben. Ein Massaker ausgelut haben. Das ist die türkische Mentalität. Und der Islam verschärft es halt noch. Die Türken sind ja ein Volk, die viel Kriege führt. Also sie sind ja aus Zentralasien gewandert, nach Anatolien. Und der Islam hat das Ganze halt verschärft und auch die Lizenz dazugegeben. Ja, macht. Und Anatolien, Konstantinopel war ja alles christlich. Und dann ist halt zwei Schreckliches nebeneinander führt halt zu noch Böserem. Die türkische Mentalität und dann die Kriegsmentalität und dann auch der Islam dazu. Ja, sodass Anatolien zwangs islamisiert worden ist. Und es gibt heute immer noch sehr, sehr viele Menschen, die Armenier sind oder Griechen sind oder Arameer sind, aber die das verleugnen und die ihre Herkunft verleugnen und die zwangs islamisiert worden sind und sich als Kurden ausgeben oder als Türken oder ich habe eine türkische Freundin zum Beispiel aus Malatya. Ihre Oma, also väterlicherseits, die Großoma ist Armenierin. Damals wurden die armenischen Mädchen, weil sie Mitleid hatten, einige kurdische oder türkische Familien, haben diese türkische Mädchen, naja, ob man das wirklich auch Gnade nennen kann oder Mitleid nennen kann, weiß ich nicht, haben diese Mädchen als Sklaven aufgenommen, damit sie die Haushalt machen, damit sie diese Töchter später ihre Söhne irgendwie mit ihren Söhnen heiraten lassen und aus der Hinsicht Perspektive halt, ob man das wirklich jetzt auch Mitleid nennen kann, ist halt auch so die Frage. Und die Oma weiß halt, dass sie als achtjähriges Mädchen von dieser türkischen Familie halt aufgenommen worden ist. Sie ist sich bewusst, dass sie Armenierin ist, dass sie christlich ist oder war und jetzt wurde sie halt zwangsislamisiert. Die Oma lebt auch nicht mehr und meine Freundin hier, sie hat auch so armenische Züge, also Gesichtszüge, also die Armenier haben so eine markante Nase, man merkt das sofort. Sie ist eine hübsche Frau, aber ich meine, man sieht ihr an, dass sie auch armenisches Blut hat. Möchtest du noch diese Sache da vorlesen oder was, die du da vorhattest und dann noch was auf türkisch sagen? Ja, das mache ich gleich, aber ich suche gleich noch dein Video. Das würde ich wirklich mal abhören lassen, wenn ich darf. Ja, okay, dann lass das noch abspielen. Du bist wie ein Wasserfall. Voll am Schießen, voll am Brettern. Danke. Also ich komme ja jetzt auch nicht jedes Mal hier live, deshalb wollte ich das jetzt alles, was ich so auf dem Herzen habe, wollte ich jetzt so loswerden, weil man weiß ja nie, ob man morgen noch am Leben ist. Ja, viele hier in dem Chat, die ganzen Geschwister fühlen dich und wissen, wovon du redest. Also man sieht das auch, wenn du Dinge sagst, wo die sehr begeistert sind von und genau das Gleiche auch wissen, was du da weißt. Ja, ich suche hier gerade, wo ist denn das Video? Ich habe hier so viele Videos, tut mir leid, ich habe hier so vieles, dass ich hier wirklich, ich habe hier so viele Notizen, Screenshots und alles. Ja, wenn ich eines Tages nicht mehr da sein sollte, Gülze, mach dann weiter. Sie ist meine Studentin. Du weißt ja, dass ich jetzt auch bei Facebook, Instagram wirklich alles teile, auch so privat, über WhatsApp, Leute, die ich so kenne aus der Gemeinde oder aus dem Hilfsverein, dass ich alles auch in unsere Gruppe poste, dass die Leute das auch kopieren und auch selber auch noch mal teilen. Das kommt halt auch vor. Alles natürlich durch deine Arbeit damit auch, dass du diese wundervolle Arbeit machst, die eigentlich die ganzen Christen, die ganzen Priester, die sich da so hinstellen und die sollen sich ja nicht hinter, die sollen sich ja nicht verstecken oder Angst haben, sondern sie sollen die Wahrheit aussprechen. Warum ist man dann noch Folge von Jesu Christi, wenn man die Wahrheit nicht ausspricht? Und die Jünger haben, wir sind ja eigentlich irgendwo auch die Jünger von Herrn Jesus Christus und die Jünger haben ja, die Aposteln haben ja auch die Wahrheit ausgesprochen. Ja. Und deshalb verstehe ich nicht, was dann noch der Sinn ist. Also einfach da vor sich hinsitzen und hier vor sich hin leben, das macht ja keinen Sinn. Wenn du siehst, dass irgendjemand im Finsternis wandelt und denkt, dass er da in der Wahrheit aber ist, dann muss man doch das Gespür dazu haben, dieses Verlangen, die Wahrheit auszusprechen. So ist das. Und wenn das nicht so ist, dann wundert mich das ehrlich gesagt. Dann stimmt da irgendwas nicht. Amen. Vor was soll man denn Angst haben? Also man wird so oder so irgendwann sterben. Man sollte lieber die Wahrheit ausgesprochen haben und ja, was geleistet haben im Leben und nicht einfach Tatenlos zugesehen. Tatenlos zugesehen. Ja. Und was uns von den Tieren unterscheidet, ist ja unser Verstand. Und Gefühle, Gespür haben Tiere auch. Wir müssen ja unser Verstand einsetzen und unsere Angst auch überwinden. Also der Tod ist sicher. So oder so. Deshalb braucht man sich da nicht selber so einzuschüchtern. Ich hatte doch vorhin das. Ach hier. Kleinen Moment. Ich komme gleich dazu. Ich hatte vorhin das. Ich habe jetzt zu schnell nach unten gespollt, glaube ich. Tut mir leid, Abit. Ich bin auch gerade, also ich hatte das Video vorhin und dann wollte ich wieder auf irgendein Zitat zurück, also wegen der Bundesregierung und alles. Da hatte ich so einen Screenshot, da wollte ich zurück. Deshalb bin ich wieder zurückgegangen und jetzt. Also wie du magst, wenn du möchtest. Ich wollte das Video abspielen, wo du das zeigst, wo Mohammed sagt, dass er lächelhaft. Ein Lächeln hat während der Türke, ja. Und das stand auch auf Arabisch und das hast du sehr schön dargestellt. Das geht auch nur zwei Minuten, also das ist jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so lang. Okay. Deshalb wollte ich halt, dass die Leute das auch auch mal hören, aber das finden die auch in deinen Videos. Hier habe ich das. Hier. Herr Jesus Christus sei Dank. Siehst du? Ja, Mensch. Jetzt habe ich das. So, kleinen Moment. Ich spiele das jetzt ab, ja? Ja. Er war der beste Mensch der Welt. Ja. Und dann kommen die Muslime, diese Euro-Brainboard-Muslime und sagen, Mohammed hat nie jemanden verletzt, oder? Er war der beste Mensch der Welt. Ja, das machen beste Menschen. Sie lächeln, während sie töten. Versteht ihr nicht, was ein Islam hier mal in die Branche bekommen hat? Ein Islam, der überhaupt gar nicht in den Islam zu hat. Ihr wurdet Gehirn gewaschen. Ibn Kathirin, Al-Bidayah wa-Nihaya, Band 3, Seite 199, Ali bin Ibrahim al-Hashim, die Jugend der Bani Kureyzer und Bani Nabil kamen zu den Gesandten Allahs und fragten, zu was er aufruft. Der Gesandte Allahs erwiderte mit La ilaha illallah, Mohammed al-As-Sulullah und dessen, was über mich in eurer Tora offenbart wurde und was über mich von euren Gelehrten überliefert wurde, dass ich von Mekka kommen werde, ein freier Mann. Ich werde mich dem Götzentuch abbetten, dem Alkohol. Ich werde die Geschäftmacherei lassen, dass ich der Siegel der Propheten sein werde. Ich werde das Schwert in die Schwertscheine und in die Brust einführen. Ich werde niemanden fürchten und ich werde lächeln, wenn ich töte. Siehst du das, was Mohammed als dein Vorbild macht und ihn weitergibt? Okay? Hey, verstehst du jetzt, wer Mohammed ist? Dass er der Boss des IS ist? Soll ich dir Bilder zeigen, wie IS Leute lächeln, wenn sie andere Menschen und Klöpfe abkennen? Möchtest du das? Jetzt kommt die erste schlaue Muslime um die Ecke, diese Melven-Nase an. Ich kann auch ins Internet was schreiben und euch die Gehirnwäsche verpassen. Liebe Melven, wenn das einfach nur ein Blödsinn wäre, was hier geschrieben steht, dann würden diese Leute keine Quellenangaben gehen, du Brainwash-Muslimer. Du Brainwash-Muslimer. Konntet ihr das hören? Ja. Ja. Ja, genau. Das wollte ich nämlich noch ansprechen, wie man überhaupt so jemanden als einen Propheten ansehen kann oder so jemanden folgen kann, der lächelt, wenn er tötet. Der 600 bis 800 Juden geköpft hat, Stamm-Khaibar, Kinder zwischen 10 bis 12 Jahren und die Frauen zu Sexsklaven gemacht hat, Safiya zum Beispiel, an demselben Abend, wo sein Mann da draußen stand, sein Sahabe und gesagt hat, oh Rasulallah, ich dachte, die Frau würde dir irgendwas antun, weil du hast ja einen Tag vorher ihren ganzen Stamm, ihren Mann getötet. Das ist der beste Mensch der Welt? Ja, das ist grauenhaft, grausam. Was meint denn immer mit der beste Mensch der Welt? Deswegen wundert mich das immer, was ist denn daran der beste Mensch der Welt? Was ist das? Dass man was sagen kann, wie kann man so verloren sein, wenn man so etwas hört und sieht, dass man anstatt, dass man Verstand einschaltet, sich hinsetzt und sich damit befasst, dass man anruft und versucht, dich irgendwie da fertig zu machen oder dich zu widerlegen. Ja. Möchtest du noch was auf wirklich sagen? Und ich frage mich manchmal, ob das so zehn-, zwölfjährige Kinder sind. Ja, ich weiß. Also auch das, was du vorhin angesprochen hattest, dass der wahrhaftige Gott, die von Mohammed sein Schlagader durchtrennt hat, das, was im Koran aufsteht, wo war das nochmal im Koran? Sura 69, Vers 44. 69, 44 bis 6, glaube ich, oder? Ja, richtig, genau. Genau. Genau, dass man, dass man sich mit sowas beschäftigt und nicht, wie kann ich jetzt den Amir da fertig machen? Es geht doch hier nicht um Amirs Person, Leute, ihr müsst ihn ja nicht mögen oder so etwas, es geht doch um die Wahrheit. Es kann doch niemanden, es interessiert doch niemanden, wer Amir ist oder ob ihr ihn mögt oder nicht mögt, es geht nicht um seine Person, es geht darum, sagt er die Wahrheit oder nicht? Dann solltet ihr euch doch beschäftigen. So sieht's aus, danke für deine herrlichen Worte. Mit Quellenangaben. Der Hauptgrund, warum ich auch den Islam verlassen habe, Leute, ist auch der Koran an sich, das habe ich ja vorhin auch, wo du ausgestiegen bist, Amir, wo du weg warst kurz, habe ich das auch erwähnt, weil der Koran in sich sich widerspricht. Auch vieles auch hier mit der Kreuzigung auch und dazu habe ich auch hier dazu habe ich auch, kleinen Moment, zu der Kreuzigung komme ich auch gleich, aber dazu habe ich noch was hier zum Beispiel. Hier steht ja hier steht zum Beispiel die Bibel und Koran sagen beide, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Bei der Geburt und bei der Geburt sagt ja der Koran, dass die Menschen vom Teufel angetastet worden sind. Außer von Herr Jesus, außer, also was heißt widerlegt, der Koran bestätigt, so rum, Entschuldigung, der Koran bestätigt, dass Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist, dass er der lebendige Gott ist. Wer außer Gott ist denn sündlos? Alle Menschen haben eine Sünde. Der eine lügt, der andere hat schon mal ein Herz gebrochen, der andere hat falsch ausgesagt oder hat hinter jemanden gelästert oder wie auch immer, hat boshaftige Gedanken gehabt. Das ist alles eine Sünde vor Gott. Die denkt irgendwie, Sünde ist nur, wenn ein Mensch ermordet wird oder weiß ich nicht, was in die Richtung geht. Aber nein, eine Sünde ist vor Gott, ist auch eine Sünde, wenn alleine schon, wenn du boshaftige Gedanken hast. Das ist auch eine Sünde. Und wer außer Gott ist denn sündlos? Wenn hier, wenn der Koran sagt, Herr Jesus Christus und Maria, Sarich al-Bukhari habe ich mir sogar hier notiert, dass beide sündlos sind oder eine sündlose Natur haben, das steht hier Suda Mariam in 19, Vers 19. Suda 19, Vers 19, genau. Und dass Mohammed ein Sünder war, das habe ich übrigens von einem jungen, jungen Aramäer, der selber von einer christlichen Familie kommt, der macht auch so, wie du auch, ist so ein YouTuber, der macht auch viel mit Hakika TV, die machen auch so, auch gute Videos auch. Und der hat es da hier auch angesprochen und genauso war das auch bei mir, dass er auch bestätigt bekommen hat durch Koran, dass Herr Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist. Und hier, das steht ja auch hier, dass Mohammed ein Sünder war zu der 47 und zu der 48. Sehr gut, ja. Alleine schon, wenn ihr diese zwei Personen vergleichen tut, was man, finde ich, diese zwei Personen kann man gar nicht vergleichen. Kann man nicht. Hier ist auch das Buch von Marc Agadriel, Jesus und Mohammed, wo ich, wie gesagt, euch trotzdem empfehlen zu lesen, weil dann habt ihr diesen Vergleich auch vor Augen. Mohammed war ein Sünder und Herr Jesus Christus war ein Sündloser, laut Koran, laut eurem Koran. Also, wen folgt man denn als ein Mensch mit Verstand und etwas Gehirn? Man muss ja jetzt kein Einstein sein. Dann folge ich doch einem Sündlosen. Und den Konsens, und schau mal, der Konsens der Gelehrten ist, dass sie uns hier anlügen und sagen, Mohammed war ein Sündloser, er war der beste Mensch der Welt, der den Leuten empfohlen hat, Kamelurin zu trinken. Der war ein Prophet. Wie kann, wenn du heute zu einem Biologen, wenn ich heute in der Universität zum Professor gehe und ihn frage, ob es medizinisch gesehen heilen tut, wenn man Kamelurin trinkt, weißt du, wie der mich anschauen würde? Und hier habe ich auch noch, hier habe ich zum Beispiel die vier Unterschiede. Das Gnade von Gott gegenüber Maria und dem Herrn ersprach, dass Herr Jesus Christus in der Diege gesprochen hat. Das steht ja auch im Koran, Sude 19, Vers 9, 21 bis 30 und Herr Jesus Christus sprach in der Diege, ich bin der Bote Allahs und er hat mir das Buch gegeben, also das Evangelium. Dieses Wunder sehen wir nur, also dieses Wunder sehen wir nur bei Jesus Christus. Ich habe mir wirklich alles hier so aufgeschrieben und wie ich dich, das haben die übrigens vom Thomas-Evangelium geklaut und das ist ja nicht wahrhaftig, das Thomas-Evangelium. Das ist eine Fälschung. Das ist ein glückliches Werk. Ja, das hat auch Professor Dr. Roger Libby auch angesprochen, aber es geht mir nur darum, wie der Koran Herr Jesus Christus darstellt und wie er Mohammed darstellt. Deshalb würde ich das gerne mal vorlesen wollen. Und wie ich dich, und wie ich dich die Schrift und die Weisheit lehrte und die Tora und das Evangelium und wie du mit meiner Erlaubnis aus Ton bildest, wie die Vogel aussah, wie die Vogel aussah, du hauchtest in dein Atem ein, ich kann meinen eigenen Schrift hier nicht mehr lesen, weil ich so schnell geschrieben habe wahrscheinlich, und es wurde mit meiner Erlaubnis zu wirklichen Vögeln und wie du mit meiner Erlaubnis die Blinden und die Aussätzigen heiltest, das stimmt ja wirklich, Herr Jesus Christus hat ja die Blinden und Aussätzigen geheilt, wie du mit meiner Erlaubnis die Toten erwecktest. So etwas finden wir nur bei Herr Jesus Christus. Wenn er denn nur ein Prophet ist, Amen, wenn er denn nur ein Prophet ist, welcher anderer Prophet hat denn solche Wunder? Kein einziger. Kein einziger. Hatte Mohammed so ein Wunder? Nein, der hat das Wunder von Kot und Urin. Seine Pipi und sein Kacker waren heilig und voll wundervoll, wunderschön. Also ich würde nutzen, abschließend zum Vergleich. Wir sehen vier Wunder über Jesus Christus, die an keiner Stelle über Mohammed im Koran, Leute, aus eurem Koran, nicht zu finden sind. Erstens, Herr Jesus Christus hat Tote lebendig gemacht. Zweitens, er hat Blinde sehend gemacht. Drittens, er hat Aussätzige geheilt. Viertens, er sprach in der Liege. Und also, Herr Jesus Christus hatte schöpferische Fähigkeiten. Warum hat dann Allah Mohammed nicht mit seiner Erlaubnis Tote erwecken lassen, als seine Tochter gestorben ist, wo er geweint hat? Zum Beispiel. Ja, die Kinder von Mohammed hat er alle verrecken lassen und, äh, und, ähm, Und nochmals, Armin, ganz kurz, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Hier zum Beispiel bestätigt der Koran, dass Herr Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist, weil er, weil er Wort, also das, das lese ich kurz hier mal vor, das ist nur so ein kurzer Abschnitt, wahrlich der Messias, Jesus Sohn der Maria ist nur Gesandte Allahs und sein Wort, dass er Maria entboten hat und von seinem Geist, also Wort Allahs und ein Geist von ihm. Wie geht das dann, dass er nur ein Gesandter ist? Weil in Surah 3, Allah hat, in Surah 3 steht ja, Allah hat durch sein Wort, durch sein Wort die Welt geschaffen. Und hey, und hier steht ja oben, ist nur der Gesandte Allahs und sein Wort. Also ist Herr Jesus Christus Gott selber. Damit ist es ja anstrengend. Genau, und jetzt komme ich auch zum Schluss. Jetzt würde ich gerne auch sein Buch vorlesen. Jetzt kommst du zum Schluss. Danke für das. Du hast einfach mit Maschinengewehr alles zertrümmert. Und hier steht du achtest du auch noch an. Die hat einfach ganze Livestream übernommen. Gott segne dich, Gott segne dich, Gott segne dich, ehrlich. Du bist eine, eine, eine Dings. AK 47. Dopp, 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 dopp. Ja, es geht mir einfach darum, dass alles, was mir aus, wie gesagt, aus, ähm, im Herzen hier liegt, das auszusprechen, weil man weiß ja nicht, ob man morgen noch, ähm, lebt. Keiner weiß, keiner weiß es ja deshalb. Aber du bist der lebendige Beweis dafür, dass Leute, die Gehirn haben, aus dem Islam austreten. Amen. Du bist der lebendige Beweis, dass diejenigen, die Gehirn haben, aus dem Islam austreten. Und das würde ich auch noch gerne hier zu Ende, mit dem Abschnitt hier zu Ende bringen. Jesus Christus ist nicht des natürlichen Todes gestorben, das ist alles weiterhin aus dem Koran, Leute. Wie Mohammed, äh, sein Grab gibt ja Zeugnis davon, sondern Herr Jesus Christus ist in den Himmel empor gehoben. Sure 4 Vers 158. Seine Geburt, sein Leben und sein Tod waren ein Wunder. Hat Mohammed so ein Wunder? Und jetzt, denkt mal darüber nach, vergleicht mal diese zwei Personen, obwohl man das, äh, das ist ja wie Himmel und Hölle, aber alleine schon das müsste doch ausreichen, dass ihr heute den Islam verlässt. Ja. Was, was für Beweise wollt ihr denn noch? Das, das verstehe ich nicht. Und dann geht es halt auch weiter, dass die, äh, Christen Leid, äh, für die Verherrlichung Gottes, ähm, durchmachen werden in Johannes 9, 1, aber das alles, äh, kann ich, glaube ich, jetzt, ähm, weglassen. Ich will jetzt auch nicht, äh, ich glaube, das ist jetzt schon lang genug auch geworden, dass ich das jetzt... Nein, rede ruhig. Gül, kein Problem. Wir haben, wir haben Zeit bis morgen, das ist kein Problem. Also hier geht es jetzt, äh, Armin, die Frage an dich. Also, wenn ich jetzt... Du bist so, äh, du bist die Heftigste, Herrlich, ey. Boah, du bist wirklich, du bist wirklich wie eine Dings, ne, wie eine Bazooka. Einfach alles vernichtet, ey. Du bist von Politik zu Theologie und von Geschichte einmal rumgegangen. Ja, genau. Also Leute, und... Boah, Heftig, ey. als ich mich an Jesus Christus angenommen habe und ich muss dazu erwähnen, ähm, das kann nur durch Gottes Hand sein, wirklich. Also ich habe im Mai, habe ich den, meinen Flug nach Israel gebucht gehabt, mit meiner Freundin. Und damals, äh, kannte ich die Videos und, äh, die Seite von Armin gar nicht. Also bin zu dem Ganzen gar nicht gekommen gewesen. Und hab, die hat halt mein Ticket gebucht gehabt im Mai und im Juli oder August war das, glaube ich, Armin, als nachdem ich dich deinen Livestream hier angeschaut habe, dich angeschrieben habe, über, ähm, TikTok und Instagram, war, glaube ich, so im Juli, oder? Ich müsste, ich müsste mal nachschauen. Irgendwie sowas, ja, genau. Aber jedenfalls, als wäre das schon von Gott geplant, ne? Und dann, äh, ja, kam ich halt, äh, zu Herrn Jesus Christus und dachte, okay, wenn ich jetzt schon nach Israel fliege, lasse ich mich da taufen, in der Markuskirche, das ist die älteste Kirche, die älteste Kirche, die Markuskirche ist eine aramäische Kirche, und dann habe ich zusätzlich noch im Jordan getauft. Heftig. Im Jordan hat sie sich taufen lassen, heftig, ne? Hat den Herrn angenommen, ist nach Israel geflogen, hat sich im Jordan taufen lassen. Ja, heftig. Was der Herr macht, ne? Alle Ehre gebührt den Herrn Jesus Christus, dass er mir das alles überhaupt, ähm, heftig, ihr Lieben, wie, wie krass, ne? Wie der Herr arbeitet, ne? Durch die Videos, durch euch alle, ne? Es ist unglaublich, ne? Und ich will euch das nur ans Herz legen, es ist wirklich eine Befreiung, es ist ein sehr schönes, es ist ein sehr schönes Gefühl, es ist eine Befreiung, die Angst, die Angst geht einem irgendwie, wird so entzogen, das kann man wirklich so beschreiben. Wiedergeburt. Man hat keine Angst mehr vor dem Tod, man fühlt sich sicher, man spürt den lebendigen Gott. Nicht, dass er jetzt vor dir steht und sagt, hallo, ich bin jetzt der Jesus Christus, sondern man spürt ihn halt. Und auch diese Liebe und Gnade und auch die Angst wird einem entzogen. Also wer das nicht spürt, und ja, dann weiß ich halt auch nicht. Weißt du, ich muss ja gerade darüber nachdenken, wie phänomenal der Herr Jesus Christus ist, dass der uns alle so benutzt und ich dann auf einmal so Videos mache, du dir sie anguckst und dir Gedanken machst und dich bestätigen lässt. Amen. Du auf einmal den Islam ablegst, den Herrn annimmst, ihn nach Israel fliegst, dich dort taufen lässt und das ist für mich so heftig. Das ist für mich so krass. Und Leute, ich muss dazu sagen, ich war schon, ich weiß nicht, ob ich mich so beschreiben könnte, aber ich war schon so ein Mädchen, die so, ich war eine fromme Muslime. Also ich habe wirklich gesagt, 12 oder 13 bin, habe ich gefastet gehabt und abdem ich 19 war, habe ich fünfmal am Tag gebetet. Wenn ich es mal nicht geschafft habe, dann nach der Uni oder nach dem Krankenhaus, wenn ich von der Arbeit zurück war, habe ich immer versucht, das einzuhalten. Ich kannte das halt nur so, ich habe im Herzen immer an den wahrhaftigen Gott geglaubt und dachte, es stimmt etwas mit den Muslimen nicht, aber ich muss ja irgendwie eine Beziehung zu Gott haben. Und ich war, und ihr müsst euch das mal vorstellen, und ich habe das alles abgelegt, alles weg. Wenn man Herrn Jesus Christus mit dem Herzen annimmt und die wahrhaftige Liebe spürt und seine Gnade, dann fällt das alles automatisch weg. Halleluja, Halleluja. Und auch die Angst in einem Ende. Also deshalb, der Tod ist sicher und unsere Seele ist wichtig und deshalb sollt ihr keine Angst haben oder euch vor euren Familien irgendwie einschüchtern lassen, weil eure Familie wird nicht bei euch sein, wenn ihr von Herrn Jesus Christus steht. Da wird Rechenschaft abgegeben. Herr Jesus Christus ist auch Liebe, Gnade, aber er kann auch zornig sein. Das sehen wir auch in der Tora, im Alten Testament. Er ist auch ein Gott, der richtet. Und jeder wird mit seinen Taten vor ihm stehen. Amen. Von was wollt ihr dann noch, was kann denn da eine größere Angst euch einjagen? Einjagen als das. Okay, also Ami, dann würde ich jetzt zu dem Buch von Asha-Louis Mardigian kommen. Es gibt auch ein Museum in Israel, im armenischen Quartier. Das heißt auch Mardigian Museum, da war ich auch. Und auch in dem Genozid-Museum in Cicernatapert. Entschuldigung an die armenischen Geschwister hier, wenn ich das jetzt falsch ausspreche, in Armenien, da war ich auch zweimal. Und da findet man auch die Geschichte über diese Frau, weil sie ein lebendes Zeugnis ist, weil sie ein Zeugnis abgelegt hat über den Genozid. Weil ihre ganze Familie wurde vor ihren Augen ermordet und sie wurde als Sexsklavin verkauft an einen türkischen Sapti. Und er wollte sie an seinen Sohn, ja, also für seinen Sohn hat er sie gekauft und aus dem Sexmarkt. Und dann wurde sie halt entführt nach Amerika durch einen Hirte, durch einen armenischen Hirte des Sapti. Und hat dann Zeugnis darüber abgelegt. Und aus ihrem Buch würde ich jetzt gerne einen Abschnitt vorlesen. Aber jetzt zum Anfang würde ich euch gerne mal vorlesen, was die hier, ja, ein Zeitzeugenbericht vom Völkermord an den Armeniern 1915, sprich 1916. Also, der Völkermord an den Armeniern wurde vom Innenminister 1914, ich glaube im August müsste das gewesen, August 1914, festgelegt. oder, ja, anerkannt. Nee, das war geheim. Also es wurde gesprochen im Parlament und dann kamen die ganzen Schriften, kamen ja dann raus. Es wurde festgelegt 1914 und ab April 1915 wurde das dann durch vollzogen. Sodass die Elite, am 24. April 1915, wurde die Elite der Armeniern, also wenn man sich einen Menschen vorstellt, der Gliedmaßen hat und einen Kopf, ein Gehirn hat und das Gehirn wurde von den Armeniern am 24. April 1914 quasi ausgeschaltet. Die Elite der Armenier waren in Konstantinopel. Das waren alles Akademiker, Theologen, Schriftsteller, Rechtsanwälte, Menschenrechtler, wie einer von ihnen unter ihnen, das waren über 300 Menschen und einer von ihnen war Komitas, Sogomon Sogomonian, der war aus Kirschir. Kirschir, ja. Da war ich auch. Da war ich auch mal Kirschir. Genau, und er wurde, er war einer von denen, die festgenommen wurden in Konstantinopel und die nach Chancre deportiert und dort halt ermordet wurden. Und er war einer von ihnen und er wurde durch die internationale Kräfte, wurde er freigelassen, kam dann ins Ausland, aber er hat geistig und mental, hat er seine Gesundheit verloren, durch diese ganzen Misshandlungen. Und er konnte nicht mehr dichten, er konnte nichts mehr schreiben, er war quasi der Schöpfer der musik, wenn man das so sagen darf. Er ist unantastbar, der Komitas. Und genau, und hier wurde die Elite der Armenier, also das Gehirn, ausgeschaltet, wenn man das so sagen kann oder sagen darf. Und hinterher wurden die Armenier in Anatolien, also in Westarmenien, in Chorum, in Yozgat. Yozgat ist zum Beispiel eine Stadt in Anatolien, mitten in Anatolien, und Yozgat haben die Armenier gegründet. Das wissen heute so wenige, das weiß kaum einer. Yozgat kann man wirklich gleichsetzen mit Auschwitz. Da wurden die Menschen mit Äxten, mit Waffen, mit Äxten, alles was man in die Hand sozusagen ergriffen hat, wurden diese Menschen damit ermordet. Die armenischen Mädchen wurden verschleppt, durch SEX-Sklaven gemacht, verkauft, etc. Und die Männer wurden entweder vor Ort ermordet oder deportiert in einem anderen Gebiet und dann dort halt ermordet. Viele Kinder wurden zum Beispiel in die Kämmer-Schlucht auch geschubst. Ich weiß, aus einer Kurdin aus Musaibin, sie hat mir mal erzählt, als ich die medizinische Akademie besucht habe, 2017 war das, hat sie mir erzählt, dass ihre Großeltern berichtet haben, dass sie damals, als sie Kinder waren, mitbekommen haben. Das wird ja in der Familie immer so weitererzählt und weitergegeben, dass es gab auch, die Kurden waren am Genozid auch beteiligt, aber sie sind ja auch sunnitisch, also Muslime, aber viele Kurden haben den Armeniern auch das Leben gerettet, das muss man auch sagen. Und ihre Großoma soll wohl erzählt haben, dass wie die armenischen Kinder, wie sie in die Schlucht geschubst worden sind oder wie man halb verhungerte Kinder auf den Straßen gefunden hat und Mitleid mit ihnen hatte und sie zu Hause bei sich versteckt hatte. Und das kann man auch so als lebendige Zeitzeugenaussage auch sehen, wie hier Madigian, Ascha-Louis Madigian und sie sagt hier, ich widme mein Buch allen Müttern und Vätern hier in den Vereinigten Staaten, die eine Tochter im Glauben an Gott erzogen haben. Ich habe mit angesehen, wie meine Mutter, bevor man ihre Leiche achtlos in die Wüste warf, ihrem Geist aushauchte, weil sie mich gelehrt hatte, dass Jesus Christus mein Erlöser ist. Ich musste erleben, dass mein Vater gewaltsam starb, weil er mir, seinem kleinen Mädchen, empfahl, Vertraue auf den Herrn, sein Wille geschehe. Ich erlebte, wie Tausende und Abertausende von ihren Müttern zärtlich geliebte Töchter durch die Peitsche, das Messer oder unter den Qualen von Hungern und Durst sterben mussten oder in die Sklaverei gezwungen wurden, weil sie in Christus ihren König sahen und dem Christentum treu bleiben wollten. Gott hat mich gerettet, damit ich im Namen aller überlebenden Angehörigen meines Volkes eine Botschaft nach Amerika bringen konnte. Und jeder Vater, jede Mutter wird spüren, dass alles, wovon ich auf den kommenden Seiten Zeugnis ablege, aus tiefer Überzeugung und Dankbarkeit dem gegenüber, der mich gerettet hat, berichtet wurde. Aschalius Mahdigya, New York City, Dezember 1918. Das heißt, diese Menschen wurden ermordet, Amir, weil sie an Herrn Jesus Christus geglaubt haben, weil die Jungtürken, weil die Jungtürken der Meinung waren, dass man die Kurden, weil sie ja muslimisch waren, dass man sie durch den Islam halt integrieren oder türkisieren kann, aber dass es bei den Christen nicht möglich ist, weil sie einen festen Glauben an Herrn Jesus Christus haben und ihre Kultur, ihre Sprache hängt ja alles, die Griechen zum Beispiel haben ja, bei den Griechen ist ja ihre Sprache ist ja automatisch auch mit dem Christentum auch verbunden. Ich glaube sogar, dass das Neue Testament im Original auf Griechisch geschrieben wurde, wenn ich mich nicht täusche. Also das war der Grund, warum die Jungtürkische Regierung beschlossen hat, die Christen ja auszulöschen, weil sie sich gedacht haben, dass diese Menschen nicht integrierbar sind durch ihre Religion, durch ihren Glauben an den Jesus Christus und die Kurden wurden halt zwangstürkisiert und heute sehen wir allerdings, dass die Kurden desto trotz auch, obwohl sie Muslime sind, unterdrückt werden, weil sie eben, es war ja verboten, bis Kurdisch zu sprechen, es wurden ja Strafen ausgehängt, wenn man jemanden erwischt hat, der Kurdisch gesprochen hat, dass sie Geldstrafe zahlen müssen oder dass sie misshandelt wurden, dass sie in den Gefängnissen sind. wie so ein NS-Regime, aber halt in Türkei oder was. Ja, die Jungtürken haben ja auch mit der NS-Regime zusammengearbeitet, da findet man ja auch Bilder dazu. Der Hitler hat ja Mustafa Kemal als ein Idol gesehen, der hat ja im Parlament gesagt, wer erinnert sich schon an die Armenier. Ja, da waren die, so ist es, wenn man ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder ein Kriegsverbrechen, wenn man das nicht anerkennt oder das urteilt, das ist die Folge, dass ein weiteres Verbrechen begangen wird, weil die Deutschen gesehen haben, okay, keiner erinnert sich an die Armenier, da wurde, es ist untergegangen, also können wir das hier uns als Beispiel nehmen, auch mit Hammelwagen, dass man Menschen mit Viehzuchtwagen deportiert, das haben die ja auch von den Jungtürken, das haben sie ja auch gemacht, dass sie die Christen mit Viehzuchtwagen, 100 Menschen in so einem Wagen, muss man sich mal vorstellen, als Beispiel jetzt. Wie so ein Schweinetransporter, ne? Ja, wie so. Lies weiter. Das haben die Deutschen ja auch mit den Juden hier auch gemacht. Lies bitte weiter. Genau, und hier der Ruf des Schäfers, das ist das 13. Kapitel aus dem Buch, das findet ihr auch im Internet, könnt ihr euch bestellen. Früh am Morgen liegt, das sind 10 Seiten, aber Armin. Ja, dann lass uns das bitte auf einen anderen, vielleicht heute Abend oder morgen dann verschieben, dann kannst du das nochmal vorlesen. Weil mein Akku geht jetzt auch in den Moment leer, das ist auch ein Problem. Wie bitte? Du hast so viel geredet, dass du mein Akku komplett zerbombt hast. Ich will nur mal hier den Abschnitt lesen, Armin, wenn ich darf. Das ist wirklich, das ist jetzt kürzer. Ich habe euch ja den Einblick schon gegeben, um was es geht. Also hier geht es weiter. Draußen wartet da in Araba, Araba heißt auf türkisch Auto. Auto, ja, ich weiß. Ich weiß nicht, warum es hier im türkischen geschrieben wird. Araba bedeutet Auto. Genau, also ich, oben drüber steht, ich kostete eine Medjidia 85 Cent in amerikanische Währung. Also man hat sie für 85 Cent gekauft. Dann geht es weiter. Die beiden Mädchen und ich wurden hineingesetzt. Wir fuhren aus der Stadt heraus zu einem Landhaus, das Cevdet Bedewali von Wan besetzt hatte. Wir wurden sofort in den Harem gebracht. Harem, Leute, das ist, was die Muslime machen, also was ein Harem ist im Osmanischen Reich. Harem, ja, Harem, ja. Indem wir, das ist typisch muslimisch, dieses Haremkult, indem wir eine Reihe anderer Armenierinnen antrafen. Bevor es Abend wurde, kam der Kalfa, der oberste Diener, zu uns und fragte uns alle nacheinander, ob wir willens seien, Mohammedanerinnen zu werden. Er erklärte, und nur diejenigen könnten von Cevdet Bede diesem einflussreichen Mann aufgenommen, verpflegt und der Ehre seiner Obwut anheimgegeben werden, die freiwillig den Glauben des Islam annehmen. Obwohl er grausam und aufgrund seiner Untaten der skrupellose Stalatürken war, wünschte Cevdet Bede, dass uns das erklärt wurde, denn er wollte sich an die Vorschriften der Fatwa. Ein Fatwa ist ursprünglich juristischer Rat. Stellungnahme oder Empfehlung einer Spezialisten der islamischen Rechtsprechung. Halten laut der Versklavung armenischer oder anderer christlicher Mädchen nur zulässig ist, wenn sie Mohammedanerinnen geworden sind. Siehst du das, Amir? Sie wurden erst, also es geht noch abartiger, sie werden zu SEX-Sklaven und sie dürfen nur gekauft werden, wenn sie Mohammedanerinnen werden. Sonst dürfen die Moslems, die also mit ihnen keinen Geschlechtsverkehr haben. Abartig. Ich wusste, was Kalfer mit mir tun würde, wenn ich mich weigerte. Ich fürchtete, man würde mich töten oder in einem Bordell als Sklavin gefangen halten. Das hat ja ein Genozid-Mitverantwortlicher, der hier auch in Deutschland erschossen wurde, der hat das ja gemacht. Er hat ja in Tamsin ein Bordell aufgemacht, wo er armenische Mädchen verkauft hat. Aber dennoch konnte ich mich nicht dazu Christus zu verleugnen. Schon so lange war ich ihm treu geblieben. Im Gebet fragte ich ihn, was ich tun solle. Und er antwortete mir ebenso klar und direkt wie damals, als ich draußen in den Felsen von Diyarbakir drauf und dran war, mich mit dem Messer zu erstechen. Es war mir, als sehe ich Pater Ropen, unser Priester von mir, sogar seine Hand spürte ich wieder auf meiner Schulter. Genau wie damals, als er zu mir sagte, vertraue immer auf Gott und bleibe ihm treu. Weil der Herr sagt mir, wir sollen seinen Namen nicht verleugnen, weil sonst wird er uns vor seinen Vater auch verleugnen. Ich sagte dem Kalfer, ich könne Christus nicht verleugnen. Auch eines der anderen Mädchen, die mit mir zusammen hierher gebracht worden waren, weigerte sich, seine Religion aufzugeben. Selbst wenn es damit sein Leben aufs Spiel setzte. Das dritte Mädchen hatte schon so viel erlitten, dass es ihm das Herz gebrochen hatte. Es gab nach. Der Kalfer ist in einen anderen Raum. Kurz darauf wurden wir, die sich der Bekehrung widersetzt, abgeholt, in verschiedene Arabas, also Autos gesetzt und weggefahren. Was mit dem anderen Mädchen geschah, weiß ich nicht. Ich wurde zum Haus von Ahmed Bey gebracht, einem wohlhabenden Bürger von Musch, als Geschenksendung von Jevdet Bey. Die Mädchen werden da hin und her verkauft, verschenkt. Nie werde ich vergessen, wie niedergeschlagig war, als ich den Inhof von Ahmed Beys Anwesen betrat. Seit meiner Vertreibung war ich schon zweimal als Gefangene in die Häuser von Türken geraten und ihrer Willkür ausgeliefert gewesen. Aber diesmal überließen mich die schlimmsten Vorahnungen. Vielleicht lag es daran, dass Ahmeds Anwesen ganz verlassen außerhalb der Stadt in einer weiten Ebene lag. So wie man sich ein Gefängnis vorstellt. Die anderen 24 Mädchen im Harem hatten alle ihre eigenen qualvollen Erlebnisse zu verarbeiten, manche noch schrecklichere als ich. Ahmed Bey selbst war sehr alt, dennoch waren einige der 24 Mädchen gezwungen worden, sich ihm hinzugeben. Die anderen teilten sich seine Söhne. An den jungen Frauen selbst schien Ahmed weniger interessant zu sein als an den Kindern, die seine Söhne mit ihnen zeugen sollten. Kinder, in denen sich das Blut der noblen armenischen Rasse mit dem des kühnen Türken mischen sollte. so würde so würde das Blut seiner Nachkommen aufgefrischt und seiner Familie vor dem Ausstreben bewahrt. Diese Harems Leute haben die Osmanen damals gehabt und hatten dort nur christliche Frauen, also SEX-Sklaven, mit denen sie einen Geburten-Dschihad gemacht haben, um sich auszuweiten. Die Osmanen standen hier vor Wien. und die ganzen SEX-Sklaven der Osmanischen Pashas waren christliche Frauen. Das könnt ihr auch selber recherchieren, googeln, findet ihr alles heraus. Und so hat sich das Osmanische Reich ausgeweitet. Die Yannitscharen zum Beispiel waren christliche Kinder, Knaben. Die Osmanen haben in den Balkanen in den christlichen Ländern Kriege geführt, haben ihre Kinder, die Familien ermordet, die Kinder verschleppt und muslimische Krieger erzogen, mit denen sie dann später christliche Länder weiterhin angegriffen, erobert haben. Und was zum Beispiel diese Frau Anissa Armani, was sie da anspricht, wo ich mich frage, auch so wie so eine deutsche Politikerin da, wo ich mich frage, wo hat sie hier hingelassen? Sehr, sehr schrecklich ihr zuzuhören. Wenn sie da sagt, mit den Kreuzzügen, die Kreuzzüge waren eine Selbstverteidigung gegenüber der Expansionspolitik oder Expansionskrieg der Muslime. Was sollen denn die Menschen machen? Das ist ja genau wie in Armenien heute. Sollen die Armenier dort sitzen und warten, bis sie da abgeschlachtet werden? Dass man so eine Aussage tätigt, diese Frau. Gülsen, lass uns das mal bitte verschieben auf das nächste Mal. machen wir so einen zweiten Teil, weil das wird viel zu viel die Leute du hast ihr Gehirn gerade schön reingemacht. Also ich wollte eigentlich noch so was kurzes ansprechen. Kurzes ansprechen? Dein kurz, ich kenne dein kurzes. Nein, das ist jetzt kurz, Armin. ich mache nur eine Erklärung auf türkisch. Die ist die heftigste, ehrlich. Das ist scheiße. Zu dem ganzen, was ich hier vorlesen wollte, zum Vergleich ist es jetzt wirklich kurz. Und zwar hier, was überhaupt ein, was Ich muss mal ein bisschen die Tür aufmachen, ich kriege gleich keine Luft mehr, es ist so warm hier drin, mein Gott. Was euer Dr. Scheer alles auf sich nehmen muss, ne? Setz dich gefahren aus, muss mal hier, Kalaschnikop. Ich gehe kaputt. Erzähl weiter, Gün. Also das ist hier, das ist wirklich zum, was das, was ich vorlese, wollte, zu vergleich das ist auch türkisch und damit möchte ich auch die türkischen mit Menschen hier ansprechen. Das ist auch symbol von Tessa Hofmann, takibat, teşkil und imha Osmanlı imparatorluğunda 1912-1922 yıllar arasında Hristiyanlern anliek yaptırımlar. Soykırımdan anladığımız şey bir ulusun ve etnik bir grubun yok edilmesidir. Genel olarak söylemek gerekirse bir ulusun tüm fertlerinin ödürülmesinin hedeflenmesini soykırım olarak adlandırırken bu yok etme hedefi hemen anında imha edilmesi anlamına gelmez mutlaka. Soykırım bazen bir grubun yaşam koşullarını ortadan kaldırmaya dönük koordineli bir planla onların uzun vadede kendiliğinden imha olmasını ifade eder. Bu tarz bir planın hedefi ulusal grupların kültürününün, dilinin, ulusal duygularının, dininin ve ekonomik varlığının siyasi ve sosyal olarak ortadan kaldırılmasının yanı sıra kişisel özgürlüğünü, güvenliğini, onurunu ve hatta kimliklerini yok etmektir. Soykırım ulusal gruba asli unsur olarak yönelirken bunun eylemliliği kişilerin kişisel özelliklerini değil daha çok ulusal grubun mensubu olma özelliklerini hedef alır. Soykırım iki aşamada gerçekleşir. Bunlardan bir ezilen grubun ulusal modelinin bu dayatma kalmasına izin verilmiş ahaliye uygulanabildiği gibi bazen de yerli halkı uzaklaştırıldıktan sonra ezel ulusun fertlerinin iskaniyle sömürgeleştirilecek bölgeye dönük olabilir. Rafael Lemkin Axis Rule in Occupied Europe 1944 sayfa 79 Buradan bunu okuyabilirsiniz. Soykırım bir ulusun bir milletin yok edilmesidir arkadaşlar ve Ermeni Hristiyanlar Ermeniler Yunanılar başta olmak üzere Süryaniler bugünkü Türkiye coğrafyasında yok edilmiştir. Hristiyan bir coğrafyadan bahsediyoruz. Soykırımın manası budur. Almanca anlamayanlar için söylüyorum. Profesör Taner Akçam'ın kitapları var. Soykırımın kısa bir tarihi bunu alıp okuyabilirsiniz. Rab İsa Mesih'i okuyun. İncil'i mutlaka açıp okuyun. İslam'ın yalan muhamidin Ich danke dir herzlich, Amir, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, dass ich das hier heute alles ansprechen konnte. Es war noch mehr geplant. Es war eigentlich noch mehr geplant, aber ja. Das reicht erstmal für heute. Ich glaube, das war schon ein sehr, sehr harter Tobak und sehr, sehr gut ausgeführt. Ich denke, dass du das größte Gehirn von allen Konvertiten hast, glaube ich, gehabt. Und die beste Ausführung, ich sag's dir. Merkt ihr, wenn jemand sich auf jeden Fall hingesetzt hat und dem Ganzen nachgegangen ist, was dann auf einmal rauskommt? Und jetzt vergleicht das mal mit diesem hier, den einen Russen, der diese Quatsch-Aussagen tätigt. Schaut euch das bitte an. Oder irgendeinen anderen Konvertit, merkt ihr? Also wenn ihr Interesse habt oder deine Zuhörer, Zuhörerinnen, kann ich morgen oder irgendwann noch, wenn die Gelegenheit wieder da ist, dass ich von Aschalus Mardigyan das Buch zu Ende lese, was sie da erlebt hat. Das ist nur ein Kapitel davon, von dem ganzen Buch. Ich würde euch wirklich empfehlen, das Buch zu bestellen und zu lesen. Wie heißt das Buch? Aschalus Mardigyan. Ich kann dir das gleich mal schreiben als Kommentar, auch mit den anderen zwei Links, mit den Spenden. Dann kannst du das für deine Follower und Followerinnen, kannst du das nochmal anschauen. Ist das türkisch oder ist das auf deutsch? Nein, das ist auf deutsch. Das ist das, was ich vorhin vorgelesen habe, von der Armenierin, die versklavt wurde. Achso, okay. Ich wollte eigentlich, ehrlich gesagt, das lag mir sehr am Herzen, dass ich noch auf türkisch unseren Aufruf von der SKD noch vorlese. Solkrim Kaschit Varderne, der Verein der Völkermordgegner von der VRTM. Mit ihr bin ich auch zum 24. April in Armenien gewesen, zum Genozid-Gedenktag. Heftig. Wie du dich einsetzt auch dafür. Du stehst da überall und setzt dein Leben ein für die Armenier und alles. Das ist so heftig. Mit Gesicht, mit allem. Die hält richtige Vorträge, Leute. Das, was sie gerade hier macht, das macht sie auch in der Öffentlichkeit. Sie ist nicht so eine Heuchlerin oder sowas. Sie stellt sich da hin und macht richtige Vorträge vor den ganzen Leuten. Bundespräsident Steinmeier guckt ihre Dings, ihre Status. Das müsst ihr euch mal geben. Bundespräsident Steinmeier. Alles Dank durch den Herrn, Armin. Unglaublich. Alle Ehre gebührt ihm. Und ich möchte das nochmal erwähnen für die türkischen Mitmenschen hier, dass die Seite, würde ich wirklich empfehlen, von Verein der Völkermordgegner. Das ist ein Verein im Frankfurter Main. Solkrim Kaschit Varderne. Die könnt ihr auch über Facebook, über Instagram, über Internet, könnt ihr über die recherchieren. Es ist ein türkischer Verein und die Mitglieder, die das gegründet haben, stammen auch aus der Türkei. Die sind nicht hier in Europa geboren und aufgewachsen, sondern die sind aus der Türkei. Die sind hierher gewandert, weil sie eben dort politisch verfolgt worden sind durch ihre Arbeit. Durch die Arbeit, dass sie sich dafür eingesetzt haben, dass der Genozid in der Türkei anerkannt wird. Und da habe ich eigentlich, ich weiß nicht, ob das ist nur eine Seite, Amir, aber das geht auch ganz schnell eigentlich. Könnte ich das vielleicht noch vorlesen? Ja, okay, das darfst du auch noch vorlesen. Danke dir. Da eile ich mein Akku, der geht gleich leer. Okay. Du musst dich beeilen. Ich versuche schnell vorzulesen. Die ist sehr heftig, sehr ehrlich. Ja, okay. Und die Menschen auf das Gegründet, das Herrkert und die Staatskirchen, auch da er zum Beispiel davon aus der Türkei gegründet hat. maruz kalıyor. Bu Azerbaycan'ın güpegündüz girişliği etnik yok etme ve soykırımla başka bir şey değildir. Arsah'ın tüm nüfusu soğuk hava koşullarında elektrik, iletişim, yiyecek bir ısınma olmadan bodrumlarda yaşamaya devam ediyor. Azerbaycan Hava Kuvvetleri, İHA'ları kullanarak ve yoğun topçu bombardımanıyla sivil altyapıyı ve sivil nüfusu hedef almaya devam ediyor. Şu anda Arsah'daki sivil nüfus merkezleri ayrım gözetmek sizin bombalanmaktadır. Bu Azerbaycan rejimi vahşetidir. Ermeni halkının varlığı 128 yıl sonra aynı failler tarafından tehdit edilmekte. Almanya, Fransa dahil pek çok Avrupa ülkesi ve ABD dahil dünyadaki birçok ülkenin parlamentoları 1915 yılında Ermeni halkının uğradığı büyük soykırımı tanıyan ve kınayan kararları aldı. Bu soykırımı tehditlerinin bir daha yaşanmaması, yaralarının sarılması ve adalet için bir umuttu. Bugün ise Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak siyasi ve askeri stratejilerine uygun olarak her türlü fırsat ve olanaktan yararlanarak bölgeyi 1915 soykırımının devamını getirmeye, acilen uluslararası barış gücü gözlemcileri gönderilmeli ve halka sürekli ve istikrarlı insanın yardım için acilen hava köprüsü kurulmalıdır. Arsa halkının kendi kendini yönetmesi ve kendi yöneticilerinin belirlenen hakkına saygı gösterilmesi, Arsa Cumhuriyeti acilen tanınarak uluslararası korumaya alınmalıdır. Arsa Cumhuriyeti acilen havalıdır. 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 Arsa Cumhuriyeti 으arırır. Arsa Cumhuriyeti acilen havalıdır. Du hast ja noch nicht mal ins Luft geholt. Wo holst du diese Luft her? Das begreife ich die ganze Zeit. Die Leute hier auch nicht. Wo holst du? Du atmest noch nicht mal. Du machst einfach so. Ja, es ist die Liebe zu der Wahrheit. Das ist mein Charakter. Das ist auch so, wenn ich ein Seminar, einen Vortrag halte oder wenn die auf der Straße sind, wenn die vor dem Bundestag stehen und ich da eine Rede halte oder wenn die Leute kommen und zum Beispiel sagen, kannst du noch was dazu sagen? Kann ich das aufnehmen und in die Gruppe stellen? Sag ich, ja, na klar, natürlich. Und dann fang ich da an. Ja, aber wenn du einmal anfängst, dann ist es doch schon abends und dann sitzen ja auf einmal alle da und du bist immer noch am Reden und alle sind auf einmal weg und du bist immer noch am Reden oder was? Ich habe ja auch, als ich mein Abitur gemacht habe, 11. Klasse Fachhabi, habe ich auch meine Facharbeit darüber geschrieben, 20 Seiten. Boah! Weil ich hatte so viel Wissen im Kopf, auch damals, über die Unterdrückung der Kurden, dass ich das aufnehmen wollte. Und als ich das mündlich noch meine Facharbeit verteidigt habe, haben die ganzen Professoren, haben da zu mir gesagt, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass sie irgendwie da drin leben. Ja, man merkt richtig, dass du das da drin nehmst. Mein Hass gegenüber der Ungerechtigkeit, weil ich das akzeptieren kann. Ja, du hast recht, ich weiß. Du hast absolut recht, gegenüber der Ungerechtigkeit mache ich auch deswegen meinen Mund auf. Was? Unsere Wut, unser Hass ist ja nicht gegenüber Menschen, Personen, sondern gegenüber der Ungerechtigkeit, gegenüber der Lüge, gegenüber der Finsternis namens Islam. Ich muss immer lachen wegen den Kommentaren, es tut mir leid, die Leute wissen. Über die Freimaurerei, das ist ja alles, der Satan hat ja seine Arme, seinen einen Arm in der Freimaurerei, den anderen Arm hier im Islam. Das ist ja beides dasselbe. Welche Sekte, welche Terror-Satans-Sekte befehlt denn Menschen zu töten, die diese Sekte verlassen? Das ist einmal die Freimaurerei und einmal der Islam. Und einmal der Islam, ja. Ja. Also sehen wir ja, wo der Ursprung liegt, bei Lucifer, beim Satan, ne? Danke dir, Gül. Wirklich wundervoll. Ich danke dir, Amir. Möge der Herr Jesus Christus dich segnen, wirklich. Das war eine Ausführung vom Feinsten. Danke dir. Gott segne dich, Amir. Ich bete auch für unsere Geschwister und Brüder auch in den christlichen Ländern und auch für dich wirklich. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du diese Arbeit machst, dass du so mutig bist, dass die ganzen 10.000 Politiker sich nicht trauen auszusprechen, das sprichst du hier mit deinem YouTube-Kanal hier an. Alle Ehre dem Herrn. Und die sollten sich wirklich mal zum Grund und Boden schämen. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Ja, heftig. Das hat nichts mit dem Islam zu tun? Boah. Wer befiehlt das alles denn? Wer befiehlt das alles denn? Wer befiehlt das alles denn? Gül, warte mal ganz kurz. Ich krieg gerade nen Anruf. Okay, zwei, drei Sätze, komm. Also ich möchte hier auch gerne die unschuldigen Menschen, die guten Seelen auch gedenken, die vier Millionen, circa vier Millionen indigenen Christen, die Griechen, die Aramäer, die Armenier, die da ermordet worden sind in der heutigen Türkei und ihm die Ehre gebühren und dass ich auch bis zu meinem letzten Atemzug auch dafür stehen werde und mich dafür einsetzen werde, dass dieser Genozid, dieses Verbrechen anerkannt wird und dass der Jesus Christus sie in den Himmel auch genommen hat. Das hoffe ich auch. Das sind unschuldige Frauen, Kinder, Männer gewesen, die ermordet worden sind, nur weil sie Christen waren, weil sie ihre Religion nicht aufgegeben haben. Ich kenne, hier ist von der aramäischen Kirche ist ein aramäischer Priester, der gesagt hat, dass sein Opa aus Mardin wurde zum Beispiel, ja, du weißt schon, mit dem Schwert, das Wort will ich nicht aussprechen, weil er Herrn Jesus Christus nicht verleugnet hat. Kannst du dir das vorstellen? Das sind wahrhaftige Märtyrer. Das sind keine IS-Wahnsinnige, die sich in die Luft sprengen, weil sie zu ihren 72 Jungfrauen wollen, sondern das sind wahrhaftige Märtyrer, die ihren Gott nicht verleugnet haben und dadurch ihren Kopf verloren haben. Danke für deine Ausführungen, Güld. Danke schön für deine Zeit. Danke schön für das, was du hier... Ich danke dir. Ich danke dir herzlich und steht hinter Amir, folgt ihm, unterstützt ihm, teilt seine Videos und lasst ihn nicht alleine, baut ihn auf moralisch und dass er auch die Motivation hat, auch jeden Tag das auch durchzuziehen, weil jeden Tag gewinnt sieht er auch andere Menschen, Menschen auch und zieht auch andere Menschen aus dem Finsternis heraus. Das ist eine wunderbare Arbeit, das ist eine sinnvollere Arbeit, gibt es auf dieser Erde gar nicht. Und deshalb müssen wir ihn sowohl als moralisch als auch finanziell auch unterstützen, Leute. Spendet auch für ihn, dass er auch, dass er auch sich ein, dass er sich vielleicht einen Raum mieten kann, eine Kamera, wo er bessere Videos für uns alle auch machen kann. Der Herr macht das schon, der Herr gibt, der Herr nimmt, der Herr macht. Ja, aber es ist auch laut dem Evangelium, es ist auch dein Verdienst, Amir, also daran sehe ich nichts Falsches, wenn du durch die Arbeit auch, wenn du das notwendig hast, wenn du Aufklärungsarbeit machst und du das notwendig hast und das den Menschen aus dem Herzen kommt, können die auch gerne spenden. Es ist niemand gezwungen. Ja, genau. Niemand ist gezwungen, wenn jemand etwas geben will, der gibt, wenn nicht, ist auch nicht stimmt, dann geht es einfach weiter. Genau. Für was Sinnvolleres kann man nicht spenden. Ich spende wirklich nur für Menschen, die das auch notwendig haben, nach Armenien, nach, für die Menschen in Rojava zum Beispiel, die damals durch die, durch den IS geflüchtet sind, für die JPG-Kämpfer dort, die gegen den IS gekämpft haben, habe ich auch Medikamente auch dorthin geschickt an die JPG-Kämpfer durch den Ärzteverein von der MLPD, die haben da mit Rojava auch, mit der JPG da auch zusammengearbeitet. Da ist ein Krankenhaus, das wird auch wieder zu lang, wenn ich jetzt wieder in die schiebe. Ja, bitte, jetzt nicht wieder ein neues Thema aufmachen, Gül. Jetzt reicht es, jetzt ist auch gut. Genau. Dankeschön. Wirklich. Das hast du wirklich Hammer gemacht. Wirklich. Und wir fühlen das Ganze auch. Und wir trauern ja auch mit. Du siehst ja, dass ich auch immer für die Armenier und die verfolgten Geschwister immer bete, immer und jeden Tag. Und das muss auch so sein. Wir dürfen nicht vergessen. Betet für Armenien. Sie haben das jetzt da notwendig. Spendet da wirklich an die zwei Links, die ich euch jetzt schicke. Die brauchen das. Die brauchen Schutz. Die brauchen jetzt unsere Stimme. Und der Jesus Christus, wehe wirklich ihre Feinde da weg und beschütze die Armenier dort wie ein Felsen, wie ein Brocken. Amen. Amen. Danke. Mach's. Das war heftig, ne? Das war heftig, ne? Ich musste wegen euren Kommentaren übertrieben mich zurückhalten, dass ich mich nicht totlache. Kennst du das? Ich musste mich so zurückhalten, dass ich nicht explodiere vor Lachen, ne? Weil manchmal, ich habe genau denselben Gedanken gehabt, wie einige dann hier geschrieben haben. Und ich dachte mir, oh mein Gott, ich explodiere gleich und die ist gerade so voll über die ernsten Themen am Sprechen. Das kann nicht wahr sein, ne? Ich konnte nicht wissen. Aber merkt ihr, was für ein Gehirn. Und sie ist auch keine Heuchlerin. Sie macht das wirklich. Draußen steht sie da rum mit den Leuten. Und ist da, hier mit dem Mikrofon steht sie da und verkündigt alles, ne? Das ist heftig, ne? Aber seht ihr auch, euer Lohn, ne? Durch das ganze Teilen, Liken und alles mögliche konnten wir dann solche wundervollen Seelen wie Gül erreichen, ne? Unglaublich, ne? Ja, sie meint das nicht böse, ne? Sie redet halt sehr viel, ne? Und sie hat auch sehr viele Informationen weitergegeben. Und sie hat auch sehr gute Themen angesprochen, ne? Dankeschön, danke ihr Lieben. Hat sie TikTok? Ja, ich glaube, sie wird gleich hier die ganzen Links hier, äh, reinfügen. Dann werde ich sie hier, ähm, kurz anpinnen. Müsst ihr euch mal vorstellen, der, ähm, Bundespräsident Steinmeier guckt sich ihre, ähm, hier, Storys an. Auf Instagram. Das ist unglaublich. Ja, weil sie lautstark in Berlin da rumschreit, ne? Und das gehört wird von den, äh, Leuten. Sie sich denken, wer ist diese Frau oder was macht sie da? Sie schreit da einfach rum und sagt, was da los ist, ne? Also was heißt rumschreien? Sie, ähm, das was sie jetzt hier getan hat, macht sie da auf den Straßen genauso. Ich muss mal kurz telefonieren. Ah, das war heftig, ja. Ey, ihr wart heftig mit euren Kommentaren. Ich konnte nicht mehr. Ich war verstanden. fast am, am ausflippen, ne? Ich wollte so loslegen zu lachen, aber, ja, ich musste mich sofort wieder an das ernste Thema, ähm, erinnern, ne? Aber wie mutig auch, ne? Wie mutig sie ist, ne? Dass sie das ausspricht mit ihrem Gesicht da alles, ne? Kein Problem hat, ne? Und, ja, aber sie hat wenigstens ihre Seele in Sicherheit gebracht. Sie weiß, dass das, ähm, ultra gefährlich ist. Genau wie ich weiß, dass es ultra gefährlich ist, was wir hier machen. Aber ich hab wenigstens meine Seele in Sicherheit gebracht. Falls mir was passiert, dass mein Fleisch, äh, tot ist, aber meine Seele gerettet wird. Langsam Schluss. Ich bin auch fix und fertig, dass gerade, ich hab noch nie so lange ausgehalten zuzuhören, ihr Lieben. Das war schon wieder eine neue Erfahrung für mich. Einfach über, die war fast zwei Stunden am Reden, Leute. Ist euch das bewusst gewesen? Zwei Stunden fast. Im Alleingang. Die hat einfach Livestream übernommen mit, äh, hier, äh, Pult aufgemacht, äh, Laptop hingestellt, Kaffee nochmal gekocht und einmal losgelegt. Von, eine Runde hat sie gemacht. Hahaha, helft nicht. Die hat einfach alles zerbombt. Alles. Ihr Lieben, ich wünsche euch alles, äh, alles, alles Gute. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen, behüten und beschützen, sein Angesicht über euch leuchten lassen. Und ihr wahrhaftig diejenigen seid, die bei der Entrückung auch dabei sind und ihr in die Herrlichkeit des Herrn Jesus Christus eingeht. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen für euch. Und für die Muslime, das wünsche ich mir genau das Gleiche, dass sie eine Entscheidung für Jesus treffen, für den Herrn Jesus Christus und dass sie ihre Seele in Sicherheit bringt. Es gibt keinen anderen Retter. Es gibt keinen anderen Gott. Er hat sich offenbart im Fleisch und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Er lobt und preist den Herrn Jesus Christus in alle Ewigkeiten. Ihr Wundervollen. Dann sehen wir uns eventuell später oder dann morgen, ja. Gott segne euch. Dankeschön, dass ihr alle dabei wart. Dankeschön für die ganzen Likes, für die Geschenke, ihr Lieben. Wundervoll. Mögen eure Finger vom Herrn gesegnet sein. Wer weiß, was ihr da angerichtet habt mit den ganzen Likes, Teilen und sowas. Dass genau die richtigen Ohren das gehört haben. Ihr wisst ja gar nicht, wie wundervoll der Herr Jesus Christus ist und das Ganze nutzt. Hammer. Okay, ihr Lieben. Dann alles Gute. Möge der Herr Jesus Christus euch segnen. Eure Familien. Und euch eure Probleme ganz schnell, ja, eure Probleme annehmen. Amen. Gott segne euch. Macht's gut, ihr Lieben. Bis später oder bis morgen dann. Ciao. Bis später. Ciao. 13. 15. 16. 17. 17. 21.